was nach und gucke nicht nüchtern biblisch nach. Wenn die doch irgendwas gegen uns gefunden haben, sollen die hochkommen, einen Bibelferst vorbringen, uns das zeigen und dann prüfen wir gemeinsam. Die beleidigen uns, wir segnen die. Das sind die Unterschiede. Von wiedergeborenen Christen und nicht wiedergeborenen Christen. Diese Migration macht mich einfach Angst. Nein, du brauchst keine Angst zu haben von der Migration. Das läuft alles nach Plan. Der Herr Jesus ist auf dem Plan und er führt alles. Und zur rechten Zeit wird er uns auch entrücken. Und die Welt muss Angst haben vor dieser Migration, nicht wir. Wir wissen, dass alles nach dem Plan läuft. Und wir fürchten auch keine Menschen. Und wir fürchten nur Gott. Und wir lieben auch alle Immigranten, die hier reinkommen. Und wir können ihnen das Evangelium, auf das sie unsere Geschwister werden im Herrn. Wir haben mit dieser Welt Angst und so weiter nichts zu tun. So, das ist aus dem Heiligen Geist. Der Rest ist fleischlich. Natürlich ist das Wohl des Volkes nicht schon Politik. Natürlich, die Elite in der Politik versuchen. Aber an erster Stelle versuchen sie natürlich, ihre eigene Taschen vollzumachen und selber ein gutes Leben zu führen. Das Volk ist immer zweitrangig und zudem sind die ja halt Internationalisten und sind vernetzt miteinander über diese Freimauerlosen und tun eben den Willen der Freimauerlosen. Und das ist das Satans, der eben diese Freimauerlosen führt mit seinen Dämonen. Ja. Wir sind alle Bissmommis, Nilos, also Illuminaten. Ja. Ja. Bissches ist, dass wir uns nicht vom Satan durch solche Angsttaktik uns in Fleischlichkeiten verführen lassen. Dass wir auf einmal anfangen, um uns zu schlagen, weil wir plötzlich fleischlich werden, wenn der Satan uns reizt, dem Fleisch. Dass wir sagen, oh, ich habe jetzt Angst vor Migration, ich muss jetzt wählen, rechts wählen, damit sie die Migranten zurückhalten und so. Nein, das darf nicht sein. Wir haben damit nichts zu tun. Wir haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften. Und die lassen uns nicht vom Satan verführen, dass wir fleischlich werden. Sondern wir lieben alle Menschen, ob Migrant oder nicht-Migrant, militant oder nicht-Militant. Wir lieben alle Arten von Menschen, dazu hat der Herr Jesus uns aufgefordert. Und weil er auch selber als unser Vorbild für alle Menschen gestorben ist. Damit jeder errettet wird. Wir sind genau das Gegenteil von der Welt. Die Welt will die Migranten, also Europa will die Migranten raus haben. Was sagen wir dazu aus dem Heiligen Geist? Nein. Uns ist das egal, ob die Menschen, die die Menschen da draußen aufhalten will, draußen haben will. Nein. Die können reinkommen. Wenn die reinkommen, dann hat das einen Sinn. Und dann müssen sie lieber aufgefangen werden und ihnen das Evangelium verkünden, dass sie halt errettet werden. Das ist unsere Aufgabe. Die AfD und die Lauderdale hatten eine andere Aufgabe. Was eine Liebe ist das denn? Es steht doch geschehen, dass man sogar seine Feinde lieben soll. Die lieben ja noch nicht mal deren Feinde. Die lieben ja gar keinen. Jemand hat Hunger, Durst, möchte ein neues Leben beginnen. Und die verurteilen nur, weil einer jetzt so ist, wollen die alle verurteilen. Das ist ja keine Liebe. Jeder braucht das Wort Gottes. Das Problem ist, die haben Angst um ihren eigenen Wohlstand. Die setzen ihren eigenen Wohlstand über die Bruderliebe, über die Liebe den Nächsten, weil der Nächste ist sich selbst. Die wollen nicht, dass andere, dass wir Gottes hören, es dem besser geht. Nein, die wollen, dass es sich selbst besser geht. Dass ihr kleines Häuschen nicht angegriffen wird. Bloß nicht. Und sie weiter ihre AfD wählen. Das sind diese Unterschiede. Die haben keine Liebe. Die haben nur die Liebe zur Welt. Die Liebe von Hab und Gut, was sie auf dieser Erde haben. Und Angst haben, diesen Wohlstand zu verlieren. Wir nicht. Wenn wir alles verlieren, haben wir alles verloren. Und? Wir haben den Herrn Jesus Christus. Wir haben doch gewonnen. Besseres gibt es doch gar nicht. Der Herr kümmert sich doch um uns. So vertraut immer auf den Herrn. Wenn es sein Wille ist, dass wir weiter leben sollen, weiter das Evangelium verbreiten können, dann wird es, wir können sogar alles verlieren. Der Herr wird uns noch weiter versorgen, mit Essen, trinken, damit wir weiter das Wort Gottes verbreiten. Ohne Probleme. Der Herr sorgt um uns. So wie er sich um die Propheten gekümmert hat. Und generell auch sein Volk, wenn die sich natürlich nach seinen Satzungen gewandert haben. So wird der Herr auch um uns kümmern. Der Herr selber sagt, er kümmert euch nicht um die Kleidung, was ihr am nächsten Tag tragen sollt. Und was ihr essen, trinken sollt. Der Herr weiß das doch, dass wir diese Dinge benötigen. Wir sind Menschen. Vertraut auf den Herrn. Und der Herr wird vieles bewirken. Sehr, sehr, sehr vieles bewirken. Aber die vertrauen nicht auf den Herrn. Die vertrauen lieber die Politik. Abgesehen von AfD oder Eben eine andere Politik. Die vertrauen nur der Politik. Ja, was ist denn da los? Sollen wir auf der Politik vertrauen oder sollen wir auf Gott vertrauen? Ja, das sind diese Unterschiede, die wir sehen müssen. Na, Gott oder die Politik. Warum? Ich trauen die Christen der AfD, weil AfD zu sehen ist. Aber der Herr Jesus ist jetzt nicht zu sehen. Deswegen vertrauen sie auf AfD, weil AfD zu fassen ist. Man kann die Politiker der AfD anfassen, im Fernsehen sehen. Und das ist was Handfestes. Der Herr Jesus ist ja nicht zu sehen. Das ist ja ein Gott, der unsichtbar ist. Und deswegen ist das nichts Handfestes. Deswegen verlässt man den Herrn Jesus und vertraut man auf AfD. Wie nennt man diesen Prozess noch vereinfacht, lieber Bruder? Nochmal? Wie nennt man die? Diesen Prozess, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass der Lauditär eben die AfD wählt, weil die AfD zu sehen sind, die AfD-Mitglieder, Politiker. Die glauben ja nur, wenn die ihn sehen. Gibt es denn sowas, glaube, an das, was man sieht? Ich glaube, an die Definition der Liebe. Glückselig ist der, der nicht sieht, aber trotzdem glaubt. Das ging ja bei Thomas zum Beispiel. Der wollte unbedingt anfassen fühlen und sehen. Genau, wenn ich nicht meine Finger in deine Wunde lege, das sehe, wenn ich das anfassen sehe, dann kann ich das nicht glauben. Das ist Unglaube. Und das wird mir natürlich gesagt, der Thomas, der Ungläublez, der Zweifel der Thomas, weil er noch nicht den Heiligen Geist empfangen hatte. Er war noch nicht wieder geworden. Ja. Der Heilige Geist kam er jetzt später auf die in Apostelgeschichte 2. Bis dahin wurde kein Jünger mit dem Heiligen Geist versiegelt. Deswegen kamen solche Sachen von Thomas. Gott, das ist eben, Bruder Danny. Gott, sehr gerne. Der Hamdi möchte hoch. Ja, das ist nicht der echte Hamdi. Das ist ein Fake-Hamdi mit 200 Follower. Ich schließe vor, was die Bibel eben sagt über Glaube, was Glaube ist. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Bei der Laodicea ist das ja andersrum, weil die nicht wiedergeboren sind. Sie wollen, was Handfest ist, was sie sehen und anfassen können. So wie die Atheisten da draußen. Die sagen ja auch, ich glaube nur an das, was ich sehe. Genau, und deswegen glauben die auch nicht an ihr eigenes Gehirn, weil die es noch nie gesehen haben. So ist das. Ja, zum Beispiel, es hat sich ja hier eine Kopierung gebildet und du merkst ja auch, dass die Christen angepisst sind und angewidert sind von den Flüchtlingen. Ja, und du merkst, die geben sich zwar ein bisschen aus, aber sie haben innerlich so eine Bitterkeit und Hass gegen die Flüchtlinge. Warum gehen wir nicht und sagen, Jesus liebt dich, komm. Warum retten die nicht Seelen? Warum schmeißt man solche Menschen raus? Das ist doch nicht Dreck. Das sind auch Menschen wie wir und du und ich. Nur sie sind auf dem falschen Weg. Ja, sie sind Mörder, aber der Herr Jesus ist ja nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Umkehr, Sünder zur Buße. Wir müssen diesen Mördern, die uns haften, die uns töten, lieben, segnen, sogar unser Leben geben und das Evangelium verkündigen. Aber die Christen, wie Professor Dr. Lothar Gassmann, der ja sagt, ja, die AfD ist die beste und einzigste Partei, die wir Christen wählen sollten, damit, ja, wir müssen für die Obrigkeit beten, damit die Obrigkeit sich zu Gott bekehrt, was auch völliger Schwachsinn ist. Er meint die Weltbeherrscher. Wir sollen für die Weltbeherrscher beten, die die Welt kontrollieren. Dafür sollen wir beten. Nein. Es gibt hier noch was, was man hinzufügen muss. Die Saloniteakristen, die sich ja als Wiedergeborene tarnen, man sieht auch was ganz Starkes dazu. Die wollen ihr Wohlstand niemals verlieren. Das sind die, die glauben nur, weil es denen jetzt gerade gut geht. Die kamen von einer schlechten Zeit. Es geht denen jetzt auf einmal kurz gut. Und dann sagen die, boah, das war Gott. Dann sagen die, hamdulla ala ala alam, danke, oh Herr und so weiter. Aber wenn die einmal ein bisschen Bedrängnis bekommen, klein bisschen Anfechtung, die glauben schon nicht mehr an Gott. Das fallen die alle ab. Das fallen die alle ab, alle weg. Wenn die nur ein bisschen Bedrängnis bekommen. Warum komme ich in Bedrängnis? Was ist denn los? Was ist passiert? Warum? Ich dachte, der Herr schützt doch seine Schafe. So reden die dann. So reden die laut Ozer. Aber die wissen gar nicht. Aber haben noch niemals, also beziehungsweise die haben noch nie die Bibel richtig gelesen. Noch nie. In Hiob zum Beispiel. Was hat Hiob gesagt? Wo er in Armfechtung geraten ist, wo er sogar nichts Schlechtes getan hat. Und er zerrisst sein Gewand. Das war ein Zeichen dafür. Das ist sehr, sehr... Ach, wie war es nochmal, Bruder Reza, wenn man sein Gewand zerrisst? Empörung? War das so? In der Bibel? Ja, zerreißt nicht eure Gewänder, wie so ein Heuchler. Ja. Sondern zerreißt eure Herzen. Also nicht dieses Äußere, sondern das Innere. Das Innere. Und Hiob hat aber was Sinnbildliches gemacht. Ja, er hat sein Gewand sogar zerrissen. Er hat gesagt, nackt sind wir gekommen und nackt werden wir gehen. Er hat was dann gezeigt. Wir sind nicht an diese Welt gebunden. Wenn wir alles verlieren, dann verlieren wir alles. Aber wir sollen weiter beim Herrn vertrauen und bleiben. Wie in guten und in schlechten Zeiten. Wie eine Heirat. Wir sind doch die Braut. Und der Herr Jesus ist der Bräutiger. Und wir sollen vorbereitet sein für die Hochzeit. Und die, ja, geht jetzt ein bisschen schlecht. Schon heißt das, es existiert kein Gott. Die haben schon richtige Probleme damit. Hauptsache keine Bedrängnis. Oder Angelo. Guck mal. Es ist ja so, in den Gemeinden ist ja sowas wie Kaffee und Kuchen. Aber es ist auch schon TikTok so geworden. TikTok ist jetzt auch schon so ein Treffpunkt geworden, wo die so zu wieg, zu acht in einem Raum sind. Bruder, Danny, mach mal deine Kamera an. Mach dich groß. Mach mal deine Kamera an. Ich kann die Kamera nicht anmachen, weil ich keine tausend Follower habe. Ah. Ja. Auf jeden Fall. Mir ist aufgefallen, TikTok ist zum Beispiel auch sowas wie ein Treffpunkt geworden. Und guck mal, Bruder, ich habe jetzt mal eine Frage, ja. Würdest du mit Christen missionieren gehen, die du gar nicht kennst, oder würdest du erst mal die auf den Prüfstand packen? Ich komme zurück und ich mache es auf der Kamera, ich komme es auf uns. Ja? Ich habe es am Anfang, wo ich neu bekehrt war und noch nicht so die Ahnung hatte, was die Christenheit ist. Ja. Da habe ich mich mit jedem zusammengetan, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass die genauso ehrlich und durchgedrungen sind wie ich. Ich wusste ja noch gar nicht, ich hatte ja noch nicht richtig die Bibel gelesen, das waren halt hier so die ersten paar Wochen. Und ich kannte ja dort die Laodicea nicht, Offenbarung, 3 und so weiter, kannte ich ja noch gar nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass jeder, der sich Christen nennt, auch wirklich so wie ich, wahrhaftig wiedergeworden ist. Ja. Bis ich dann ernüchtert wurde, ins Gehalte, was da geschossen wurde. Ja, damals habe ich es gemacht, aber heutzutage, so mache ich das, nein. Nein. Ja, okay. Du würdest es nicht machen. Du würdest also nicht mit 30, 40 Leuten rausgehen auf die Straße, du würdest dich zurückziehen, ne? Auch mit den Brüdern, die ich kenne, schon. Aber nicht einfach mit irgendwelchen... Nein, 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 die ich nicht kenne. Nein, nein, die du nicht kennst. Die du nicht kennst. Ich kenne, nein, auf gar keinen Fall, weil ich weiß, wie viele verschiedene Sekten, Denominationen und weil ich weiß, dass sie alle lauwarm sind, Laodicea nicht wiedergeboren. Und jetzt muss ich dir was sagen. Bei Werdelicht, diese Großevangelisation da in Hannover, ne? Ja. Pass mal auf. Und die Werdelichtleute werden eines Tages vor dem Allmächtigen Gott stehen und sagen, warum habt ihr die Leute nicht geprüft? So, pass auf. Da sind Orthodoxen dabei, da sind Katholiken dabei, Freikirchler, Christen, die in die evangelische Kirche, also evangelische Kirche, Charismatiker, Pfingstler, Gesetzeshalter, ich glaube sogar auch, die nicht an die Trinität glauben und ich habe sehr viele Christen da wieder erkannt, sind mit denen zusammen marschiert und haben dann zusammen Lobpreisglieder gesungen. Auch dieser eine, ich will den Namen jetzt hier nicht nennen, der auch so mit Händen auflegen, Dämonen austreiben und zungen. Anstatt die sagen, warte mal ganz kurz, wir sind so viele Leute, wir müssen das aussortieren, wir müssen erst mal gucken, wer ist in der gesunden Lehre und wir können ja nicht einfach hier alle hier evangelisieren, das ist zu gefährlich. Verstehst du? Ja. Aber nein, die gehen alle, alle, Hauptsache Jesus, Hauptsache Jesus und Lobpreisglieder werden gesungen. Das ist so krank, Riesa, du weißt gar nicht, was auf du dich da lädst, was der Herr mit dir macht, was hast du da angerechnet. Das Problem ist, lieber Bruder, selbst wenn die prüfen und herausstellen würden, dass die Leute alle so sind, die würden trotzdem weiter machen, weil die sagen, nee, wir haben uns alle lieb, das ist alles, was christlich ist, ist und so wie ich wüsste. Ja, also ich finde auf jeden Fall, ja, man sieht ja auch, die gehen mit Leuten, die den Herrn Jesus Christus, also Christen, die, ich glaube sogar die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen, da gibt es auch dieser Evangelist, dieser Evangelist, dieser eine da, wo ich dir das Video geschickt habe, da, dieser Verrückte da, ja, dieser eine, der ist auch da, der ist ja orthodox und mit solchen Leuten gehen die da zusammen Lieder singen, das ist so krank. Ne, das darfst du dich, das darfst du niemandem erzählen. Leute, die nicht an die Trinität glauben, gehen dahin und Jesus, das ist so krank. Ach ja. So krank, nein. Gottes Segen ist das dann an die Frau. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, also es wird ja nicht besser, sondern schlimmer. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Ja. Ja. Und das Ganze knallt dann irgendwann an. Ach so, ach so, stopp, stopp, stopp. Michael Stürzenberger, der die Bibel kritisiert, den haben sie sogar mitgenommen und eine blaue Kutte gegeben. Oder Reza, das ist Müll, das ist Müll. Wie kannst du einen, eine, eine... Das ist ein Stürzenberger. Ja, nein, der, der, na, es geht nicht darum, es geht darum, er kritisiert das alte Testament von oben bis unten, der kritisiert, und die, und die gehen mit so einen, pass mal auf, mit so einen, weil die famegeil sind, weil das famegeil gesteuerte Christen sind, pass auf, gehen die mit so einen mit, aber damals, habe ich die gefragt, kriege ich auch so eine blaue Kutte, nee, die musst du dir verdienen. Wo ich ganz drüchte... Ja, 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 ja. Wo ich drüchte, das ist die Laudizee. Ja, warte, du musst dir in so einen Mofa drauf, mit so einem Aufnäher, mit Mofa, dass die so... Alle so hinterher fahren mit dem Mofa, so. So. Wo ich drüchte, das ist für Arme. Ja, und dann sind da auch noch diese Rockerkristen dabei, die in so Rockerkrub-Clubs sind, weißt du, diese, diese, äh, Christen, die so, ähm, Bikerkristen, kennst du diese Bikerkristen? Ja, ja, kenn ich auch. Ja, die sind auch mit Werdelicht da. Ich habe damals gefragt, äh, Brüder, kriege ich auch so eine blaue Jacke, die musst du dir verdienen. Komm zu einem Müll, Michael Stürzenberger, der die Bibel kritisiert, und die geben ihm die Jacke, und der darf ganz vorne sein. Wie, wie kaputt sind die Leute? Sind die gar nicht... Nimm die Drogen, nimm die Drogen, nimm die Drogen, haben die Drogen genommen. Müllweste, so, Avista, Müllweste muss man sich schon verdienen, ne, ohne die Kennzeichnung, Müll entsorgen. Kann man nicht evangelisieren, das geht nicht. Du musst erst in den Club beitreten, dein Mofa mitbringen, und dann gucken die, ob dein Mofa auch breitere Reifen hat, hinten. Und dann, wenn du all das mitbringst, dann darfst du evangelisieren. Apostel Paulus, ja, genau. Apostel Paulus hätte auch wahrscheinlich so eine Weste an. Ohne die Weste hätte er nichts getan. Heftig, was löst. Hey, gerade über die Weste von diesen Werde-Licht-Leute. Ja, aber die meinten zu mir, Fablos, die meinten zu mir, du musst dir das erstmal verdienen. Und guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich sag dir ehrlich, Elisa, ich war jedes Mal dabei. Ich hab jedes Mal gebettelt. Ich musste betteln, wie ein Hund, bitte, darf ich mitkommen, bitte, bitte, bitte. Und die so, ja, ja, gut, dann komm jetzt. Oh, na gut, komm jetzt. Weißt du wie? Bruder, ich hatte keine Erkenntnis gehabt, Dresa. Und dann, pass auf, ich hab gebettelt, bitte tauft mich, bitte. Ich hab die ganze Zeit immer, bitte, bitte tauft mich. Ich will unbedingt getauft werden. Ja, müssen wir nochmal gucken. Schauen wir nochmal. Halbes Jahr später. Ich will immer, ich bettel jeden Tag. Wann ist die Taufe, wann ist die Taufe? Auf einmal taufen die mich in diesen dreckigen Wald. In diesen dreckigen Mordersee nehmen mich auf. Und dann auf einmal grinsen die und ich hatte auf einmal Fuß, also am ganzen Fuß, mein ganzer Fuß, ich hatte Ausschlag. Meine Klamotten haben gestunken, ob ich ein Jahr im Gully gelebt habe. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber die hängen ja, mich schützen mir ja solche Beste. Das ist Bruderliebe, das ist Bruderliebe, was sie mit mir getan haben. Das ist wahrhaftige Bruderliebe, mich so einen dreckigen Mordersee in so einen Sumpfsee zu taufen. Das musst du dir mal geben. Das ist Liebe. Ja, aber die Leute glauben das ja nicht, wenn wir sagen, diese ganze Endzeitchristenheit ist nicht wiedergeboren. Und die, die sogar davon reden, viele, sind auch selber nicht wiedergeboren. Das ist das Kranke an der ganzen Sache. Ja, 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 ja. Das gibt es auch noch. Das darf man ja auch nicht einfach außer Acht lassen, dass die, auch diejenigen, die von der Wiedergeburt sprechen, von neuem Geboren. Das darfst du dich auch nicht errettet. Nein, Pastor Olaf Latze, der spricht ja auch mittlerweile ab und zu mal von der Wiedergeborenen. Ja, ja, ja. Der spricht ja auch nicht so ein bisschen davon. Aber die Wiedergeborenen können wieder verloren gehen, können wieder abfallen. Und dieser Abdul Memra. Ich weiß noch ganz genau, was Abdul Memra gesagt hat. Der hat sich lustig gemacht über die Freimaurerloche und hat darüber so gespottet. Ich weiß auch ganz genau, oft hat der Abdul Memra so Witze darüber gemacht. Ja, Auge hier, Auge da, 664 und hat das so ins Lächerliche gezogen. Und die Christen feiern ihn wie so ein Gott, wie ein Gott, wie so ein TV-Star. Ja. Ja, man sieht es so, hier beispielsweise Ambarello, ein Auge-Geste mit Dreieck symbolisiert, Baphomet, Unterschrift, Dreieck natürlich. Man sieht es, ne? Und diese Leute, guck mal, was in seinem T-Shirt ist, ey. Ey, Pullover. Ja, heftig. Wie lacht sowas aus? Sie sagen, das ist sicherlich... Aber es ist eine satanische Skater-Marke. Die benutzen auch den Baphometen. Ja, es ist heftig. Das ist heftig. Das ist gerade gesperrt worden. Ich hatte ja gerade eben gerade knapp 300 Zuschauer vorhin in meinem ersten Live. Und dann wurde ich auf einmal gemeldet, eingeschränkt. Oder Pablo? Ja, es wurde direkt eingeschränkt und gemeldet. Ja, es sind fast 300 Zuschauer. Ich sehe auf einmal Einschränkungen. Ich sehe diese Zuschauerzahl gehen runter. Dann war es das zweite Mal. Wurde ich ja gesperrt. Aber man sieht ja, also wir dürfen hier nicht die Wahrheit sagen. Nur eingeschränkt. Eingeschränkt dürfen wir hier die Wahrheit sagen. Das heißt, die Muslime dürfen alles sagen. Die Laodicea, aber wenn wir hier knallhart die Wahrheit sagen, knallhart, ja, dann werden wir hier weggemacht. Ja, das ist heftig. Das ist heftig. Ja, wenn man sowas einmal hier erwähnt und sowas darauf deckt, dann ist manchmal ein Dorn im Auge für die Menschen, wie TikTok zum Beispiel oder andere, dann wollen die halt Sperren machen. Andere melden es, weil die nicht darauf klarkommen. Gerade die Laodicea, die kommen ja gar nicht darauf klar. Ja, für den ist sowas hier, ne, eine innere Unruhe. Man merkt dann auch, dass sie Dämonen in sich haben. Weil wer sagt, man soll sowas nicht aufdecken, das ist unwichtig. Ja, welcher Geist hast du in dir, das frage ich mich. Welchen Geist hast du wirklich dann in dir, dass du einen aufhalten willst, das hier aufzudecken? Bruder, wir sollen doch die Finsternis aufdecken. Steht doch geschrieben. Hallo, Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, guck mal, eine Feser 5, Vers 11 steht hier drin. Ich habe keine Gemeinschaft mit der Finsternis, sondern deck sie viel mehr auf. Das sind Sünden gemeint, das ist die Finsternis mit anderen Religionen gemeint, alles Mögliche gemeint. Wir predigen das Wort Gottes dabei, geben noch das Gesunde noch ab und haben eine gesunde Balance. Aber was die haben, die haben ein Problem. Die haben ein Problem, wenn die sowas sehen. Wenn die nicht das sehen, was die wollen, ihre eigenen Menschengebote, dann haben die, wenn die das sehen, dann haben die kein Problem. Aber wenn die ihre eigenen Menschengebote nicht sehen, dann haben die ein Problem, wie die Pharisäer. Das ist ein bisschen zu hart, ein bisschen hier zu zornig. Nee, nee, das ist gesund. Nee, 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 nee. Zeit nicht. Meins wurde gestern auch gesperrt, obwohl ich überhaupt nichts gesagt habe. Ich kriege einfach Warns die ganze Zeit, weil meine Stream... ...aktuell ein bisschen laufen, nicht ein bisschen Zuschauerkriege. Das ist ein Krieg gegen uns. Ja, die Dämonen, gegen die Wiedergeburten. Und Blut, sondern zwischen Geist. Gegen das Unsichtbare. Ja, genau. Darf ich fragen, wie viele Zuschauer du hast? Danny, ich hatte an der Spitze letztens 200. Und genau wo ich die Spitze habe, habe ich zwei Warns gekriegt, obwohl ich nichts Schlimmes gesagt habe, wirklich harmlose Sachen. Und dann musste ich den Stream beenden. Und gestern habe ich mit Liebe zum Hadif eine Debatte gehabt über das Paradies. Und der ist dann halt geflüchtet und danach wurde ich sofort gebannt. Ich musste jetzt Widerspruch einlegen und darum kämpfen, dass ich heute meinen Account habe. Ja, herrlich. Also was war denn das für eine Debatte? Um was ging es da? Also Thema? Also Liebe zum Hadif kam rein und hat gesagt, ihr bekommt ja ein Paradies. Dann hat er halt auf die Bibel abgelenkt, ging auf Offenbarung, wo Jesus angeblich Kinder, ihr wisst schon was, dann haben wir das widerlegt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt bin ich dran, jetzt machen wir mit deinem Paradies weiter. Dann ist er rausgegangen, der hat gesagt, ich habe nur noch 4% Akku, ist dann abgehauen. Weil der wollte halt, da waren 400 Zuschauer drinne. Der wollte halt nicht, dass ich loslegen und den Leuten erzähle, was für ein Palmenwedel er im Paradies bekommen wird mit seinen 72 jungen Frauen. Ich hatte ja die ganzen Quellen vor mir. Auf jeden Fall ist er geflüchtet und mein Account wurde gleich gesperrt. Heftig, heftig. Ja, aber die können auch nicht leben. Das ist, weil die sind, die würden sich auf irgendwelchen gewaltigen Kopierungen anschließen und würden auch sehr schlimme Sachen machen, sehr schlimme. Das ist, weil die sich gegenseitig gleich schreiben und dann meldet die, meldet die, meldet die. Alle machen Haarspray, die Kasper oder gegen Mobbing oder so. Und dann kriegt er eine Meldung, weil das dann so viele Muslime machen. Wir Christen machen das, viel zu wenig Christen machen das bei denen, die gehen dann einfach raus und interessiert die nicht. Ja, die kommen dann schuldig, Leute. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ja, ich sage mir, das kann, weil die sich, oder du hast recht. Ja, sie haben eine WhatsApp-Gruppe und wenn die irgendwo halt merken, dass sie nicht weiterkommen, dann direkt melden. Ich habe jetzt ein neues Thema. Ich habe ja ein neues Thema, dass Mohammed selber ja Christ war in seiner Anfangszeit. Und sobald ich das als Hintergrund habe, kriege ich direkt die Meldung. Die sagen, angeblich wurde Mohammed in der Bibel prophezeit, im Alten Testament. Das ist so lächerlich. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Ey, wenn die das sagen, drehen sich meine Fingernägel um, wenn die das sagen. Als ob so ein Teufel bei uns prophezeit wird. Aber was ich nicht verstehe, warum möchten Sie unbedingt eine Prophezeiung von falschen Propheten in unserer Bibel haben, wenn die Bibel für Sie sowieso verfälscht ist. Das ist sowas von irgendeinem Versuch. Ja, das frage ich mich auch immer. Das frage ich mich auch immer. Deswegen sagen die jetzt nur, die Bibel ist nur zum Teil verfälscht. Nicht alles. Also die Prophezeiung von morgen ist nicht verfälscht, der Rest ist verfälscht. Aber warte, Sieb und Bruder, warte. Gib uns doch ein, zwei Jahre und wir machen aus allen Koraniten hier. Das ist aber auch falsch, sonst zum Herrn Jesus Christus kommen, weil nur hier ist der Weg. Nur hier kommt man durch zum Vater, warum so schwer ist es doch nicht. Also verstehen das die Menschen nicht. Na, wie, Reza hat das mal erwähnt. Das fand ich so cool. Reza hat gesagt, ihre Herzen sind verstockt. Der Herr Jesus Christus hat sie für das Endgericht bewahrt. Das will keiner lesen. Das wünsche ich keinen. Das wünsche ich wirklich keinen, dass man für ewig in der Hölle, weil die Leute verstehen nicht, dass das kein Spaß ist da. Bruder, wir haben eine vollkommene Bibel. Vollkommen. Weißt du, wir haben zeitliche Perioden, wir haben Familiengeschichten, wir haben historische Sachen. Das Buch ist vollkommen. Es hat einen Abschluss und hat ein Ende. Es ist vollkommen. Da kommen Sie mit einem Koran, der in historischer Sicht keinen Sinn macht. Da steht einfach, David hat ein Kettenhemd. Zu der Zeit gab es keine Kettenhemde. Mohammed ist mit Al-Burad geflogen und hat die Al-Aqsa-Moschee besucht, die gar nicht gebaut war. Die gab es gar nicht. So viele Fehler, nichts macht das Sinn. Ich meine, warum erkennt man das nicht? Weil der Herr sie blind gemacht hat. Was willst du denn da noch sagen? Aber ich habe heute ein Video gesehen, habe ich auch in die Gruppe reingeschaut, da ist so ein Imam, erzählt irgendwelche Lüge über die Bibel und die Leute klatschen und lachen. Und ich denke so, Mann, habt ihr die überhaupt schon mal gelesen? Ist Al-Burad dein Profilbild? Tommi, nein. Mein Profilbild ist die Ziege, die die Ferse gefräst hat. Bruder, zu deinem Thema, da gibt es ja die Debatte von Mohammed Hijab, wo der einfach sagt, Allah praise not for, Allah praise to Mohammed. Das ist eine totale Katastrophe, was er gesagt hat. Und die Muslime klatschen und feiern das. Wo ich mir denke, Alter, habt ihr nicht gerade gehört, was er sagt? Allah betet. Die haben ein Problem, dass Jesus zum Vater betet, aber zu wem betet Allah für Mohammed? Zu Jesus. Ja. Da habe ich auch so wieder gesehen von der InderIn. In London muss das gewesen sein. Und da diskutiert sie auch mit so einem Muslim. Und dann irgendwann kam sie zu diesem Vers. Und dann sagt sie, sie betet sie auch. Und dann guckt sie an, lächelt und sagt, ja zu Jesus. Weil dann dachte sie, jetzt fängt er sie. Und ich sage, ja genau, so ist es. Du hast die Wahrheit, das erkannt hat, zu ihm gesagt. Jeder Ansicht ist sein Liebe. Ich will ungern unterbrechen. Ich will nur sagen, die Leute, die hier immer sagen, wenn man Erfolg hat, man muss gar nicht den Illuminaten zugehören. Man kann auch so Erfolg haben und so weiter. Ja, das ist Barello ein einfacher TikToker, der einfach so mal 20, 30.000, auch mal 50.000 Zuschauer hat, mit Arafatist und die ganze Truppe. Und guckt ihr das an, was die machen. Guckt euch das mal an. Aber ist alles Zufall. Sein Erfolg ist Zufall, ich weiß. Aber mal ehrlich, Leute, mal ehrlich, er ist ja Muslim. Und selbst aus Spaß würde ich das als gläubiger Mensch nicht machen. Selbst wenn man sagt, das Video ist auch Spaß, oder der macht sich lustig. Aber selbst aus Spaß würde ich nicht sowas machen, weil ich weiß nicht, welchen Geist ich in mir reinlasse, wenn ich sowas mache. Auch aus Spaß. Das ist krank. Ja, aber was heißt Spaß? Was heißt Spaß? Dieser Düb, wisst ihr schon, wie Barello, ich meine, das ist der doch, wie der berühmt geworden ist, wisst ihr das? Ist doch der, der gelogen hat, hat gesagt, der hätte Krebs im Endstadium und lege im Sterben und ist auf TikTok gegangen. Und dann war das alles eine Lüge. So ein Mensch kann doch nicht normal sein. Denen ist das egal, was passiert. Wenn man gleich in Fame zu werden, dann nimmt man auch sowas an, in Fame zu werden. Der müsste eigentlich im Knast sein. Was für ein Fame? Der müsste im Knast sein. Die Leute, die sagen bloß nicht, sagen, dass der hier ein Illuminat ist, das ist ja alles Spaß. Das ist ja alles nicht echt. Man macht das ja nur, um Aufmerksamkeit zu generieren. Es gibt sogar welche, die sogar sagen, von denen Lauduzer, Bushido sei kein Illuminati. Ich sage einfach, der ist klar keiner. Der hat ein Zeichen nach dem anderen. Nein, nein, der doch nicht. Das ist heftig. Das müsst ihr euch mal geben. Die haben sogar ein Album rausgebracht. Das nennt sich 23. Das ist eine Zahl von diesen Illuminaten. Einige machen es auch extra. Nein, die machen es nicht extra. Die sind wirklich da drin. Da sieht man es. Genau wie Bushido, der ein ganzes Album rausgebracht hat mit Sido. Die beide natürlich Illuminaten sind, ganz klar. Und sogar ein Video rausgebracht haben, wie man in diese Szene sogar richtig reinkommt. Wie die ein Ritual machen. Und das Blut trinken und ja, gewisse Sachen auch vollziehen, das man hier nicht sagen darf. Das kann man ja sehen in YouTube. Das ist echt, echt krank. Und das ist kein Zufall oder extra. Das ist echt. Das machen die, weil die sagen, wir sind da drin. Und wer es noch immer nicht rafft und glaubt, ja. Die kann man auch nicht mehr. Das sind diese Sachen, die wir sehen. Und wer es noch immer nicht eins sehen will, kann man nichts machen. Bruder Ressa. Ja. Wie tief muss man drin sein, ne? Um sowas öffentlich hier zu machen. Jetzt mal Hand aus Herz. Die können doch nie wieder zurück. Die sind doch richtig tief da drin in dieser Freimaurerei. Ja, das ist ja natürlich. Absolut. Ja. Ach ja, und die sagen ja, guck mal, einer schreibt über einen Kommentar. Zeig mal einen letzten Beitrag von Insta von Prinz Boateng. Er hat sich ja bekehrt. Ja, ja. Prinz Boateng hat sich bekehrt. Und dann kommt das Bild rein, wo der sowas macht. Ich will das hier nicht mal machen. Ihr wisst ja, was er macht. Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Oder wenn du willst, wenn du willst, ist einfach aus. Das kann ich nicht wieder zeigen. Achso. Der Herr Jesus sagt nicht, ihr werdet zu mir zurückkehren. Umkehren und umzutun. Nein. Das ist das Schlimme an der Laudistrehe. Ja. Dass sie nicht Buße tun werden und umkehren werden. Das ist das Urteil, über die ist gesprochen vom Herrn. Das ist das Traur hier. Wenn du doch das siehst vor deinen Augen, was Sache ist, wie kannst du dann das, was du siehst, leugnen? Dann hast du ja einer an der Schädeldecke. Dann bist du ja bewusst, bösartig, bewusst. Ich meine, wenn diese Stars das nicht machen würden, würde man sagen, okay, es gibt keine Beweise. Aber die machen es doch in den Gesichtern der Leute. Guck mal, die sagt, Berrello hat selber gesagt, das ist Spaß. Ja. Ja, genau. Man macht solche Sachen auch Spaß. Ich habe es vergessen. Mode, als gläubiger Mensch machst du keine satanischen Symbole aus Spaß. Du musst ja nicht dran glauben, aber ich bin ja gläubiger Christ. Ich würde mich doch nicht hinstellen und mir einen Vertrag malen, wie ich für Satan unterschreibe und sage, das ist Spaß. Das ist kein Spaß mehr. Da hört doch jeder Spaß auf. Als gottesfürchtiger Mensch. Tommi schreibt richtig, Tommi. Na klar, musst du Angst haben, weil du weißt nicht, welchen Geist du in dir lässt. Oh, Spaß, eine Teufelsbeschwörung zu Hause. Guck mal. Warum reden die so? Die diese Leute, die dann auch sagen, naja, da machen die doch auch Spaß. Ja, warum? Ihre Traumwelt geht kaputt. Dass ihre Idole alle Satanisten sind. Deren Traumwelt geht einfach kaputt. Genau, und sie wollen diese Matrix um sich herum aufrechterhalten, diese Lügenwelt, Scheinwelt. Und wollen nicht herauskreten. Und in der Wahrheit wandeln. Na, das ist Wahnsinn, ne? Aber man merkt es ja, ne? Die muslimische Gruppierung von denen, ne? Mit Arafat, äh, ja schauen, wie alle heißen. Isam Bayam auch dabei, ne? Der auch Zeichen gemacht hat. Da sehen wir es. Alle drin. Leute, Isam Bayam. Ich dachte, Isam Bayam nicht irgendwo 500.000 Abonnenten oder sowas. Ja, ja, ja. Hat er, hat er. Und ich habe mit ihm geredet. Der Bruder Danny gesehen, der hat sofort diese Zeichen gemacht. Genau sowas hat er gemacht. Habe ich gesehen, ja, ja. Genau sowas. Isam Bayam hat mit, ich habe mit Anas debattiert und Isam Bayam war bei den Zuschauern drin. Als sie keine Antwort hatten, hat einfach Isam Bayam zu mir gesagt, FF dein Vater. Zu mir in den Kommentaren. Ja, bei mir auch, ne? Der hat gemerkt, ne? Ich habe ihn jetzt ertappt. Ich habe ihn aber nicht wegen das. Ich habe ihn wegen dem Islam jetzt auch ertappt. Habe ihn damit widerlegt, dass er ihn keine Prophezeit hat. Was macht er? Er beleidigt mich. Er beleidigt mich. Er kam nicht weiter, er beleidigt. Was ist das denn? Ihr islamischer Geist. Okay, Leute. Ich bin noch auf Arbeit. Ich muss schichten. Danke, dass Sie mich hochgeholt haben. Danke für Ihre Zeit. Gottes Segen an alle hier. Ich mache mich auch. Danke. Gottes Segen. Hat sich jemand schon mal zu mir gemacht, wie viele Kerzen es sind? Es hat mich schon interessiert, wie viele Kerzen er benutzt hat. Jetzt sind es sogar 33. Meine Lieben, ich muss jetzt auch leider raus. Ich muss jetzt auch weitermachen. Ich wünsche euch Gottes Segen und Gesegneten Stream. Gottes Segen. Gottes Segen. Heute ist der Auferstehungstag des Herrn und die Römer haben ja diesen Tag auf den Sonntag getauft. In der Bibel ist das ja der erste Tag der Woche, Apostelgeschichte 20, an dem der Herr auferstanden ist und dann mal zusammenkommen mit den Geschwistern, um Brot zu brechen. Also Gottesdienst zu halten. Und die haben eben den Tag auf Sol Invictus, der Gott, das Licht, der Sonnengott, der Römer. Sol ist ja die Sonne. Übrigens, Paco Rabanne und diese ganzen Elite, Parfumhersteller, Designer und so weiter, die nennen nicht ihre Produkte einfach so Invictus. Ihr kennt ja das Parfum von Paco Rabanne, Invictus. Das sind alles Okkultisten, die an der Spitze sind, auch im Modedesign. Und die verehren eben Lucifer in seinen verschiedenen Ausführungen. Sol Invictus, Jupiter, Zeus, Astarte, Mitra und, und, und. Und die opfern dann dementsprechend auch diesen Göttern. Das sind Dämonen, die sind immer der höchste Gott der verschiedenen Götter, sagen, ist immer der Satan selber. Zum Beispiel der Odin, der höchste Gott der germanischen Mythologie. Der ist einäugig und das ist schon wieder ein Symbol des allsehenden Auges. Was wiederum im Ägypten verehrt wurde. Pyramide und das Auge. Das Auge Horus. Ra. Das ist der Sonnengott, der Gott des Lichtes, der Lichtbringer. Und deswegen hat der Satan eben durch seine, durch seine römischen Herrscher damals diesen Tag, der Auferstehungstag des Herrn, soll Sonntag, der Tag der Sonne, genannt damit eben, die Verehrung, vom Herrn Jesus abgelenkt wird und dem Satan gegeben wird. Das Traurige ist ja auch, und das ist so heftig, dass wir das immer wieder auch dem zeigen, dass in diesen ganzen katholischen Kirchen immer wieder, du siehst es ja auch immer wieder, die Pyramide mit dem allsehenden Auge ist. Immer. Oder zum Beispiel auch, was du auch siehst, Reza, einen Kreis bei dem Altar. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Aber meistens, wo der Altar ist, ist ein Schachbrettboden. Ja. Und da sehen wir, die katholische Kirche ist auch betroffen. Die ganze Kirche, sogar die evangelische Kirche. Und sogar auch Breikirchen sind auch betroffen und haben da sehr komische Symbole mit P-Lot-Zeichen und so. Ja, da gab es ja eben den Kirchentag. Ich habe ein kleines Video darüber gedreht auf unserem Kanal. Ja, das ist auch ein Schachbrettboden. Ja, ist auch ein Schachbrettboden. Das Handy ist von Alexa zu heiß geworden jetzt. Der ist schon weg. Hä, wie? Ja. Nee. Hört ihr mich? Doch, doch. Das wird jetzt gleich ausgehen. Am besten jemand muss ein neues Stream-Up machen. Alexa, mach dein Handy in den Kühlschrank. Jetzt glaube ich, das hilft. Wir brauchen nur kurzzeitig, weil der Akku so schnell hergeht. Oh, du tust dir ein kaltes Wasser rein. Das hilft auch. Wie geht's dir sonst noch safe, oh? Ganz gut, ich hab heute gegrillt, Bruder. Heftig. Gestern hab ich den ganzen Tag gearbeitet. Ich hab den Pizzaofen fast fertig gemacht. Das war so anstrengend. Mein Rücken war so kaputt gestern. Du hast den Pizzaofen fertig gemacht. Den Pizzaofen, natürlich. Den muss ich noch ganz fertig machen. Du hast ja einen Pizzaofen. Ja, da hab ich mit Schamottsteinen, hab ich alles fertig gemacht. Bei mir auf der Terrasse. Nee. Als Italiener braucht man sowas. Das gibt's doch nicht. Ey, das darfst du mir doch nicht sagen. Ich bin sofort da. Ich hab' eingeliegt, jeder, der in meiner Nähe ist, soll sich nur kurz von mir anmelden, und dann gibt's Pizza. Das gibt's doch nicht. Das sollst du mir nicht sagen. Ich bin da gleich. Ich mach' los. Zum selber belegen. Zum selber belegen wird das sein. Amo. So richtig dieses Napoletana mit dickem Rand da. Ja, das kannst du dann selber machen. Das kannst du dann selber machen. Der Teig wird so sein, aber das kannst du dann schon selber machen. Also, Amo. Amo. Ich mach' jetzt schon seit Wochen auf TikTok, den man auch gebrauchen kann. Hey, Reza, ich mach' das schon seit Wochen darum. Seit Wochen. Das hab' ich alles gemacht. Kuppel-Ding da, so kuppelmäßig. Ich hab' in die Gruppe woanders, hab' ich das reingesetzt. Ich hab's ein bisschen eckiger gemacht, weil das einfacher ist. Hab' ich eine Holzkonstruktion gemacht, runter hab' ich das draufgelegt, und dann wird das Holz angezündet, und dann hoffe ich, dass es alle stehen bleibt. Auf' ich's doch. Ich bin gar nicht mehr live, aber trotzdem bin ich live. Heftig. Achso, jetzt stimmt, du kannst so ein Ding benutzen, ja, stimmt, sehr gut. Hier, nochmal, mein Akkus. Irgendwie läuft der Stream, obwohl die Alexa gar nicht im Stream ist, also die hat gar kein live. Wie kann das durch das sein? Jetzt bin ich wieder drüber. Was ist das denn? So krank. Und du kommst. Wo kannst du denn hier diese Einschränkungen machen? Wo sind denn hier nochmal diese Effekte? Effekte? Effekte. Jetzt sind wir wieder in der Toskana gewesen. Was heißt Toskana? Kennst du dich da aus? Weiß ich nicht, aber so sieht es da aus. In der Toskana sieht es schon so aus. In den Dörfern. Ja. Bella Italia. Oh ja. Ich würde auch gerne mal so ein Buckel in der Rom machen, um da die Hore Babylon zu besuchen. Oh, ich war da schon. Ich war schon rum. Da gibt es so viele Zeichen, Rieser. Kannst du gar nicht sagen? Die ganze Stadt voller Zeichen. Die ganze Stadt. Die größten Aufstädte des Satans. Auch wenn man die ganzen Brunnen da sieht, alle dämonisch. Alles irgendwelche Dämonen und keine Ahnung. Das ist echt. Ja. Das wird eine große Rolle spielen in der Rom und der Vatikan in der Offenbarung. Naja. Das steht bei der Offenbarung 17, 18. Die Hure thront auf den sieben Hügeln. Ja, genau. Die Hure thront auf den sieben Hügeln. Genau. Das Problem wird aber sein, dass die katholische Kirche und so weiter alles sich zusammenschließen werden unter der Ökumene. Also mit der evangelischen, mit den ganzen Großkirchen. In der Neuen Welt. Und das kann ich da schon sagen. Es gibt ja schon pinkfarbene Pfarrer mit so Ringbogen der Brosche da und verkünden, keine Ahnung, die möchten auch die erste quere Bibel schreiben. Also, boah, ich weiß nicht. Das hört sich immer schlimmer an, ey. Ja, ja, klar. Das Wort wird immer weiter verdrängt werden in der Endzeit. Und dann hat man hier eine Ein-Meinungs-Welt-Diktatur. Und wenn du da abweist von dieser Massenmeinung, das vorgegeben ist, dann wirst du Probleme kriegen. Und die Menschen können sich da schön einfügen in diesem System, weil eben keine Probleme haben wollen. Hier, gerade habt ihr so Satansbraten konnotiert. Ich hab den Dreck gesperrt. Ich weiß das nicht. Ich hab den Dreck gesperrt. Da sagt einer, ihr seid unehrlich. Dann kommt doch hoch und zeigt uns, dass wir unter keinem Bund stehen. Und das sind genau die richtigen Leute. Ja, die reden über einen Bruder im Herrn mit Laufursche. Ja, mit der auf dem Bad hat seinen Geist. Dass wir unter keinem Bund stehen. Ja, vielleicht nicht. Ja, das ist natürlich hochintelligent. Er sagt, dass wir unter keinem Bund sind. Ja, hier, der Umbi. Oder wie der heißt. Ja, der Umbi. Das ist auch so ein Riesenschädel. Wie bitte? Das ist auch so ein Riesenschädel. Heißt der gerade hier? Nee, den hat jetzt Alexa gesperrt, glaube ich, endgültig. Ja, der ist so da so. Der hat ja vorhin geschrieben. Und hast du auch deine Seele verkauft? Oder warum hast du ein Auge da? Und zu wem hat sie das gesagt? Zu mir. Ja, das sind aber, ja, genau. Leute, die mit solchen Typen unterwegs sind, sind auch nicht besser. Ja, genau so. Abseits. Abseits des Weges. Aber wer nicht hören will, der muss immer fühlen. So läuft die Sache immer ab. Wer nicht. Bruder Rieser ist am Sonntag arbeiten, eine Sünde. Nein. Natürlich soll man mit einem Tag, wenn wir schon zusammenkommen, nach der Bibel, dem Herrn widmen, das ist der Tag des Herrn, steht da in Offenbarung, Apostel Johannes sagt ja, ich war auf Patmos am Tag des Herrn, der dem Herrn gewidmet ist, im Geist, im Geist, also nur im Geist, mit alleine konnte er nicht Brot brechen, weil dazu benötigt es ja mindestens noch einen Geschwister dazu, nur zwei oder drei in meinem Namen, Matthäus 18, versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Also für eine Gemeinschaft brauchte es mindestens zwei Personen, mindestens. Und deswegen, weil er alleine war, hat er kein Brot gebrochen am Tag des Herrn, am Sonntag auf Patmos, sondern einfach, der war nur im Geist, im Herrn, also beim Herrn an dem Tag. Ja, und deswegen darfst du auch arbeiten. Würde ich jetzt persönlicherweise nicht, ich würde es jetzt nicht machen, ich bekomme manchmal schlechtes Gewissen, wenn ich an so einem Tag anfange, so komische Sachen zu machen, aber wir stehen ja nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Der neue Bund, von dem zum Beispiel dieser Unsinn, der Umbi, der keine Ahnung hat und auch nicht in diesem Bund mit ist, mit uns alle, mit dem Herrn, Jesus, der Bund der Gnade, nach Johannes 1. Genau, da müssen wir halt drucken, dass wir eben dem Tag wirklich so viel wie möglich dem Herrn widmen. Aber es ist nicht so, dass wie im alten Bund, im alten Bund, im Sabbat, wenn du dir zum Beispiel den Sonntag nicht hältst, dass du dann totgeschlagen wirst, wie im alten Bund mit Sabbat brechen, nein, ich stehe nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Deswegen immer das Gewissen, immer ein gutes Gewissen bewahren. Wenn du siehst, dass dein Gewissen sich meldet, dann mach es nicht. Nicht gegen dein Gewissen vorgehen. Zwischen dem Himmel und der neuen Erde erklären. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Die sind natürlich verbunden in Ewigkeit miteinander. Das heißt, die Perfektion, wie damals vor dem Sündenfall, wird wiederhergestellt. Und das Universum wird auch wieder umgestaltet werden. Dieses jetzige Universum ist ja für diese jetzige Erde mit dem Fluch ja so gestaltet worden. Und das wird nochmal alles umgestaltet. Nochmal. Also es wird ein neues Universum geben und neue Erde. Und wir sind jetzt in dem neuen Bund der Gnade durch das Blut des Herrn Jesus Christus, was für uns vergossen wurde. Und Israel und die Heiden-Nationen sind jetzt schon als Erstlinge da drin in diesem neuen Bund. Dann folgen die weiteren demnächst. In der Apokalypse folgen dann weitere Leute, die dann auch mit in den Bund eingepropft werden. Aber später. Das sind dann die späteren Leute, die dann wiederum in diesen neuen Bund eingepropft werden. Eingegliedert werden. Aber sie gehören nicht zur Braut Christi, auch wenn sie in dem neuen Bund drin sind. Die Braut Christi ist ein Geheimnis. Das ist schon immer gewesen. Die wurde manchmal so sinnbildlich dargestellt. Zum Beispiel durch Henoch, der eben entrückt wurde. Das ist ein Bild auf die Braut Christi, die entrückt wird. In 1. Mose Kapitel 5. Und dann kam die Sintflut. Und erst kam die Entrückung von Henoch und dann kam die Sintflut. Und so ist das jetzt übertragen auf uns. Erst kommt die Entrückung der Braut Christi, was Henoch symbolisiert. Und dann kommt die Sintflut, also die apokalyptischen Gerichte. So ist auch Israel zum Beispiel als Braut, eben sinnbildlich für die, also ehrlich gesehen, ein Sinnbild für die himmlische Braut Christi. Die wir darstellen. Also nach der Entrückung, all die Menschen, die nach der Entrückung, also in der Drangwahlzeit, zum Herrn Jesus kommen und sich verkehren, sie gehören nicht zur Braut Christi. Sie sind zwar errettet, es sind Heilige, die auch errettet sind, aber sie gehören nicht zur Braut Christi. Die Braut Christi beginnt in Apostelgeschichte 2 mit Aussiedsung des Heiligen Geistes Pfingsten und endet mit 1. Thessalonischer 4, Abvers 16 mit der Entrückung. Das ist die Braut Christi. Alles, was davor und was danach kommt, an Gläubigen zur Errettung, gehören nicht zur Braut Christi. Und die Braut Christi hat die Gemeinde Jesu, sein Leib, hat die höchste Stellung im Himmel. Die allerhöchste Stellung von allen Eiligen, die je gelebt haben. Wenn wir dann auf der neuen Erde Geschlechtsverkehr haben, nein, nein, wir werden sein wie die Engel. Kein Geschlechtsverkehr, wir werden dann ewig mit dem Schöpfer sein. Und kein Geschlechtsverkehr mehr. Ja, Matthäus 22 sagt der Herr Jesus Christus, sie werden weder heiraten, noch verheiratet. Also, sie werden nicht heiraten, sondern sie werden so umgestaltet werden wie die Engel Gottes. Matthäus 22, Vers 30. Also dann jetzt noch schnell, ja, was habe ich gemacht? Ja, das ist 3, Vers 19. Ja, das ist 2, Vers 19. Ja, das ist 3, Vers 20. Genau, das ist der neue Bund. Genau, das ist Kapitel 3, wird auch nochmal das Gesetz der Alte Bund nochmal aufgegriffen. Und das Kontrast gerät zum neuen Bund des Glaubens und der Gnade. Ja, genau, sie hatten diese Perfektions-Light gehabt. Nach 1. Korinther 15, 51 ist es eben so, dass wir bei der Entrückung auch wieder unseren Auferstehungs-Light bekommen. Wie Adam und Eva oder vielleicht sogar höherwertiger. Aber das werden wir dann sehen. Da steht ja, wie die Engel werden sie sein in der Auferstehung. Also schauen wir mal, wie unser Körper aussehen wird, den wir bei der Entrückung bekommen. Aber mindestens so wie von Adam und Eva, vollkommen perfekt. Ohne unfähig zu Sünde. Ja, so sieht die Sache aus. Oder wie gesagt, da gibt es ja auch Christen, die glauben, und das ist auch gerade auf TikTok ein Thema, dass das eine Ehrlehre ist, dass wir vorher entdrückt werden. Und es gibt ja keine geheime Entrückung, aber es ist eine absolute Ehrlehre, dass wir vorher entdrückt werden. Was sagst du eigentlich dazu? Ja, ja, diese Leute, die sowas behaupten, die sind nicht wiedergeboren. Ganz einfache Sache. Weil wir den Herrn Jesus ja jede Sekunde erwarten. Und Matthäus 25 eben das Gleichnis mit den Jungfrauen, den törichten Jungfrauen, die einschliefen und nicht Öl sich besorgt haben, also nicht wiedergeboren waren. Das Öl ist ein Bild auf den Heiligen Geist, was wir empfangen. Und die klugen Jungfrauen waren eben die Klugen, die eben dafür gesorgt haben, dass die Heiligen Geistes voll sind. Also das sind die Wiedergeborenen. Und dann kommt der Bräutiger, wo die es nicht erwarten. Das ist die Entrückung. Und dann nimmt er eben die klugen Jungfrauen mit. Und der Rest wird zurückgelassen. Ich bin euch. Also die Entrückung ist eben sehr, sehr wichtig. Deswegen, wer keine Ahnung hat von der Entrückung und das nicht lehrt, ist ja kein Problem. Aber wer lehrt und dennoch falsch lehrt, dann hat er den Geist des Antichristen. Aber wie hochmütig muss man sein, dass du lehrst und dann lehrst du noch falsch? Also wie hochmütig, wie verdorben musst du in deinem Kopf sein, dass du so lehrst und dann noch da auf dieser Lehre beharrst? Wie krank musst du eigentlich sein? Du lehrst das Wort Gottes. Das ist ja nicht so, ob du einfach ein Dank-und-beck-dack-Heft lest und dann sagst du ja, das ist so und so. Du lehrst auf dem Wort Gottes und verführst die Menschen und verdrehst das. Ja, ganz klar, hat jetzt 24 in der Zeitrede zum Beispiel sagt der Jesus auch eben, das ist ein böser Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Oder der Jura, hat er sich nicht da lustig gemacht über die Wiedergeburt und das Absterben? Ja, hat er gemacht, zusammen mit dem... Der Jura hat mal gesagt, irgendwas mit, ich will doch nicht so ein obdachloser Penner im Himmel sein. Ich will doch nicht so ein Außenseiter sein. Obdachloser Penner im Himmel. Überleg mal, was der für ein Geist hat. Das hat er gesagt, das hat er gesagt. Ja, aber solche Leute müssen auch eben dementsprechend andere Leute verführen. Nein, nein, die wollen Leute haben, die intelligent rüberkommen, die intelligent reden können, die intelligente Fachwörter einsetzen können. Die wollen solche Leute haben. Die wollen nicht so einen wie du haben, der hart und fair. Ja, die wollen sowas nicht. Du musst erst mal diese Fachwörter, diese ganzen Fachwörter, die musst du erst mal reden, wie die. So intelligent reden, mit Krawatten. Ja, gut, das ist ja kein Problem. Aber das ist ja eben nicht intelligent, wenn der sagt, dass er nicht ein obdachloser Penner im Himmel sein will. Das ist schon, wenn jemand auf Intelligenz steht, muss er sofort sagen, dieser Typ, der hat ein Hemd, Hemdriss. Du musst dir mal vorstellen, die Leute sagen, man muss nicht bereuen. Man muss nicht seine Sünden bereuen, nur glauben. Also das heißt, du hast 30 Menschen getötet, TikTok-sportlich, und du bereust es aber nicht, aber du glaubst. Ja, ich glaube jetzt, aber du bereust nicht dein Geist. Ja, ganz bestimmt. Ja, ohne Buße, einfach glauben. Mein Glaube setzt ja auch nicht zu Buße. Es gibt einen Glaube, der nicht zu Buße ansetzt, zu Reue. Wenn du einen Glaube rettet, ganz bestimmt. Ja, deswegen ist er auch gerettet. Und deswegen wird er auch als Penner im Himmel sein. Als obdachloser Penner. Na, das passt ja alles zusammen. Ob der das will oder nicht, aber obdachloser Penner wird er sein. Das ist so krank. Das passt so obdachloser Penner, Leere im Himmel. Verstehst du? Mich würde er wundern, dass er nicht obdachloser Penner im Himmel sagt. Also da würde ich sagen, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Der muss sowas sagen. Das passt dazu zu dieser anderen Lehre. Dass er ja kein obdachloser Penner im Himmel sein würde. Ich würde mich wundern, wenn er das nicht sagen würde. Das passt alles sehr schön zu seiner Lehre. Ja. Oder diese Leute haben kein Demut. Diese Leute haben keine Bruder. Die beweisen, wie die immer reden. Ja. Und der Judas hat mit dem Herrn Jesus gechillt. Die haben gechillt. Die sind rumgelaufen. Die haben gechillt. Was ist das für eine Aussprache? Die reden so. Ja, Digga, wer hat gechillt mit dem Herrn Jesus? Wie krank ist das bitte? Haben die keinen Respekt vor dem Wort Gottes? Nichts. Weißt du, um was es geht? Es geht darum, damit die Frauen sehen, oh, was für Helden. Weil die Frauen in Unterbewusstsein, die mögen ja Männer, die nach vorne gehen und predigen. Es ist ja so, die Frau ist das schwächere Gefäß und die fühlen sich dann auch gut. Weil die denken wirklich, pass auf, diese Leute da auf TikTok, die fühlen sich ja gut. Die denken, ja, guck mal, wir gehen nach vorne. Guck mal, wir werden von unserer Gemeinde geliebt. Die Leute schreiben uns. Ich will gar nicht geliebt werden. Ich will gar nicht anerkannt werden. Ich will gehasst werden. Ich will gar nicht von den Christen geliebt werden. Ich will gar nicht geliebt werden. Ich will jetzt gehasst werden oder geliebt werden. Die Wahrheit ist neutral. Nein, ich will doch nicht sagen, du willst doch nicht, dass die Leute zu dir kommen und Fotos mit dir machen und sagen, Reza, du bist der Beste. Ja, natürlich nicht. Wenn man das deswegen macht, dann tut der Ego das nicht. Ja, das meine ich ja. Und du willst doch nicht, dass die Leute dir so Autogramme und sagen, boah, du bist der Beste, ich will das aber nicht. Ja. Und manche machen das, leider ist es so, die machen das Fame, damit sie gesehen werden. Die schreiben nur ein Buch, um Geld zu machen. Es geht auch. Ja, ja, natürlich. Fame, Fame, aus dem Fleisch heraus, klar, natürlich. Anna Fritz und Paulus wurde ja auch sehr bekannt innerhalb der Christenheit. Der ist weltbekannt in der ganzen Welt, aber der wollte ja nicht bekannt werden, um sich jetzt so als Gockel zu fühlen. Nein. Er hat seinen Dienst getan, ob der dadurch bekannt wird oder nicht. Das ist egal. Aber er hatte Bruderliebe gehabt. Aber er hatte Bruderliebe gehabt und hat es für den Herrn gemacht. Natürlich hat er Bruderliebe gehabt. Jeder wiedergeborene hat Bruderliebe. Amen. Aber diese Leute wollen Fame werden, Guck mal, Bruder, diese Leute kommen bei mir rein und sehen, ich habe 300, 400 Zuschauer. Das musst du dir mal geben. Die lästern über mich, kommen rein und sagen, Bruder, wie toll ist das denn? Zehn Minuten später sind die in einem anderen Stream und lästern über mich. Wie krank ist das? Das hätte der Apostel Paulus nicht gemacht. Der wäre nicht zu uns reingekommen und hätte gesagt, meine Brüder sei gesegnet und fünf Minuten später würde er dann hingehen und über uns ablästern. Das wäre doch keine Bruderliebe. Nee. Das ist doch geheuchelt. Das ist doch krank. Ja, so ist das dann. Und deswegen, weil die eben hier, Matthäus 24, Abvers 46. Oder noch vorher, warte mal. Bruder, ich sage dir, wir sind ein Apostel Paulus heute in den Gemeinden. Die würden ihn alle rausschmeißen. Ja, sicher. Die würden ihn rausschmeißen. bloß hier aus, wie nennt man das, von den Gemeinden halt ausgeschlossen. Der wurde nicht mal aufgenommen. Deswegen schreibt er in den dritten Johannesbrief. Derjenige, der aus der Gemeinde will uns nicht aufnehmen. Ja, was meinst du, wenn Johannes der Täufer gekommen wäre und hätte dann so auf der Straße gepredigt oder so in den Gemeinden gepredigt, die wären alle vor Schreck rausgegangen, hätten gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist uns zu hart. Das ist zu hart. Ja, von dem nur das, würde ich sagen, der hat eine an der Schädeldecke. Ja. Ja. Immer das Schlimmste nehmen, wenn es um Menschen geht und um die Laudizei. Immer das Schlimmste. Das Allerschlimmste trifft so immer. Matthäus 24, das ist 24, wenn aber jener böse Knecht, sagt der Herr Jesus zu diesen Menschen, in seinem Herzen spricht, mein Herr, sollt zu kommen. Also mein Herr kommt noch lange nicht. Und das sind die Leute, die eben nicht den Herrn Jesus erwarten zur Entrückung jede Sekunde. Die sagen, nein, Jesus Christus kommt noch lange nicht. Es gibt gar keine Entrückung vor Entrückung. Spricht nicht, mein Herr sollt zu kommen. Und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken. Das hast du gesehen an deinem eigenen Leib. Ja, was diese falsche Sekte Werdedicht mit dir gemacht hat. Die haben ja den Knecht, als du warst, du bist ja der Knecht des Herrn, geschlagen. Die haben dich ja schlecht behandelt. Ja, natürlich. Du musst dich nicht unbedingt körperlich schlagen. Du kannst jemanden sogar schlimmer treffen, wenn du ihn psychisch fertig machst. Bruder Reza, es gibt ja auch eine psychische Gewalt. Bruder Reza, ich war in der Gemeinde, ich kannte diese Leute nicht. Ich kannte diese Leute nicht. Dann habe ich zu denen gesagt, wirklich, kein Spaß. Das sage ich nicht, um mich zu erhöhen. Ich kam rein, ich habe alle umarmt, jeden Einzelnen. Und dann habe ich zu denen allen gesagt, hier geht keiner raus, bevor ich euch allen die Füße gewaschen habe. Und das habe ich gesagt, das machen wir im Verborgenen, da in den Raum. Die haben alle gelacht, die haben alle gelacht. Die meinten, es ist ja schön und gut, dass du so viel Liebe hast, aber du bist uns ein Anstoß. Also du bist zu aufdringlich. Also das heißt, stell dir mal vor, ich komme zu dir und sage, Bruder, bist du auch errettet und ich umarme dich und du sagst, geh mal weg von mir, du bist mir zu anhänglich. Bitte geh, das nervt mich. Das ist doch keine Liebe. Das ist doch keine Liebe. Ich würde sofort meine Füße waschen lassen, weil ich komme sehr schlecht dran. Ich kann mich nicht mehr so gut beugen, weil ich die Kirche auch bekommen habe. Das würde ich jedem machen, so wie der Herr das auch getan hat. Der Herr hat sich auch betäußert. Der Herr war sich auch nicht zu schade, Menschen die Füße zu waschen. Also bin ich mir auch nicht zu schade, Brüder, Herrn die Füße zu waschen. Bin ich mir auch nicht zu schade. Ganz ehrlich, und so wie der Herr Jesus uns geliebt hat, so sollen wir auch lieben. Ohne geheuchelte Liebe. Bin ich mir nicht zu schade. Ja. Aber Leute, die das aufnehmen, Resa, und das ins Internet stellen, Heuchelei, Heuchelei. Das ist eine geheuchelte, das ist keine Liebe. Wenn ich Christen sehe, die so Füße waschen und das aufnehmen, das ist doch nicht, das ist doch nicht mehr Dienst des Herrn, das ist doch voll Heuchelerei. Wenn ich Christen sehe, die Videos machen, wie die armen Leuten Geld geben und dann so in die Kamera gucken, das ist doch Heuchelerei. Das hat doch gar nichts mehr mit dem Herrn zu tun. Natürlich. Ja. So sieht es leider aus. Und fängt an, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken. So wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, wo er es da ist, nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn entzweien, in zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und zährende Knirschen sein. Ja. Das ist dann die Hölle. Das ist der Feuersee. Ja, guck mal. Herr Jesu Christ, Reza, ich wollte mich bei dir vom ganzen Herzen danken. Durch deine Arbeit habe ich mich zum Herrn gegeben. Ja, super. Halleluja. Alle Ehre und Dank dem Herrn Jesus Christus, dass er mich benutzt, um Menschen zu ihm zu führen, damit die errettet sind. Das freut mich sehr, italienischer Christ. Das ist eine sehr schöne Nachricht. Danke dem Herrn Jesus vom ganzen Herzen. Wunderbar. Wie lange bist du denn schon im Herrn Jesus Christus? Ja, User 087. Der Herr Jesus benutzt jeden Menschen. Hallo. Wie einen zum... Hallo, grüß ich. Ja, erstmal mit Friedo und die Gnallis mit euch. Bitte. Ich höre mit dir auf mit dir. Noch mal bitte. Ja, danke. Schön, schön, schön. Erzähl mal, wie du zum Herrn gefunden hast. Genau. Wann? Gut, das fing eigentlich damit an, als ich mir also die Videos auf YouTube von meinem Bruder angeschaut habe, von den Amir. Ja. Da war ich schon sehr angetan, also vom Herrn Jesus. Also, ich habe eigentlich so gelebt, wie ich wollte. Nur als ich auf deinen Bruder gestoßen bin, auf seine Videos. Ja. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht hier, was danach kommen wird, nach dem Tod, weißt du? Ja. Danach bin ich auch auf deine Videos gestoßen, also deine Vorträge. Da muss ich ehrlich sagen, das war der entscheidende Punkt für mich. Ich muss zum Herrn kommen und bei Ihnen um Vergebung bitten, damit ich errettet werde. Und schön, sehr schön. Super. Nee, aber vor allem einer deiner Vorträge, die ich mir mehrmals angeschaut habe, das war die, wo du über diese ganzen Rockerbanden aufgeklärt hast. Und ich habe mir auch damals diese ganzen Rockerbanden angehört, also der Musik. Ja. Und durch deine Arbeit muss ich ehrlich sagen, dass ich da schon so eine Abneigung bekommen habe. Weil diese ganzen Musikvideos, ey, wenn man gar nicht im Heiligen Geist ist, dann checkt man ja gar nichts. Nein. Die sind ja auf einem geistigen anderen Frequenz. Ich meine, der Satan operiert ja aus der geistigen Ebene. Und das ist viel, viel höher als die geistige Ebene, womit die Menschen hier zu tun haben und woraus die agieren. Das ist viel niedriger hier, die geistige Ebene, als das, wo er operiert. Das ist viel, viel höher. Ja, aber ich habe auch schon gemerkt, also seitdem man wiedergebogen ist, da sieht man die Welt aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, auf jeden Fall durch den Heiligen Geist siehst du dann plötzlich die Matrix dann. Du siehst diese Welt, diese gefallene Welt, wie sie gesteuert wird vom Satan und seine Dämonen und wie die Menschen gefangen sind in diesem System, weil sie eben blind sind und das nicht erkennen können. Dann siehst du es auch einmal. Ja. Dann geht das. Am Anfang habe ich das selber nicht verstanden, aber jetzt, wo ich beim Herrn bin, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Seitdem verstehe ich auch, was du uns die ganze Zeit damit sagen willst. Oder die anderen Glaubensgeschwister. Ja. Sehr gut. Wie lange bist du jetzt schon im Herrn? Es sind jetzt so vier Monate so ungefähr. Ja, ich bin ja auch noch ein ganz junger Bursche hier. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? 27. 27 ist sehr jung, ja. Ja, aber das Ding ist halt, der Tod kennt ja kein Alter und das könnte jeder und jeder Sekunde. Absolut, absolut. Das kann schon mit 28 vorbei sein oder 27 anhalten. Ja. Deswegen muss man so schnell wie möglich so sofort sich in Sicherheit bringen zur Rettung, zum Herrn Jesus und dann ist man auf der sicheren Seite und dann kann man dann in Ruhe dem Leben so zusehen. Genau. Vor allem, es gibt ja auch eine Stelle im Lukas Kapitel, aber ich muss noch mal nachgucken, wo da steht, dass Gott da auch noch in dieser Nacht deine Seele von dir verlangt. Aber ich habe jetzt den verslichen Kopf. Ja, Lukas 16, ja genau. Derjenige, der eben in seine Scheune sammelt und sagt, ich will noch mehr sammeln, damit es mir gut geht. Und dann sagt er, heute Nacht wird man von dir deine Seele fordern. Was sammelt du? Genau, richtig, sehr, sehr gut. Aber ich würde mich auch sehr interessieren, wo sind die Menschen da draußen? Die denken, die leben hier ewig oder noch 100 Jahre und sagt, man sagt, man sagt, man sagt, dass sie blödsinn sind. Ja, genau. Ja, sehr gut. Das freut mich sehr. Was sagen denn deine Familie dazu? Bitte? Was sagen denn deine Familie dazu? Die sind bestimmt katholisch, ne? Denk nämlich mal an. Ja, meine Familie sind Katholiken. Nur, ich habe sie auch, ich habe sie auch darauf angesprochen, dass sie zum Herrn kommen müssen. Ja. Sonst war es das für sie. Ja. Aber, Reza, ich kann niemanden dazu zwingen, der Mensch hat den freien Willen, das müssen die selber entscheiden. Absolut, ja, klar. die sagen dann nicht, irgendwie bist du, bist verrückt geworden oder Insekte oder sowas, sagen die nicht? Ne, 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 überhaupt nicht. Ah, okay. Dann sind die sehr... Ich habe nur gesagt, ich habe nochmal selber die Schriften aufgeschlagen, habe mir jetzt auch deine Vorträge angeschaut hier und die haben mir wirklich sehr geholfen, muss ich ehrlich sagen. Sehr gut. Ne, also hier, Reza Möge, der hat dich rechtlich belohnt für die Arbeit, die du machst hier. Geh nach vorne, ne? Ja. Ja. Und da war eine gute Nachricht heute. Ja, definitiv, ja. Sehr schön. Sehr schön. So was freut mich. Ich muss auch wieder rauskommen, um ein paar Sachen zu erledigen, aber ich wünsche euch allen Gottes Segen. Angst, klar, danke dir für dein Zeugnis. Gottes reiche Segen. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, wunderbar. Also, es gibt einen wieder... Halleluja. Halleluja. Da muss man weitermachen, so gut wie wir können. damit auch wieder der Nächste und der Nächste errettet wird. Immer weiter. Ja, so, 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 so ist das. Gott ist Segen, Otto. Ja, und so ist das halt auch mit den Leuten, die eben den Herrn Jesus nicht erwarten, so schnell wie möglich, dass er kommt zur Entrückung, dass sie dann anfangen. Ich meine, das Problem ist ja auch, eine Ehelehre kommt selten alleine. Ich habe zum Beispiel in der Erfahrung, die ich jetzt habe, nach neun Jahren herausgefunden, dass die Leute, die die Entrückung vor der Drangsalzeit ablehnen, dass das nicht bei dieser Ehelehre bleibt, sondern die stecken noch in weiteren Ehelehren. diese Menschen zum Beispiel lehren wie der Verlierbarkeit des Heils gleichzeitig viele von denen. Also eine Ehelehre kommt selten alleine. Wenn die zum Beispiel alles andere sauber lehren würden, würde ich sagen, okay, komm, das ist geschenkt, obwohl keine Ehelehre ist geschenkt. Aber ich würde trotzdem sagen, komm, ein Fehler in der Lehre ist kein Problem. Aber es ist ja nicht so. Eine Ehelehre hat irgendwo ein Leck, dass da diese Lehren rauskommen. Da ist irgendwo nicht alles dicht. Sonst würden diese Sachen nicht rauskommen. Deswegen muss man strenger beurteilen. Und wie ich sage, wenn du keine Ahnung hast von der Entrückung, wenn du es zum Glauben gefunden hast gerade und du hast null Ahnung von der Lehre, von der Bibel, vom Wort Gottes, du bist zum Herrn Jesus gekommen frisch, wie ein Baby, von nichts in Ahnung, dann ist das kein Problem, dass du von der Entrückung nichts weißt. Das ist wieder was anderes. Aber wenn du Ahnung hast von der Bibel und dann falsch lehrst, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen. So einfach ist das. Dann lehre nicht. Dann halt dich zurück. Hallo Otto. Du bist ja hier oben, aber man hört dich nicht. Otto, spreche, spreche, nicht schreiben. Wer ist da runter? Otto, spreche, nicht schreiben. Er kommt oben und schreibt im Text. Das ist auch heftige Kombination. Aber ich glaube, das ist, soweit ich mich erinnern kann, jetzt als ein polnischer Christ. Ach so, Bruder, was ich sagen wollte, die Christen fallen ja auf diese Helene rein. Dazu kannst du auch was sagen. Die ist jetzt richtig aktiv hier. Schon wieder? Ich lasse in der Zwischenzeit nicht wahr, die müssen runter. Nein, nein, nein. Die ist jetzt überall in den christlichen Streams und die ganzen Christen sind mit denen zusammen. Bruder, ist das die Charismatikerin? Nein, die ihre Seele verkauft hat. Diese Christen sagen böse, Dennis. Dennis, böse. Diese Helene braucht Hilfe und du hilfst dir nicht. Helene, Helene. Ja, das ist so eine B-Promi oder C-Promi von Big Brother. Oh, keine Ahnung. Die kenne ich alle nicht. Hat mich nie interessiert für welche Menschen. Ja, die ist dann plötzlich hier zum TikTok gekommen und hat angefangen, die Laudy C zu verführen und die hat viele verführt. Und so wie der Bruder Dennis mir das erzählt hat, die sagt so, zu den Christen plötzlich aus dem Nichts. Dann sagt die, ich hasse euch alle Christen und dann weint die so. Und dann die Christen, diese Laudy C, die komplett verloren sind. Da sagt sie, oh, sag doch nicht so was, Schwester, dass du uns hasst. Und die so, ja, doch, ich hasse euch alle, ihr Christen. Das ist mir so leid. Das ist halt Christenheit. Warte, ich erzähl euch das. Eine verrückte als die andere. Bruder Reza, der saß und sagt, das ist unnüchtern. Pass auf, sie kommt, sie ist live und sagt so, wisst ihr was, Christen, euch kann man gar nicht ernst nehmen. Und dann sagen die so, warum, Elene? Weil ihr einfach lauwarm seid. Und dann weint die so und dann beten die, nein, Elene, wir beten jetzt für dich. Und dann lehrt die noch. Und dann lehrt die noch ein wiedergeborener Christkampf vom Glauben abfall. Die peipst richtig ein, die Laodicea, die führt sie richtig, wie ein Mann. Und die hat mich auch voll geblockt. Ich seh die auch nicht mehr. Ich hab nach ihrem Namen geguckt, aber die hat mich schon längst geblockt. Ja. Hardcore, Hardcore. Ja, und die Leute haben die auch was anzahlen. Die wollten was sagen. Für die 90 Zuschauer, die jetzt hier, also fast 90, sie sagt, ich hab eine Blockade in meinem Herzen. Ich bin unbußwertig. Da sagt sie so, ich bin, ich hab irgendwie eine... Das sagt ja noch den Laodicea ins Gesicht, oder was? Ja, hat sie gesagt. Da hab ich das leider nicht. Ich wollte das gerade ausnehmen. Ich kann nicht mehr. Sie sagt es denn ja schon ins Gesicht. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Das darf man keinem erzählen. Wir beten jetzt für dich. Komm, wir halten zusammen. Aber ich bin unbußwertig. Ich bin der Teufel. Nein. Komm, wir beten für dich, Satan. Sei doch nicht so. Es gibt einen anderen Ausweg für dich. Komm, wir schaffen das zusammen. Ja, Schrank, ne? Lass uns zusammen beten zum Satan. Lass uns gemeinsam beten, dass du errettet wirst. Mehr Liebe, genau, mehr Liebe für Satan und seine Verführungsmaschen. Mehr Liebe. Ja, aber es nimmt schon pathologischen Zustände an. Die Helene ist einfach nur ein Paradebeispiel, wie es geistig um die Laudis sehr bestellt ist. Aber Hula-Desa. Ja. Erst, wo ich sie entlarvt habe, hat sie sich in die Christenheit eingeschlichen. Erst dann. Erst dann. Ja. Ich kann mich sogar erinnern, ganz am Anfang, wo die neu war. Und dann hat sie versucht, auf diese Tränendrüse zu drücken, auf Mitleid. Ja. Dann hat sie gesehen, dass die bei dir, bei mir und den Geschwistern hier nicht durchkommt. Ja, auf diese Mitleid-Tour. Und dann hat sie es dann bei den anderen probiert. Und bei den anderen ging es plötzlich. Ja, ich weiß. Das ist heftig. Wie ich das immer sage, zu veranschaulichen, guckt euch den Film Exorzist, diesen harten ersten Teil aus den 60er, 70er Jahren, an, wie der Dämon eben seine Strategie ändert. Wie der einmal auf einmal auf Mitleid tut, damit du schwach wirst. Meiner hätte er auch den Damien bekommen, diesen jüngeren Priester. Da sagt der Dämon auf einmal mit einer anderen Stimme, Damien, warum tust du mir das an, Damien, bitte, hab Gnade mit mir, Damien, du bist doch so ein netter Mensch, so ein gutherziger Mensch. Und der Damien, plötzlich, dieser jüngere Pfarrer, wird auf einmal schwach. und denkt, okay, ja, ich hab Mitleid mit dir, ich darf ja nicht ein schlechter Mensch sein, ich muss mein Herz öffnen und der Dämon freut sich in dem Moment. Und dann kommt der ältere, erfahrenere Dingens, als Bruder, also Erfahrer, und sagt, Damien, Achtung, Achtung, nicht, nicht öffnen das Herz. Das ist wirklich heftiger Film, also zur Veranschaulichung, wie die Dämonen dann halt die Strategie ändern. Wenn das Intelligente nicht funktioniert, dann mit der Härte, mit Gewalt und Angst und Drohung, wenn das auch nicht funktioniert, dann wechseln die die Strategie und machen eine auf net und auf die Mitleidstour. Und wenn das nicht, wenn auch da, wenn du da auch widerstehst, dann gehen die, so wie das im Wort steht, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Aber die meisten Christen widerstehen nicht, die werden irgendwann mal schwach und dann guckt er rein. Irgendein Eingang findet er schon bei Schwachen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. So, die Kraft des Widerstehens kommt ja vom Heiligen Geist und wenn man den Heiligen Geist nicht empfangen hat, dann ist man Bruder Riesel, ich habe Lisa ein Video geschickt. Guck dir das mal bitte an auf ihr WhatsApp mit diesem PokerTV. Ich habe es gesehen heute. Und, was sagst du? Ja, natürlich heftig. Das war es ja schon, den hast du schon sehr oft entlarvt. Das wissen wir ja schon. Ja, aber das war noch gar nichts. Also, davor war das noch heftiger. Also, das ist noch gar nichts. Also, davor hat er richtig noch viel heftiger geredet. Noch viel heftiger. Da musste ich ihn ja wieder fragen. Am Anfang hat er richtig brutal geredet. Da hat dich Gänsehaut bekommen. Das war jetzt noch so, ja, okay, ist schon heftig. Aber das andere, wo er meinte, ich werde dich in die Hölle mitreißen, da hast du richtig noch mal extrem den Dämon rausgehört. Ja, 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 ja. Ja, Dinosaurier gab es, das Buch Hiob berichtet uns davon. Da gibt es zwei Arten, eine fleischfressende und eine vegetarische sozusagen. Der eine heißt Behemoth, der andere Leviathan. Das ist in Hiob Kapitel 40, ich weiß nicht, das, ne? Hiob Kapitel 40, Herz 25 zum Beispiel, dort wird der Leviathan beschrieben, der eben auch im Wasser lebt und sehr aggressiv ist, also auch ein Gleichfresser und dann wird er auch die Behemoth beschrieben. auch in Hiob Kapitel 40 meine ich jetzt, wo ist das denn? Ach, nee, 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 nee. Ja, Kapitel 38 bis 40. Hiob Kapitel 38 bis 40. Da werden zwei Dinosaurier beschrieben. Die lebten aber, wie gesagt, mit Hiob zusammen, also mit Hiob in der Hiob Zeit damals. Also nicht, dass sie vor, was weiß ich, vor 5 Milliarden, 65 oder 50, 65 Millionen Jahren ausgestorben sind, so ein Quatsch. Die Erde ist knapp 6000 Jahre alt und dann gehen die Sachen so von statt. Auch die Dinosaurier sind ausgestorben. Ja, wie gesagt, die Bibel berichtet von Dinosauriern. Vielen Dank, der Hetz-Profi. Übrigens, diese Leviathan und Behemoth und so weiter, diese Dinosaurier werden von Satanisten ans Dämonen verehrt. Total verrückt. Sekunde, also berichtet die Bibel, dass das Leben auf der anderen Planeten gibt. Nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe ja die Bibel bestimmt schon neun oder zehn Mal gelesen. Also das ist mir nicht aufgefallen, aber trotzdem kann mir immer was durch die Finger flutschen, klar, dass ich was übersehe, aber ich meine, nein. Die Erde und die Lebewesen hier auf der Erde sind das Einzige. Gott liebt die Menschen und diese Erde und hat alles für uns nur erschaffen. Alles, diese ganze Größe des Universums, alles zu seiner Ehre und natürlich auch für uns. Damit kann man auch sehen, dass wir was Besonderes sind für Gott, dass er alles nur für uns erschaffen hat, dass wir im Zentrum seiner Fokus sind, seines Herzens. alles für uns wie nichts anderes und das gibt dann wieder ein anderes Selbstbewusstsein, richtig? Wenn du weißt, dass dieser Gott, der so unglaublich allmächtig ist und allwissend, dass er alles tut nur für uns, dann natürlich er ist es natürlich für seine eigene Ehre, dass wir seine Majestät erkennen, aber direkt steht ja direkt an zweiter Stelle wir. Das macht er für uns. Für wen hat er Sauerstoff gemacht? Für wen hat er die Meere gemacht, die Tiere da drin, die Fische, die Meeresfrüchte? Für uns. Damit die Menschen sich ernähren, damit sie diese Herrlichkeit sehen, sich erfreuen. Für wen hat er die Sonne gemacht? Die Photosynthese. Für wen hat er den Mann gemacht? Für wen die Frau? Für uns. Alles ist für uns. Für wen hat er die Früchte gemacht? Das Gemüse. Die denken ja alle, wir stammen ab von Bakterien oder von irgendwelchen Tieren. Es gibt viele Menschen, die von Bakterien abstammen. Man sieht das ja, wenn sie den Mund aufmachen. Dass die Urgroßeltern Bakterien sind, waren. So vor 180 Jahren. Aber normalerweise normale Homo sapiens nicht, nein. Es gibt Menschen, die pochen ja darauf, dass sie Affen sind. Die sagen, ey, wenn du sagst, dass ich kein Affe bin, dann bist du doof. Ich sage zu dem, nein, du bist kein Affe, du bist ein Mensch. Affen sind Affen und du bist ein Mensch. Da wird das auch. Dann sagt er, nein, ich bin ein Affe. Ich bin ein Atheist. Wie kannst du zu mir sagen, dass ich kein Affe bin? Die sagen wirklich, der Mensch, jetzt ist eine andere Affenart. Die sagen zu dem, eine Trockennasen-Affenart sind wir. Und dann muss ich dem sagen, nein, du bist kein Affe. Und dann sagt er, doch, Reza, hör auf mich zu beleidigen, ich bin ein Affe. Dann muss ich sagen, okay, wenn du unbedingt Affe sein willst, dann sei Affe. Aber lass mich raus. Du bist Affe, ich bin kein Affe, ich bin ein Mensch und ist jeder zufrieden. Aber zu sagen, dass wir alle Affen sind, nein, das machen wir nicht. Aber die kämpfen wirklich in so Debatten, dass sie unbedingt herausfinden wollen, also dass die Gegenseite davon überzeugt, werden muss, dass der Atheist dann eben eine Affe ist. Das ist ein unglaublicher Kampf. Das ist ein sehr edler Kampf. Dann kannst du bitte noch einmal erklären, was das mit Seele verkaufen auf sich hat. Es ist ja so, dass der Satan nach 2. Korinther 4, Vers 4 der Herrscher dieser Welt ist. Gott hat ihm diese Erde überlassen. Und das wird der Herr Jesus, wenn er zurückkommt, ihm auch wieder abnehmen. Aber bis dahin müssen die Sünder in seinen Händen sein, in den Händen des Teufels. Er darf scheitern, umalten, wie er will. Natürlich das letzte Wort hat der Herr Jesus, der Gott. Und weil er eben diese Welt beherrscht, kann er auch den Leuten, die eben in seine Kompanie einsteigen, ihm dienen und versuchen halt Menschen für ihn, für die Hölle zu gewinnen, dann geht er mit denen einen Deal ein. Und bietet ihnen eben alles, was sie sich wünschen. Dafür müssen sie aber eben helfen, dem Satan, Menschen in die Hölle zu locken, Seelen in die Hölle zu locken. Durch ihre Arbeit. Und das gehen dann viele, viele Menschen ein. Dass die ganzen Stars haben eben diesen Deal schon gemacht. Den mit dem eigenen Blut unterschrieben. Dann wird auch ein Baby an dem Tag dann auch bearbeitet. Dann wird der Saft rausgenommen und dann getrunken, das Fleisch und dann ist man drin. Ja, so läuft das dann ab. Dann bist du drin und dann arbeitest du für den Satan. Du empfängst eben einen Dämon oder mehrere ganze Legionen, die dich dann auch führen und dann deinen Körper benutzen für ihre Machenschaften. ist das bewiesen, dass es auch der anderen sein Leben gibt. Ob das bewiesen ist oder nicht. Du bist jetzt, hat man nur bestimmte ganz, ganz einfache Lebewesen oder was vermutet irgendwo oder Wasser vermutet, was auch immer. Was ist alles Theorie? Was war denn mit das Böses? Ja, das war die letzte Frage. Ja, danke dir auch. Child of God. Ja, und sobald sie dann halt mit ihrem Blut unterzeichnen und dann ist vorbei dann. Dann ist vorbei. Ja, du musst unbedingt, das ist auch sehr heftig, wenn du nächstes Mal wieder einen Film entschlüsselst, du musst mal Godzilla entschlüsseln. Ja, Godzilla ist ja auch Jesus Christus, ne? Das ist heftig, Godzilla. Aber das ist sehr versteckt, das ist wirklich gut versteckt. Da gibt es gute Hinweise, aber trotzdem kommst du nicht dahinter. Also spätestens da, wo der Drache sich dann gegen das Kreuz aufstellt. Es ist ein Kreuz aufgestellt und der Drache ist auf dem Berg und stellt sich zum Kampf gegen das Kreuz auf, weil Godzilla 2, das ist ja ein heftiger Film, das ist aber einer der heftigsten Filme überhaupt für mich. Godzilla Teil 2, wo der Godzilla gegen diesen Drachen da kämpft, diesen Dreiköpfigen, der ist ja so gigantisch, ne? Das stellt ja natürlich den Satan dar. Ja. Und da stellt eben der Satan sich auf den Berg, dieser Drache stellt sich auf einem hohen Berg, so wie das in Matthäus 4 steht, der Satan nahm ihn auf einen hohen Berg und dann dieser Drache stellt sich dann so in eine Kampfposition, Kampfgeste gegen das Kreuz. Und es ist ja so, dass Godzilla eben die Menschheit immer rettet vor diesen bösen Wesen, die immer wieder auftauchen und dann geht er wieder und im zweiten Teil, da stirbt er ja, da geht er unter das Wasser, das ist Taufe und dann durch eine Atombombe holt man sein Herz wieder zum Schlagen, also zum Leben zurück. Also das ist der Tod und Auferstehung des Herrn und dann kommt er zurück, nachdem er auferstanden ist von den Toten der Godzilla, kommt er zurück und besiegt dann den Drachen. Nee, ich hoffe, das ist gleich wieder. Ja. Aber Godzilla ist ja schon gut versteckt, ne? Also das ist so viel gut. Aber King Kong ist auch schwierig, King Kong, King Kong der erste Teil. Der erste Teil aus welchem Jahr? Ich sag dir ganz kurz, in welchem Jahr? Ist das der moderne, meinst du, der ist in den Kinos vor zehn Jahren oder sowas? Ein Moment, King Kong 2005. Ja, King Kong ist natürlich auch der Herr Jesus Christus eben. Der ist auch so unsterblich und also in manchen, in manchen Teilen wird er nicht besiegt, der ist unbesiegbar und er hat eine Braut, die aber nicht, also die Braut ist menschlich, er aber ist nicht menschlich und doch hat er so eine menschliche Ader und liebt diese Braut. Naja, der beschützt ja auch die Braut, der beschützt ja auch die Braut. Ja, nochmal. Und die Braut ist auch in weiß angezogen. Zum Beispiel in dem Film aus den 70er, 80er Jahren. Da ist auch die Braut eben in weiß gekleidet und die wird ihm zugeführt und er liebt diese Frau und er beschützt die auch und er stirbt ja auch für diese Frau später. Er nimmt die Kugel und so weiter auf sich und beschützt diese Frau. Und das ist eben Christus und seine Gemeinde, seine Brautgemeinde. Die wäre eine geschmückte Braut, zweite Korinther 11. Ich habe euch verlobt einem Mann als eine keusche Jungfrau. Also, letztens war ich selber überrascht, obwohl ich ja mit dieser Sache so vertraut bin. Trotzdem habe ich ja diesen Horrorfilm geguckt. Terrifier heißt er, dieser Clown, der die Leute abmetzelt auf brutale Art und Weise. Und dann mitten im Film, da nimmt er halt das Mädchen ein Riesen-Nagel, also so 15 Zentimeter großer und langer Nagel und rammt das dem Clown in seine Füße. Ja, der durchbohrt die Füße des Clowns mit einem Nagel. Und da war die Sache sofort klar. Und da war ich selber überrascht, dass in so einem Horror-Splatterfilm da auch den Herrn Jesus da drin verstecken. Das ist so unglaublich, wie perfide das Spiel hier auf der Erde ist. Und wenn man das einmal durchschaut, durch den Heiligen Geist, dann ist das schon grandios, so großartig, diese Erkenntnisse. Scheint so, als ob ihr Handy wieder live zu heiß geworden ist. Sekunde. Ach, nee. Es ist jetzt ein zweiter Film rausgekommen, ne? Godzilla ist jetzt rausgekommen, Riese. Hallo? Seifu? Was sagst du, Bruder, Danny? Der neue Godzilla-Film ist jetzt draußen. Boah, Bruder, ich habe jetzt wirklich, seit ich beim Herrn bin, habe ich vielleicht einen halben Film gekauft. Das ist nur für Entschlüsselung, ne? Es ist jetzt nicht so, dass du da hingehst. Es ist halt gut, wenn du das entschlüsselst und den Leuten sagst, guck mal hier, das ist der Jesus. Ich sage dir, worauf ich hinaus wollte. Seit ich beim Herrn bin, ich mache zum Beispiel einen Film an zu Hause und ich schaffe das gar nicht, zu Ende zu gucken. Weil ich sage, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Es wird mir langweilig und dann mache ich das Ding aus. Und ich schlafe ein und ich bin nebenbei ein TikTok. Aber ich gucke kein Video mehr, also kein Film mehr bis zum Ende. Das schaffe ich irgendwie nicht mehr. Ja. Ich habe mich auch nicht. Jun habe ich jetzt schon fünfmal probiert anzuschauen, weil mir einer gesagt hat, ich soll dir mal unbedingt mal gucken, bitte. Ich habe den fünfmal jetzt schon von neun gestartet, habe ich einmal durchgeguckt. So. Wo ist jetzt Bruder Reza hin? Er ist noch da. Oder? Ja. Ja. Ich habe ja gesagt, nächste Wochenende ist ja auch hoffentlich bald. Aber dann soll ich mal einfach das mal wieder zurückkommen. Herr Geschwister, ich gehe jetzt erstmal raus. Ich verabschiede mich bei euch allen. So Gott will, komme ich später nochmal live. Bruder Seifu, ich sage tschüss, ja. Hallo? Und wenn ja, ich war ein bisschen weit weg, ich habe Hände gewaschen. Achso, ich meinte, ich verabschiede mich erstmal. Gottes Segen. Gottes Segen. Weiß ich, was macht Bruder Reza? Ist er noch da? Oder ich halte ihn nicht mehr? Bruder Reza da. Ich bin da, ich bin da. Ich muss immer wieder was machen. Okay. Bruder Reza, ich gehe auch erstmal raus, ja? Alles klar. Gottes Segen. So Gott will, komme ich dann später nochmal. Okay, alles klar. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, das ist dann halt Bruder Zillard mit dem Drachen, der sich eben gegen das Kreuz aufstellt. Das ist dann halt. Das ist dann halt. Ja, jetzt habe ich das Bild mit Godzilla Teil 2 geschickt, wo der Satan, eben der Drache, sich gegen das Kreuz aufstellt. Ganz, ganz eindeutig auch für den letzten Nixraffer, dass er das auch rafft. Das ist diese Szene im Godzilla Kapitel Teil 2. Da stellt eben sich der Satan, der Drache, auf einem hohen Berg und stellt sich gegen das Kreuz auf zum Kampf. Ja, das ist das so, der Satan eben auch die Hollywood-Industrie unter seine Fittiche hat und immer wieder alle Filme eben so verschlüsselt. Ja, genau, Child of God, das ist ein Ausschnitt aus Godzilla Teil 2. Und die Leute, die halt in die Kinos gehen, die verstehen ja Bahnhof, die verstehen ja diese Filme, die denken, diese Filme sind einfach so zufällig gemacht, damit die Leute sich dann halt zwei Stunden gute Unterhaltung angucken. Dabei raffen die nicht, dass das hier richtig im Kampf um ihre Seelen stattfindet. Jeder Kinobersucher, der versteht einfach die Tiefen des Satans nicht. Dass er durch diese Filme eben die Menschen so dermaßen, also über sie sich auch lustig macht, dass sie so verloren gehen, weil er die Wahrheit vor die Augen stellt und die Leute können es nicht erkennen, obwohl das vor ihren Augen ist. Das ist ja grandios. Jesus, das zeigt ja auch eben seine Macht hier auf der Erde. So zeigt er, wie der über die Menschen schon herrscht, also im Bewusstsein, wie hoch der den Menschen überlegen ist im Geiste. Er stellt ihnen die Wahrheit vor ihrem Gesicht, vor ihren Augen und die können es nicht erkennen. Das heißt, die Manipulation, die er so gemacht hat über Jahrtausende, Jahrhunderte und Jahrtausende, die greift sehr, sehr gut. Und die hat schon sehr gute Früchte getragen jetzt. Gut, trotzdem ist er noch vorsichtig und verschlüsselt. Die Bibel. Also klar, der kann ja jetzt nicht bei jedem Film einfach die Bibel aufführen. Dann wird auch keiner mehr ins Kino gehen. Aber trotz allem geht der auch nicht so ganz, ganz damit hausierend. Das ist immer noch ein Riesengeheimnis. Genau, da in dem zweiten Teil, da stirbt Godzilla, das ist ja Jesus Christus eben. Aber da ist auch wieder dieser Reptil, der sich anstelle des... Das Bild ist weg. Godzilla eben, der stirbt und unter Wasser geht, sich hinlegt im Wasser, also unter dem Wasser, unterirdischen Gang. Das ist ein Symbolik für die Taufe. Tod, Taufe. Und dann kommt er heraus aus dem Wasser. Auferstehung, der Taufe und besiegt dann den Drachen. Den habe ich auch schon bestimmt zehnmal geguckt. Das ist einfach nur grandios, der Film. Der zweite Teil von Godzilla ist unglaublich. Einer der heftigsten Filme aller Zeiten für mich. Nicht nur, dass da Christus und Satan da drin verschlüsselt sind. Einfach auch, wie der Film so gigantisch gemacht wurde. Ja. Und er kommt aus dem Abyss, also aus dem Abyss raus, Abyssos. Der Satan, dieser Drache, aus der untersten Erde kommt er raus. Und alles biblische Darstellungen. Von vorne bis hinten Bibel verschlüsselt. Und der Godzilla, da ist ja schon das Wort Gott. Gott in seinem Namen. Godzilla. Das ist Christus halt. Der Gott ist. Und der den Satan besiegt, den Drachen. Aber weil Godzilla eben selber ein Reptil ist, ist da schon wieder die Symbolik dahinter, dass der Satan, das Reptil, die Schlange, sich anstelle des Christus setzt. Weil er neidisch ist. Auf Jesus Christus. Ja, was heißt Experte? Also das ist eine Gabe vom Heiligen Geist, die eben mir gegeben worden ist. Aber ich habe diese Gabe ja auch mitgeteilt mit den Geschwistern. Und viele Geschwister haben das jetzt auch. Die sehen das jetzt selber. Manche Geschwister sagen sogar manchmal mir Sachen, wo mir das nicht aufgefallen ist, dann später. Also das heißt nicht, dass ich jetzt, weil ich damit jetzt da, weil der Herr mich da ins Rennen geschickt hat, als Erster, um diese Geheimnisse zu lüften, dass er jetzt dabei bleibt, mitten hinein. Das hat sich verteilt. Und es gibt Geschwister, die diese Gabe auch bekommen haben und das auch sehr, sehr gut machen. Das ist halt fast jeder Film. Jeder Film. Ich muss nur mal ganz kurz, wie die Filme, also ganz, ganz alte Filme angucken, so aus den 40er, 50er Jahren. Also da, dass da zum Beispiel der Hollywood-Schauspieler James Dean sich anstelle des Herrn setzt in den Filmen. Das habe ich auch schon gesehen. Warte mal, ich schicke mal ein Bild. Ja, ich schicke gleich Alexa ein Bild. Da seht ihr, dass zum Beispiel James Dean schon in den 50er, 60er Jahren sich anstelle des Herrn gesetzt hat. Also das Thema ist schon sehr, sehr alt. Und zwar ein Bild von einem Film von ihm, wo er am Kreuz hängt und dann Maria und so weiter, die Frau da an seinen Füßen, an dem Kreuz ihn anschauen. Ich versuche mal das Bild zu bekommen. Den hat man ja auch kalt gemacht. Der ist auch mit seinem Porsche verunglückt. Das war ja so der schönste Jüngling da von Hollywood damals. Und dann hat man den dann geopfert für Satan, für die Dämonen, für den Teufel. Und dasselbe ist auch wieder dem neuesten Jüngling aus Hollywood passiert, der auch mit seinem Porsche den Unfall hatte und auch lebendig verbrannt ist. Wie hieß denn nochmal dieser... Paul, der von... Paul, wie hieß er? Paul... 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 Paul Walker, genau. Paul Walker, genau. Wir haben dasselbe, was sie mit James Dean gemacht haben, dem Hollywood-Schönling damals, mit seinem Porsche. Das haben sie wiederholt mit diesem Paul Walker, mit seinem Porsche. Der ist genau wie James Dean auch mit seinem Porsche verunglückt und lebendig verbrannt. Wo ist das Bild? Das bekannteste Bild, das gibt es auch als Poster. Das ist ein bisschen schwierig, welcher Film war das denn jetzt? Meinst du auch, dass ich das Auge zu halte? James Dean? Der James Dean? Der James Dean? Oder meinst du Paul Walker? James Dean meine ich, wo er sich das Auge zu halten. Meinst du das? Das Schwarz-Weiß-Bild gibt es da auf eins. Naja, weiß ich nicht. Also ich kenne kein gutes One-Eye-Bild von ihm. Aber hier, das habe ich jetzt gefunden. Ja, da ist es. Da ist der... Da ist der gekreuzigte Christus. Und Maria am Kreuz, unter seinen Füßen. Sekunde, ich schicke das mal Alexa. Was ist jetzt passiert? Ist das nicht runtergeladen? Was ist jetzt los? Mann! Das lädt nicht runter in Sekunde. Nee, warte. Nee, warte. So, ich schicke das jetzt sofort. So, ich habe dir das jetzt geschickt. Übertragen wir es mal auf den Hintergrund. Und... Achso, ich habe das Bessere. Moment, Sekunde, Sekunde. Ich schicke dir das Bessere. So, jetzt hier. Das Zweite. Ja. Achtet auch auf die Fußhaltung. Dieses geknickte Fußhaltung. Beide Füße übereinander zum Kreuz wie den Nagel. Und seine beiden Arme zum Kreuz. Und wie Maria eben den Herrn Jesus am Kreuz anschaut. Ich sehe das leider nicht. Bei mir waren nur Pausezeichen zu sehen. Ich weiß nicht, was die anderen gesehen haben, aber ich habe nur Pausezeichen gesehen. Nee, jetzt kommt das da. Ah, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. Ja. Das sind die Frauen am Kreuz, unter dem Kreuz, die den Herrn Jesus am Kreuz betrachten. Dann sieht man eben seine Arme, die zum Kreuz gehen. Die hängende Kopfhaltung am Kreuz, siehst du? Ja, diese hängende seitliche Kopfhaltung von Christus, wenn er am Kreuz hängt. Und dann seine Füße. Siehst du, er hat ja übereinander gestellt, damit der Nagel da reingehen kann. Das heißt, diese gehirnliche Programmierung läuft schon seit, ja, wer weiß. Ich muss mir noch ältere Filme anschauen, aus den 20er, 30er Jahren. Es gibt da so einen ganz, ganz heftigen Film, glaube ich, aus den 30er, 40er Jahren. Citizen Kane, glaube ich, heißt der Film. Der müsste auch wahrscheinlich Christus sein. Aber es sind halt sämtliche Filme, sämtliche Filme. Ja, der Satan hat es schon damals durch die Hollywood-Industrie immer wieder gemacht. Das Bild ist weg. Ich müsste mal ein Video machen hier für TikTok mit den ganzen Satan-Stars, wie die so diese Kreuzigungspose annehmen und sich anstelle des Herrn Jesus Christus setzen. Also, ja, eine Sekunde. Also, ja, eine Sekunde. Wir haben zum Beispiel die Sophia Tomala. Und die zeigt uns eben das Geheimnis ihres Erfolges. Ja, oder Reza? Ja. Kennst du das Cover von James Dean, James Franco, James, von James Franco, wo James Dean spielt? To fast to live, to young to die. Kennst du das, das Cover? Nee. Aber ich kann das mal eingeben. Gib das mal ein. Gib das mal ein. Sekunde. Ah, was ist das für ein Bild? To live, to young to die. Ja. Ja. Aber ich muss natürlich dazu den Film eingeben, ne? Film, weil da kommen andere Sachen. Ne, du, du, gibt es einfach, äh, ich hab James Dean eingegeben und hatte das dann, da stand drauf, du... Ja... James Franco, und dann... Also, James Franco, das ist ja... ...hater ganz James Dean gespielt, ne? Genau, 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 und das Cover, kannst du das Cover? Ja, Sekunde, ich meine ja, aber ich komme nicht mehr da hinten. Ja, ja, mit dem einen Auge. Mit dem einen Auge, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, genau. Das ist, dann zeigt er uns eben, wem ähm, der sie damals schon seine Seele verkauft hat und der wurde dann auch für Satan geopfert. Kannst du mal kurz erklären, hier fragt jemand, warum der Satan neidisch ist, weil er ja auch Macht hat. Warum macht er das mit dem Anstelle des Herrensatz? Weil er angebetet werden will, genau wie der Gott der Bibel. Der will Gott sein. Er hatte damals, eben als er erschaffen wurde, hatte er immer, schon immer eben dieses Bedürfnis gehabt, nicht sich unterzuordnen Gott gegenüber, sondern zu rebellieren und selbst Gott zu sein, als Gott angebetet zu werden. Und das steht in Jesaja Kapitel 14, Vers 14. weil er neidisch ist auf Gott, auf den Gott der Bibel, auf den Herrn Jesus Christus. Deswegen setzt er sich an Stelle des Herrn Jesus Christus und will verehrt werden, wie der Gott der Bibel. Er nimmt die Verehrung also auf sie. Also nochmal, einfach ausgedrückt, wenn diese Menschen hier in Deutschland eine Sophia Tomala verehren, vergöttern, aufgrund ihres Aussehens und aufgrund ihres Erfolges und was weiß ich was, dann verehren sie Satan und die Verehrung aber gehört dem wahren Gekreuzigten. Das ist der Herr Jesus Christus und nicht Sophia Tomala. Sophia Tomala ist die falsche Gekreuzigte. Die stiehlt die Ehre des Herrn Jesus Christus. Genau, richtig. Ist das Sophia Tomala da auf dem Bild, oder was? Ja, ich wollte auch noch was sagen. Und Satan wusste ja, dass er den Thron von Gott nicht einnehmen konnte. Dann hat er sich gedacht, wenn ich das himmlische Reich nicht einnehmen kann, nehme ich das unterirdische Reich an, also das böse Reich, weil Gott würde dieses Reich nicht annehmen, weil das ja für ihn verunreinigen würde. Und deswegen ist auch diese Rebellion gestartet worden. Ja, genau. Er hat es zumindest versucht. Und der kann sich auch nicht unterordnen. Der wird es immer wieder versuchen. Wenn Gott ihm wieder eine Chance geben würde, würde es wieder nützen, diese Chance, wieder den Herrn vom Thron zu stoßen. Also der ist so, wie er ist. Und so sind auch viele Menschen so. Die können sich niemals unterordnen. Niemals. Egal, was passiert. Man meinte ja ein Kollege zu mir, er meinte, selbst wenn Jesus Christus vor mir treten würde, und mir zeigen würde, dass er Gott ist. Und ich würde es sogar sehen und erkennen. Ich wüsste, dass es so ist. Ich würde mich dem nicht unterordnen. Unvorstellbar. Ja. Aber das zeugt mich gerade von Intelligenz, muss ich sagen. Er hat doch gesagt, da bin ich auch bereit, das für ewig zu brennen. Ist mir egal. Aber ich bin ein Mann, ich wünsche dir nicht einem anderen Mann mich unterordnen. Hasselblätten. Hasselblätten. Ja. Ja, entweder Freund Gottes oder Sklave Satans, ne? Ja, aber diese Unterordnung halt, dass du eben dich selber unter dem Joch eines anderen Befehlshaber stellst. Wir Männer sind ja so beschaffen, dass wir eben selber eben herrschen wollen. Wir wollen uns nicht unterordnen einem anderen Mann. Das geht uns gegen den Strich. Aber für Gott müssen wir uns unterordnen. Ja. Hier geht es nicht um einen Mann, sondern um Gott. Ja, das tut man, das tut man aber auch gerne, weil er vollkommen ist. Ja, weil er sich ja auch insofern auch untergeordnet hat, der Herr Jesus, heißt er im Philippa Kapitel 2, er hat sich untergeordnet. und nahm die Knechtgestalt an und hat sich erniedrigt. Er ist runtergekommen von seinem Hohen Ross, was er ja auch darf. Er ist ja Gott, der Allmächtige. Aber er hat es verlassen und wurde ein Knecht. Liegen Menschen. Amen. Also wenn er das schafft, Gott aus Liebe sich unterzuordnen, beziehungsweise runterzukommen von seinem Hohen Ross, dann sollten die das auch allemal imstande sein. Aber der Reza nur dem Vater untergeordnet, oder? Ja, ja, Natürlich. Er war nie untergeordnet dem Vater als Gott, Sohn, ist er dem Vater ebenbürtig, also ist Gott. Ja. Aber diese Unterordnung musste er als Mensch lernen, das kannte er so nicht, der Herr Jesus als Gott. oder Reza, was ich nicht frage, muss der Teufel, muss der Satan für jede Tat, die er macht, den Herrn Rechenschaft geben, so wie bei ihr, oder macht er das einfach? Oder hat er den freien Lauf, was zu machen, was er Lust und Laune hat? Ja, er geht so weit, wie es eben der Herr Jesus ihm erlaubt. Er macht seine Sachen und entweder erlaubt der Herr ihm das oder erlaubt der Herr ihm nicht. Ja, bestes Beispiel bei Hiob. Genau, bei Hiob. Er würde am liebsten das, was der Hiob angetan hat, uns allen antun, innerhalb von einer Sekunde. Genau, das meine ich. Spricht er das ab? Frägt er den Herrn, ob er das machen darf? Das braucht er nicht zu fragen. Er macht einfach seine Sachen. Er versucht, mit seinen Dämonen jeden Menschen zu töten, zu Krankheit, zu kränken und so weiter. Aber das geschieht eben nicht, weil da ist eine Wand, die das nicht erlaubt. Wenn der Herr Jesus seine Schützen dann wegzieht, dann können die Dämonen schädigen. Aber was viele nicht verstehen, die sagen, der moderne Satanismus wäre nicht richtig Satanismus und so. Was die aber nicht verstehen ist, wenn ich modernen Satanismus bin und ich bin mein eigener Gott, da bin ich nicht bei Gott. Also erreicht man genau das, was Satan möchte, dass man sich von Gott entfernt. Das ist trotzdem satanisch. Der Mensch ist Gott und er hat keine höhere Gott über sich. Und so sind die alle Menschen da draußen. Die dachten das ja nicht, dass sie moderne Satanisten sind. Das heißt, wenn ein moderner Satanist, wie du das schon sagst, sich an einen Tisch setzen würde mit einem Atheisten da draußen und die würden sich austauschen und der moderne Satanist würde es verstecken, dass er ein Satanist ist. Dann würde der Atheist mit dem komplett so übereinstimmen. Ja, du hast recht. Aber so sehe ich das auch. Alles, wie du das siehst. so hatte Satan eben die Menschen verführt, dass sie denken, dass sie frei sind, freige Geister, und dass sie über sich selbst verstehen, aber dass sie absolut dem Satan verfallen sind. Das ist der Trick dabei, die soll es ja nicht erkennen. Das ist so gut gemacht, diese Manipulation ist so gut gemacht, dass der Mensch das nicht erkennen kann. Und der Mensch da draußen denkt, dass er kein Satanist ist, aber er rafft das nicht, dass er voll Satanist, also wie Satanisten die selben Sachen unterschreiben würde. Weil er weit weg von Gott ist. Also die modernen Satanisten zum Beispiel würden sagen, wir sind für die Selbstbestimmung der Frau und Abtreibung. Frag mal da draußen die Leute. Seid ihr für die Selbstbestimmung der Frau und dass die Frau selber bestimmen kann, ob sie abtreiben kann oder nicht? Da würden die alle unterschreiben und sagen, ja das stimmt. Aber das hat die Satanisten in die Welt hervorgerufen. Da war einmal, ich habe ein Video gesehen von einer, die war mal echt richtig durch, weil die hat gesagt, die Babys sind das Problem, wir müssen anfangen Babys zu essen. Ja, ich kenne das. Und dann lachen die so und dann sagen die, wir müssen rücksicht nehmen auf die Menschen, nicht so, nicht so, sag die Wahrheit jetzt nicht so laut. Anstatt dass man die gepackt hätte und einfach zum Psychiater gebracht hätte oder ins Gefängnis mit so einer Aussage. Nein, da war die eben unter ihres Gleichen. Deswegen haben die auch alle so nett gelacht. Ja, das machen die halt auch. So, das ist eben das Problem mit den Schergen des Ratas, wie zum Beispiel Sophia Tomala jetzt hier, die sich anstelle des Herrn Jesus Christus setzt und den kreuzigten spielt. Den gekreuzigten. Ja, so läuft das immer ab. Das Bild geht immer wieder weg und kommt wieder. Was ist da los? hier, der Kollege von 30 seconds to Mars, der kann ja, kann ja gar nicht mehr ohne Jesus Christus auszusehen und gar nicht mehr aus. Der, wie heißt er? Der Präsident Ledo. Wer heißt der Jerry Ledo? Nee. Ich habe ja Reza weiß, was er mich richtig so baff gemacht hat. Letztens habe ich in der Bibel gelesen, als die zwei römischen Soldaten oder jüdischen Soldaten das Grab von Jesus bewachen sollten, kamen ja die Engel und haben den Stein ja aus dem Weg geräumt und da sind die zu den Pharisäern gegangen und alles geschildert, dass die Engel kamen und jenes und haben die Pharisäer ihnen Geld gegeben und haben zu ihnen gesagt ja aber sagt das in der Volksmenge nicht damit keiner Aufruhr gibt das bedeutet die Pharisäer wussten dass Jesus Gott ist aber wollten das halt trotzdem unter den teppich kehren das hat mich richtig baff gemacht ja da kannst du vorstellen wie bösartig diese leute das ist so satan deswegen sagt er jesus ja auch ihr habt den teufel zum vater der ist euer vater das ist einfach als pharisäer aber sind eigentlich satanist die dem teufel dient wie blind kann man sein der sänger von 30 seconds zum mars gerard ledo und der lief ganze zehn jahre lang so moment ich mach das mal kurz ich krieg das bild mal und das ist mal klappt das klappt wieder nicht nicodemus war auch schlau nicodemus war ein gutherziger mann grieche war das nicodemus war ein jüdischer pharisäer war der jude jüdische oder fablos aber ganz kurz kann ich noch kurz bleiben ja es hat sich der nicodemus dann bekehrt ja nicodemus aber nach der kreuzigung ja genau nicodemus bei der kreuzigung also nachdem er gekreuzigt wurde also hat sie nicht sofort bekehrt oder bei dem gespräch wo er mit johannes kapitel 3 mit jesus geredet hat da hat er ja die fragen gestellt da hat er sich danach bekehrt ok er hat sich sogar bekehrt ja er hat das angenommen er hat das erstmal nicht verstanden der herr jesus hat es ihnen erklärt aber wo apostelgeschichte 2 sowieso der heilige geist ausgegossen worden ist da kamen die echte bekehrungen selbst die jünger waren nicht mal bekehrt erst wo apostelgeschichte 2 der heilige geist ausgegossen worden ist dann kam die bekehrung weil da haben die es auch verstanden petrus zum beispiel hat letzte sekunde dreimal den jesus christus verleugnet an den tag da war ja keine bekehrung da war ja noch der war ja nicht mit den heiligen geist versiegelt aber war das nicht so dass johannes der täufer im bauch schon den heiligen geist empfang hat ja lukas der vergebung steht da schon drin ja ist er dann auch damit auch geboren vom heiligen geist erfüllt aber nicht versiegelt nicht versiegelt nicht versiegelt er ist nicht damit geboren aber war also den heiligen geist genau also doch schon also schon geboren damit wenn du so willst doch vom anfang an vom heiligen geist erfüllt der johannes der täufer deswegen sagt der jesus ja auch es gibt kein größerer mensch als johannes der täufer aber der kleinste im himmel wird größer sein als er also er gehört nicht zur brautchristi die brautchristi hat eine höhere stellung das muss man sich mal vorstellen wir haben wir die brautchristi haben eine höhere stellung bei gott im himmel als mose als elia kann man sich gar nicht vorstellen obwohl solche sind läufer weil wir haben gar nicht dazu beistehen wir haben gar nicht dazu beigebracht ja aber doch es gehört schon viel zum herrn jesus zu kommen und sich selbst abzusterben und wieder geboren zu werden das gehört sehr viel dazu leute wusstet ihr dass muhammad und sahi muslim und sei al-bukhari selber den heiligen geist angebetet hat und weisheit gebeten hat von dem heiligen geist gottes der geist des wissens und 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 nein nein ey leute ich möchte den nächsten damit hier ein live starten trinität im islam weil die muslimer die verheimlichen das die ihre gelehrten verheimlichen das ich habe drei oder vier hadith zuhause die sind alles sahib und sahib muslim bukhari wie muhammad im heiligen geist redet neben jibril und so weiter also da gibt es einen unterschied ne ja die haben selber den heiligen geist und die spotten uns wenn wir über den heiligen geist reden guckt euch mal diese teufelssekten was ich auch nicht verstehe ist die sagen jesus war moslem obwohl der islam 600 später jahre nach christentum kam das verstehe ich ich meine damit also dass alle propheten inklusive isa gott ergeben waren und gott ergeben heißt ja moslem jemand der gott unterwirft aber eigentlich heißt es nur ergeben gott heißt es nicht es heißt eigentlich nur ergeben das heißt das war es noch richtig dieses gott ergeben denn in suche ich habe die suche jetzt vergessen suche sieben also glaube ich vers 43 wenn ich jetzt nicht lügen sollte muss ich kontrollieren da hat der mohammed selber gesagt ich bin der erste muslim da hat er gesagt ich bin der erste gott ergebene der ihm ergebene nicht gott sondern der ihm ergebene bruder nicht gott übersetzt da steht nirgends ergeben oder das heißt nur ergebene der ihn ergeben oder er ergebene irgendwie sowas das nicht gott wirklich nicht und die die sagen halt das steht dafür aber aber das ist schon der erste widerspruch im koran ne der ist der erste muslim muhammed behauptet er ja dass er ihnen ergeben ist und der lustige ist was ist mir da da ich dachte er ist der erste muslim aber moses behauptet das auch in laut koran immer laut koran und da sehen wir es ja auch katastrophen immer katastrophen richtiger muslim bist du erst wenn du bezeugst dass muhammed sein prophet ist ich rede von der der erste muslim war und ja wie sollten das die anderen ja machen wenn muhammed dann nicht mehr existiert hat die müssen ja den schade muhammed noch mal sagen und dann frage ich mich wie hat also ist muhammed nicht auf Raum und Zeit gebunden war er ewig da oder wie die sagen sogar ein muslim hat mir das erzählt da habe ich jetzt keine Quelle und Beweis ein muslim hat mir sogar erzählt im paradies da kommt dann am tor siehst du muhammeds name da drauf wenn das stimmt hätte ich habe diese hadith die sind auch authentisch ich habe diese quellen ich kann euch mal erzählen wie die geburt von muhammed war laut authentischen hadithen und zwar seine mutter ihn geboren hat ging aus ihrer du weißt schon was ein licht aus bis nach damaskus und hat die paläste erhellt muhammed selber sagt muhammed selber sagt leute haltet euch fest ich bin die antwort auf die gebete von ibrahim sein vater ich bin die frohe botschaft von isa das sagt er über sich er ist die frohe botschaft von isa der satan persönlich ich habe hadith ich kann die grund und boden aber die akzeptieren die die nicht obwohl die als authentisch eingestuft sind das ist das problem die sagen das ist eine lüge muhammed selber sagt er war vor vor Adam das sagt er selber der bruder hat recht ich habe auch diese ich zeig den muslimer die sagen ja seine herrlichkeit war vor Adam ist so was für eine herrlichkeit habt ihr euch mal seine biografie durchgelesen zeig mir mal eine stelle die von herrlichkeit spricht bruder ist eine katastrophe also wer heute noch muslim bleibt im zeitalter des internets dem ist nicht mehr zu helfen kurze info wurde für zehn minuten eingeschränkt ich weiß nicht ob wir die zehn minuten einfach widerspruch einlegen schwester einfach widerspruch einlegen das geht dann weg die jena vielleicht ist das auch wegen den kreuzigungsbildern ich weiß es nicht das könnte sein ich wollte eine Debatte mit Hamdi und er hat gesagt sofort aber es war ein uhr morgens meine kinder haben geschlaft haben die last es morgen debattieren wenn du willst du ein thema ich ein kind das der nacht aber mit den kannst du nicht reden die waren so acht und gestimmt haben die die waren nicht dafür dass dein account gesperrt wird wenn ich wenn du schon mit den geredet hast und da bin ich hören das mach lieber einen eigenen live und wenn der studio kommt klar da kann sie hoch holen aber ich will bei solchen Leuten gar nicht mehr reingehen weil die kämpfen unfair verstehst du was ich meine die machen das alles unfair nicht richtig ich sage wo sind die christen warum kommt keiner hoch ich habe gesagt okay alles gleich gehoch haben die kein problem du ein thema ich ein thema ich nehme ein hadif nur ein hadif wir reden über diesen hadif du nimmst ein thema aus der bibel wir können debattieren und ich habe gesagt schäm dich du bist ein erwachsener mann von 50 jahren sag mal wie benimmst du dich hier der beleidigt sturm aber der wird nicht gesperrt der kriegt doch keine verwarnung er darf beleidigt ich sage doch antichristig bruder die erfinder klar das sind keine leute mit denen du als art mal teilen möchtest auf jeden fall klar die erfinder von tik tok aber recht haben die kommt nur abends leider so richtig nachts das sind so leute komisch ne das sind wir eben nicht wir sollen nicht kinder der nacht sein wir sind kinder des kages das mir auch schloss sollen wir nicht auch licht in die dunkelheit bringen ja das ist wie der hintergrund bild ist der sänger der gruppe 30 seconds to mars einer der bekanntesten rock gruppen der welt das meinte ich du kannst das nicht unterscheiden so sehr setzt er sich anstelle des jesus christus wenn man die leute fragen würde die den jared lader nicht kennen wer ist das das ist jesus wobei kein mensch weiß ob jesus so ausgesehen ich glaube nicht dass jesus so lange aber so was man so denkt und fühlt sofort wenn die sagen das jesus christus alle jared also wenn die den nicht kennen würden das ist wenn ich sage die jesus christus so jetzt das nächste bild blasphemie was soll man dazu sagen jetzt kommt das nächste da zeigte uns warum er sich anstelle des jesus christus hört dich nicht bruder reza erzähl nochmal hört sie mich du bist abgehakt oh je jetzt nochmal ein bisschen durch katastrophe seht ihr das warum immer gegen die christen warum immer gegen das kreuz nicht nicht gegen mohammed warum gegen das kreuz hey bruder reza bruder reza man hört dich du bist abgehakt du bist abgehakt ich habe euch jetzt noch nichts gesagt jetzt komm einfach rein und raus am besten bruder reza ja ist das arm ja sein hund da hinten der beißt ihn jetzt in die wade pass auf dass er gestohlen wurde der beißt ihn jetzt in die wade ja dass er sich anstelle des herrn jesus setzt ist nicht zufällig der satan will so sein wie gott wie christus ja deswegen ist das größte geheimnis der welt entschlüsselt bruder reza einer schreibt hier bruder reza einer schreibt hier ist nachtschicht arbeiten eine sünde nein es ist keine sünde ihr dürft doch nicht die wörter verdrehen hier das ist doch das ist doch ganz anderes viele denken hier nachtschichten bruder reza wir sind wir sind leute nur im tag ne und dann denken die sich so nachtschicht arbeiten ist jetzt aber nein da muss man differenzieren hier nicht so denken den tag gemacht für uns zu arbeiten alles zu tun und nacht eben nachtruhe ich glaube auch die werke sind noch extrem wichtig ich meine sie haben die arbeit ja nachts um das falsche evangelium zu predigen du gehst ja nur arbeiten um die gesellschaft was beizutragen ja genau da ist eine symbolik dahinter warum der hand die immer nachts rauskommt um die finsternis zu verkünden ist immer eine symbolik dahinter deswegen kommen die satanisten ihre rituale wann finden die statt um wie viel Uhr also um welche tageszeit zwischen 0 und 3 Uhr oder die tiefste die tiefste stelle der nacht die tiefste phase es sind kinder der finsternis die lieben die finsternis die nacht die satanisten das ist immer das Gegenteil es geht nicht darum dass wir es ein menschengebot machen dass wir nicht nachts jetzt arbeiten dürfen nein es geht um eine generelle Sache dass man eben nicht ein Kind der nachts sein sollte finsternis ja das ist unser unschuldiger Jared Ledow man sieht deine Kamera ist angemacht was sollst du uns zeigen der ist gerade am Arbeiten der ist gerade am Reparieren sowas ja das will uns zeigen Motor umschrauben hätte der israel hätte der israel hätte der israel erhebt erhebt sich hätte der bruder jetzt erlebt so einen sonntag bei der arbeit und hätte sein auto bei ihm reparieren lassen wäre der jetzt noch christ geblieben dieser israel der hat aber den falschen erwischt so ist er moslem geworden ja das das bild finde ich richtig schlimm das finde ich absolut katastrophe james die verehrung kreuzigung symbolisiert ich kannte das bild gar nicht und schon direkt erkannt diese symbolik der wird dieses kreuz mit symbolisieren die verehrung leute die ihn dann verehren er schaut dann drunter der will jesus kopieren direkt erkannt ich kannte das bild und nicht mal heftig wie klar diese zeichen und deutungen sind das ist wirklich wahnsinn ja meine lieben nehmt den herrn jesus an ihr seht es immer gegen das kreuz die haben alle gegen das kreuz warum da muss man doch ein fragezeichen setzen auch in die museen da muss man sich doch ein fragezeichen setzen warum sind die satanisten gegen das kreuz wie kann das sein deswegen wie in johannes 10 vers 33 steht die haben erkannte juden dass jesus gott ist und die haben alle was gegen gott krass als ich auf dieses live klickte kam seine werbung wie gibt es in tiktok werbung oder wie so meine ich komme hoffentlich so gott will natürlich später vielleicht noch dazu ich muss noch mein zweiten buffet eröffnen dann wünsche ich euch auf jeden Fall gottes segen und wir segnet es wie gottes segen bruder gottes 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 eine umgekehrte Streuz, Tanktop und noch mit Friedenzeichen angeblich. So, jetzt zeige ich weitere Bilder von Jared Leto, von diesem Kollegen hier. Der Sänger, der ist 30 Seconds to Mars, Dreck. Hier, da ist er. Wir sollen uns ja vor Idolen nachnehmen. Meistens sind Leute, die ganz oben viel Geld haben, Machtpositionen besitzen, haben ja einen falschen Geist im Pfarr genommen. Nicht meistens, sondern alle. Ja, schon, schon, ja. Alle. Die werden ja von Dämonen geleitet, ne? Und, äh, ja, und, äh, diese, diese Dämonen wissen ja, wie sie sich verhalten sollen und so, und die sind ja richtig hyperintelligent, ne? Die sind ja schon ein Millennium Jahr alt, ne? Und, äh, Ich weiß nicht, ich höre es jetzt schlecht. Macht das mal wieder hochladen. Entschuldigung, ich dachte jetzt, gut, es geht jetzt so. Alles gut. Und, ja, die, die nehmen halt diese Menschen ein und durch, durch die Hilfe der Dämonen reden die auch, äh, so passend, äh, damit, äh, die auch besser bei den Menschen ankommen, et cetera. Ja, ja, ja. Deswegen nimmt man auch gerne diese Menschen in Filme rein, weil man ja weiß, dass sie besessen sind, ne? Oh, guck mal, dieses Bild dann. Dieses Bild. Jared Leto oder Jesus Christus. Wer ist das? Ist das Jesus Christus oder Jared Leto? Oder jemand, der die Gehzeichen macht, Bruder, ist er mit der rechten Hand. Ja, guck mal da, mit der 666 da rechts, ja. Aber es geht ja darum, wie er sich angekleidet, ja, 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 ja. und den Haaren, wie er sich anstelle des Herrn Jesus Christus setzt und beehren lässt. Absolute Katastrophe. Und jetzt sind die Großmäule auf der Erde alle gestopft. Ja, aber die sagen alle, oh, weißt du, was die sagen, oder wer ich sage? Die sagen, oh, guck mal, der eifert ihnen nach, der kleidet sich so, wie er, wie nett. Oh. Ach so, ja, ja, klar. Mit dem umgedrehten Kreuz eifert er dem Herrn Jesus Christus. Ja, sicher. Absolut. Ja, aber die sind so, weißt du, die sind so. Der hat ja auch richtigen satanischen Film gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Morpheus, Morpheus oder so, wie der heißt. Wo er Dracula. Ach so, ja stimmt. So ein Vampirfilm, ne? Ja, richtig radikal ist das. Ja. Man hat sich mal gefragt, warum der nicht altert, schon seit Jahrzehnten. Der sieht aus, wie wurde er 20 Jahre alt war. Und dann schreibt er menschliches Blut. Ist das genau? Ach du. Ach du. Der versteckt das ja gar nicht mehr, ne? Ja. Auf Twitter hat er das, glaube ich, geschrieben. War ich im Sprache los? In Twitter? Ja. Da haben die den gefragt, warum er nicht altert, warum er immer noch so aussieht, wie, wo es 18 Jahre alt war. Und dann sagt er ihm die Wahrheit. Menschenblut. Ja, da kannst du mal... Ja, das ist heftig. Die verstecken das gar nicht mehr. Morpheus, meinst du in dem Film? Richtig, genau. Ja, ja, ja. Wo er auch so Menschenblut getrunken hat und alles. Ja, ja, ja. Das ist Satan, Dämon, Dämon. Wo er seinen besten Freund, der Blut getrunken hat, ne? Ja. TikTok-sportlich, ja. Tut mir leid. Ja. Sorry, tut mir leid. Ja, aber du redest ja beim Film halt so. Ja, ja, klar, klar, also. Ja, das ist auf jeden Fall, äh, hat einen total falschen Geist empfangen, ne? Irdisch gesinnt. Ja, versucht jetzt mit diesen, ähm, Filmen, anderen noch Leuten da so manipulieren, so diesen, ähm, satanischen Filmen, TikTok-sportlich, da. Ja. Jetzt kommt ja auch, irgendwann mal so ein Film kommt, wo JC, oder wie der heißt, äh, Rapper da, ich glaube JC, der hat ja, ähm, Producer von dem Film, und soll auch so ein christlicher Film sein, wobei mir scheint der ja antichristlich. Ja, das ist er, das ist er. Ja, immer auch wieder diese Ein-Auge-Gestik, ne? Ein-Auge-Mensch, das andere Auge, aber Dämon, den er empfangen hat, der blutdünstig ist, der nach Blut verlangt. Unser Superstar Jared Leto. Er möchte gerne Jesus Christus. So, liebe Leute, würdet ihr jetzt folgen, diesen Typen, würdet ihr ihm vertrauen? Natürlich, die viele Leute vertrauen ihm, trotzdem. Das ist ein wahres Ich, hier das linke, die linke Seite ist ein wahres Ich. Ja. Ach du Schande. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ich find's mir immer faszinierend, wie die das hinkriegen, dass sie so, dass sie auch das Bild im Kopf haben, wie ein Dämon aussehen könnte, und das noch so perfekt wiedergeben. Ja, weil sie ja mit denen zu tun haben. Die manifestieren sich ja auch. Im Alten Testament heißt es ja im ersten Buch Mose Kapitel 6, dass die Söhne der Götter, also die Engel, die hier Fallenen, sich mit den Töchtern der Menschen, die ihrt haben, vereinigt haben, und daraus eben Kinder entstanden sind. Das heißt, sie können sich physisch materialisieren. Und diese Hardcore-Satanisten, diese Spitzenleute an der Spitze der Welt, die haben echten Kontakt mit denen. Echten Kontakt. Ach du Schande. Ach du Schande. Inklusive SEX mit diesem Wesen. Das machen die auch regelrecht. SEX mit Dämonen. Wie veranstalten die das? Also kommen die dann in den physischen Körper rein? Ja, ja, ja. In Ritualen. Bei Menschenopferungsritualen und so weiter. Ja, habe ich mir schon gedacht. Pah. Da kannst du vorstellen, mit was diese Elite da zu tun hat. Auf was sie sich eingelassen haben. Wegen diese paar Jahre hier auf der Erde. Mit vor allem Bewusstsein. Nicht, dass sie unbewusst sind und unschuldig sind und dumm sind. Nein, mit vollem Bewusstsein. Bei vollem Bewusstsein. Oder Rese haben die nicht, aber schon manche Familien schon seit Ewigkeiten mit denen zu tun? Natürlich. Ja. Man kann davon ausgehen, dass diese absolute Spitze, zum Beispiel Edward Leder oder so, diese ganz, ganz heftigen Leute oben, das sind einfach nur Kinder, die getreuzt worden sind von diesen satanistischen Familien und die einfach verteilt werden über die Erde und eingesetzt werden in diese Schlüsselpositionen. Aber gerade so Familien wie Rothschild, Orsini oder... Du kannst davon ausgehen, dass zum Beispiel hier ein General Gledo ein Rotwind ist, der in einem Ritual getreuzt wurde. Aber das werden die geheim halten. Die Genealogie wird geheim gehalten. Noch irgendwie alle verband irgendwie, wenn man da guckt, entfernt alle verwandten. Ja. Obama mit Bush. Der gab sein Bericht darüber, dass die alle miteinander verband sind. Ja. Offizieller Bericht über die Genealogie der ganzen Stars und der ganzen Politiker und Spitzenleute an der Spitze. da eben, das war glaube ich bei der Washington New York Post oder Washington Times oder sowas hat das untersucht. Und er hat herausgefunden, dass die alle miteinander verwandt sind und sogar bis zu den europäischen Adelsfamilien zurückgehen. Klar, auch USA ist ja nichts anderes als Europa. Das sind europäische Familien, die rübergegangen sind. Die Expansion der satanischen Blutlinien eben über die ganze Welt. Und das sind diese europäischen Adelsfamilien wie zum Beispiel eben Chalemonia. Auf den gehen eben sehr viele dieser Blutlinien zurück, Adelsfamilien. Die sehen sich auch größtenteils auch richtig ähnlich aus, Ja, schon erkennt man eben Ähnlichkeit bei denen. Ach so, ja genau, das habe ich letztens gesehen, eine Sendung, das ist auch so eine, wie heißt die Sendung, wo die jetzt dabei mitmachen? Sommerhaus aus der Stars. Da sehe ich auf einmal Claudio Obert mit ihrem Lover. Jetzt zeige ich euch das Bild, das mit ihrem neuen Freund, der neue Freund ist natürlich 30 Jahre jünger, weil das ja ihr Sohn ist. Ich zeige euch das Bild. Ach du Schande. Ja, aber der eine von Tokio Hotel hat ja auch irgendein Model rumgemacht. Nein, der Junge, mit dem sie zusammen ist, ist 1 zu 1 sie. Ja, ich gucke mal, aber was ich meine, der ist komplett ihr Sohn. Der von Tokio Hotel, der hat ja auch neulich irgendwas mit dem Typen gehabt. Ja. Die Welt spielt so verrückt, das ist unfassbar. Das ist schon gar nicht mehr zum Lachen, das ist unfassbar. Nein. 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 Ja, wäre das nicht so traurig, könnte man darüber lachen. Ja, das meine ich. Nein, weil das so absurd ist. Du musst darüber lachen, tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ja, das Ding ist, diese Menschen sind ja bewusst, die entscheiden sich ja 100% dafür, wie dieser Gerald Gerald Ledow. Ja, der weiß ja ganz genau explizit, was er da macht und er zieht das ja komplett durch, ne? Ja, natürlich. Claudia Obert und ihr neue Lover ist eigentlich ihr Sohn. Wie ihr aus dem Gesicht geschnitten ist. Da war noch eine andere Schauspielerin, die hat auch so richtig Unruhen auch von der Farbe. Wie heißt der Freund mit Vorname? Ja, das ist das Schlimme ist bei denen, dass sie halt auch innerhalb der Familie ihr eh ins Sport tanzen, Das ist ja Inzest alles. Brüder haben eben, es sehe ich es mit den Schwestern, Mütter mit Söhnen, und so weiter, Vater mit Tochter. Also es bleibt alles in der Familie. Wie unser Herr sagt, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Wie es die alten Könige gemacht haben und die alten Adelige machen, das unsere Adeligen und Königen heute dann genauso. Ja, genau. Genau so ist das. Claudia Obert mit Sohn Obert an Alias ihr neuer Lover. Echt. Meine Frau wird das gleich hochladen. Und so verarschen wir halt die Leute. Die dumme Masse, die halt den ganzen Teil vor der Glotze hängt. Leider. Wir müssen die rausholen aus ihrem Dasein. Manche möchten das nicht. Claudia Obert und ihr neuer Lover, der eigentlich ihr Sohn ist. Guckt euch das mal an. Das ist aber sehr frech von ihr, dass sie das, dass sie gerade so einen Sohn so hoch holt als ihr Lover. Obwohl er ihr eigentlich wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Das ist schon sehr frech. Muss man den schon sagen lassen. Ich bin echt gespannt, was das ist. Ich habe keine Ahnung, von wem du sprichst. Ja, was aufkommt ist. Ja. Da hat die Claudia Obert und ihren Lover. Wir haben sogar fast gleich die Zähnealter. Das ist so, als wenn man ein Schwillingsbruder von ihr, Schwillingsbruder von ihr. Aber man sieht halt an dem Alter von dem Jungen, der ist sehr jung und das ist wirklich ihr Sohn. Und so verarschen die Leute. Sie haben fast das gleiche Lächeln. Alles, alles. Die Nase, die Augen, alles. Sehen, ey, guckt euch mal den Hals an. Wahnsinn. Alles gleich. Heftig. Guckt dir mal diese Satanisten an. Ja. Und die sagt, das ist der neuer Freund, oder? Ja, natürlich, die sagen, das ist ihr Lover. Ja, es ist ihr Sohn. Die betehen ja nicht, dass diese Leute eben in Jahrhunderte, ja tausende alte, die sind so Familien, die in diesen satanischen Kulten drin sind. Und die sind so verblödet. Ja, nur die Oberlippe. Vergleich mal nur die Lippen miteinander. Nur die Lippen. Es ist genetische Übereinstimmung 101%. Und jetzt die Nase. Auch die Wangenknochen. Ja. Die Augen. Der Kinn. Der Kinn. Reza, nicht mal meine Kinder sehen mir so ähnlich. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Das meine ich, aber das ist schon sehr frech. Der Satan will so den Leuten sagen, dass sie so behindert sind. So heftig scheiße den Leuten sozusagen ins Gesicht. So lacht er sich. Siehst du ja nicht, dass sie sich so kaputt lachen? Seht ihr das nicht? Willst sie sich kaputt lachen über die dumme Masse? Ich habe gedacht, dass sie da wirklich so auftreten. Das ist, da kannst du dir vorstellen, wie Panne halt die Masse ist. Wie weit die schon sind, dass sie sowas machen können, ohne dass es auffiel. Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ein Armutszeugnis an uns, nicht an die... Natürlich, ja. Die lachen sich schief. Der Satan und seine Leute lachen sich schief über die Masse der Menschen da draußen. Sind die geklont? Wer weiß, heutzutage weiß man nicht mehr so genau. Ja, ich kann auch sein, dass sie geklont sind, aber ich meine, das ist ein Sohn von hier, weil der auch sehr jung aussieht. Vom Alter her und so kommt das schon hin. Ja, und die machen halt diese Inzestsachen und dann machen die auch die Medienlandschaft befüllen damit. Ich hatte ja damals, als ich in der Welt war, eben, aber auch ein Mädel kennenlernen, professionelle H-U-R-E, aber die war eben in der also in der Spitzenklasse unterwegs. Das war jetzt nicht hier so, hier mit auf der Straße und 50 Euro und so was. Nein, so eine richtig Edel, die nur mit diesen oberen Leuten verkehrt hat. Also mit Til Schweiger und so. Und dann hat sie mir erzählt, dass der Wladimir Klitschko homosexuell ist und mit Markus Schrei zusammen ist. Markus wen? Markus Schrei, der DSDS-Moderator damals. Markus Schrei. Das ist auch so ein gut aussehender Typ halt. Und die sind eben, und dann hat sie gesagt, dass sie ihm so ein Mädel nehmen, die gut bezahlen, als PR, sodass sie dann halt den Menschen dann draußen vorgauen können, dass sie verheiratet sind. Die bezahlen halt so ein Mädel gut, dass sie halt so spielt, die Partnerin, die Freundin oder Ehefrau oder was weiß ich was. Damit die Leute, die sowas sehen, eben in so eine heile Welt so eine gute Vorstellung haben von den Stars. Ja. Was man sich mal vorstellt. Ja, aber die Kinder von Obama, wenn wir schon dabei sind, sind ja auch nicht wirklich von ihm, oder? Das sind alles gesetzte Kinder, die ein Geld bekommen, um diese Kinder von Obama zu spielen. Also wer das glaubt, dass das von denen sind, dann... Ja, weil Michael kann ja keine Kinder kriegen. Michael hat ja komplett noch untenrum alles da. Nicht Michelle, sondern sehr oft verspricht er sich der Obama und sagt, Michael hat auch, so wie ich, zusammen das und das gemeinsam. Richtig, das sind die Kinder von Michael. Das kann sein, ja. Ne, da gibt es, da gibt es irgendeiner, der verwaltet irgendeine Foundation von ihm und da gibt es Bilder und die Kinder sehen genauso aus wie die, wie der, dem und dem seine Frau, die sehen glitzegleich aus. Da gibt es so viele Bilder. Genau. Ja, für uns Wiedergeborene, die den Heiligen Geist haben, für uns ist es eigentlich auch schrecklich, da in diese satanischen Sache hineinzuschauen, das Böse. Das war alles, das war sehr schlimm für mich, auch zum Kotzen. Also mein Magen dreht sich um. Ich habe damals nicht verstanden, weil ich genau das Gegenteil bin, weil ich genau das Gegenteil bin von dem, was die sind. Damals habe ich nicht verstanden, damals habe ich nicht verstanden, wie man denen einfach so einen Friedensnobelpreis geben kann. Einfach nur, weil der Präsident gewonnen ist, hat er einen Friedensnobelpreis gegeben. Das habe ich nicht verstanden. Heute ist mir klar, aber damals dachte ich nur, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, der Obama hat ja auch diese ganze Bombe de Mons und so weiter von George Bush einfach fortgesetzt. Ja. Deswegen hat er auch Frieden verdient, wenn er Leute tätig mit den Bomben und so, mit den Drohnen. Aber da gab es ein frühen Video auf YouTube, aber ich finde es nicht mehr. Da gab es ganz genau erklärt, ja so ein bisschen wissenschaftlich auch, warum Michelle eigentlich Michael ist, weil ihr Körper einfach aufgebaut ist wie ein Männerkörper. Also die Proportionen sind, aber das Video findet das Video nicht mehr. Es ist weg. Aber genau erklärt die Proportionen vom Kopf, von Schultern, von Brust und die Abstände und alles, die Hände, warum alles warum sie die Posen in den Bildern manchmal so macht, damit es anders erscheint. Da ganz genau erklärt alles. Ja genau, und Inzest, eben um zu wissen, dass eben Inzest etwas ganz, ganz Böses ist, haben wir eben den Fall von Lot und seine Töchter und seine Töchter haben eben den Vater betrunken gemacht, so betrunken, dass er nicht mehr wusste, wo links und rechts ist und dann hatten die jeder von denen ein Kind mit ihm gezeugt in der Nacht und daraus sind ja diese schlimmen Völker entstanden, diese schlimmen kanalitischen Völker, die eben Menschenopferungen betrieben haben. Moab, Amon, Amonite, Moabite. Und Gott zeigt uns eben und das wissen natürlich auch die Satanisten und Satan und so weiter kennt ihr die Bibel und die Satanisten kennen das ja auch ein bisschen ganz genau, was aus Inzest entsteht, nämlich dass schon wieder etwas Böses sieht man das nicht auch an Familien in den USA, die irgendwie so geistig zurückgeblieben sind und so. Kennst du das, Uresa? Ja, klar, es wurde wieder eine Familie gefunden letztens, die über Generationen hinweg halt miteinander Kinder gezeugt haben, alle miteinander haben. Oh je. Das ist sehr, sehr böse alles, sehr, sehr dreckig. Von daher. Ja, die Menschen verstehen es einfach nicht, dass sie in einer Lügenblase leben, was ihnen vorgesetzt wird, in den Medien, dass der Satan eben denen das so vorsetzt und um sie abzulenken durch diese Shows und dann von der Wahrheit abzulenken, damit sie halt ihr Leben dahin leben und dann später in die Grobe fallen und das war's, dann gehen die in die Hölle. Die werden vom Herrn Jesus abgelenkt durch diese Super Shows die ganze Zeit. Wenn Sommerhaus der Stars die Show fertig ist, dann kommt auf einmal Fußball. Fußball ist fertig, da kommt auf einmal ein Film und so wird der Mensch eben 24 Stunden abgelenkt durch diese Stars, die halt beim Fußball, beim Filmgeschäft, bei diesen Reality Shows und so weiter eingesetzt werden und die machen aber alle diese Ein-Auge-Geste. Richtig? Ja, nicht deiner, der sie nicht macht. Ja, das heißt also, Satan hat sich diese Leute geschnappt und sie eingesetzt, damit sie eben auf allen Ebenen die Menschen da draußen ablenken von der Wahrheit. Die da ist, der Herr Jesus Christus, damit sie eben nicht gerettet werden. Aber meine Frage, warum müssen die diese Zeichen machen, um sich zu outen? Warum machen die das nicht verdeckt? Spotten die über uns oder spotten über den Gott? Nein, 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 die sind stolz auf ihren Gott. Die sagen einfach, die zeigen sich den anderen Logenmitgliedern, dass sie auch da mit dabei sind. Die huldigen ja auch damit Lucifer. Das ist so eine Art Anbetungsgeste. Ja, aber wenn man zur Zeit guckt, eine Bühne schon nach der anderen wird immer satanistischer. Eine Bühne schon nach der anderen. Also das muss man noch sehen, dass man in jedem Event ist irgendwie im Hintergrund irgendwas satanisches oder die Videos, die werden auch immer satanisch irgendwie und jeder singt das Gleiche, dass sie die Seele verkauft haben und was, was nicht was und was man in die Helle fährt. Also. Gottes Segen Jungs. Gottes Segen Jungs. Gottes Segen Jungs. Ich hab mal so eine Frage. Ja. Ich frage einfach mal dich. Wie wird man wiedergeboren? Ich frage einfach. Ja, man wird wiedergeboren. Ich hab das 3, stoppst du dein Mensch, dein weltliches Leben ab. Kommst zum Herrn, übergibst du ihn deine Sünden, alle du gemacht hast. Übergibst du dein Leben? Bittest du ein Buße? Was willst du genau wissen? Du hast gerade Johannes 3,3? Ja, wie auch Johannes 3,3, dass du dein dein weltliches Leben abgibst, dass du in Geiste wiedergeboren wirst, den Herrn Jesus Christus. Was ist die geistliche Wiedergeburt? Geistliche Wiedergeburt ist, wenn du aus dem Heiligen Geist geboren wirst. Nicht aus deinem eigenen Geist in den Geist von Grund auf. Und wie? Wenn ich aus Geist wiedergeboren? Du musst eben wie der Bruder, der das gerade gesagt hat, zum Herrn Jesus kommen? Also nur mit dem Mund bekennen? Nein, du musst zum Herrn Jesus kommen, glauben, dass der Herr Jesus, du musst glauben. Ohne glauben kannst du keine Buße tun. Okay, aber Johannes 3,3 sagt eigentlich, dass die Wiedergeburt aus Wasser besteht, also dass die Heilige so staufen lassen muss. Das ist ein Titus. Da wird es natürlich die Wasserbad, das Wasserbad der Wiedergeburt gemeint. Also ich gebe dir die Stelle. Steht auch, glaube ich, ein Kolosserbrief, dass dir Wasser, also dass du, wenn du dich aus Wasser taufen lässt, dass du beschnitten wirst im Geist. Also die Beschneidung ist im Geiste durch die Taufe. Die Taufe ist ein Zeugnis, was du machst. Also wenn du die Taufe ist eine Pflicht? Inwiefern Pflicht, wenn du die Möglichkeit hast, machst du es und wenn nicht, dann machst du es nicht. Also in der Orthodoxie natürlich sehen wir das auch, wenn du alt bist und schon so im Sterbebett bist und dich nicht getauft haben konntest, aber sagen wir mal, in diesem Moment nimmst du den Herrn an, dann bist du auch gerettet, natürlich. Aber für uns jetzt, wir sind gesund, wir haben Beine, uns geht es gut, Alhamdulillah. Für uns ist auf jeden Fall die Taufe eine Pflicht, ja. Meiner Ansicht nach sollte man das machen, weil das ist ein Zeugnis, das was man macht, aber das ist für dein Heilen, ist das nicht das Wichtige, weil wenn du nicht wirklich zum Glauben kommst an den Herrn, Jesus Christus und ihm dein Leben übergibst und dich dann trotzdem taufen lässt, heißt doch lange nicht, dass du den Heiligen Geist empfangen bist, weil du vielleicht teilhaftig beim Herrn warst oder sowas und nicht wirklich beim Herrn bist. Also rein das Taufen, das rettet eigentlich, man muss schon erst zum Glauben kommen, Buße tun den Herrn, was man gemacht hat, sein Opfer annehmen, was er am Kreuz gemacht hat, an die Wiedergeburt glauben von dem Herrn Jesus Christus und dann, wenn du dich taufen lässt, machst du es als Zeugnis für die Menschen und machst es als Zeugnis. Aber wichtig ist, dass du erst mal zum Glauben kommst und dass du Buße tust. Weil wenn du dich taufen lässt und du bist nicht im Glauben und du machst keine Buße und du stirbst, glaube ich nicht, dass du gerettet bist. Okay. Oder meinst du, was du haben darfst? Du bist zur Babytaufe jetzt oder wie? Nein, ich habe generell gesprochen. Also ich gebe dir recht, zwar bei allen Punkten außer einem und zwar, ob sich ein Baby bekennen kann oder nicht, ob er reden konnte oder nicht ein Baby. die Babytaufe ist auch auf jeden Fall biblisch. Kinder wurden auch, also Kinder, man muss ja Kinder schon definieren, was damals Kinder waren, höchstwahrscheinlich. Die Kinder wurden auch in der Bibel getroffen. Das Himmelreich ist der Kinder. Die Kinder, ein Kind, der sich nicht mal bewusst ist, dass er da ist. Wieso sollte der Herr denn nicht den Himmelreich lassen, wenn er nicht mal die Möglichkeit hatte, zum Herrn zu kommen? Weil er vielleicht schon verstorben ist, bevor das Kind bewusst war, zum Herrn zu kommen. Warum sollte der Herr den bestrafen, wenn er nicht getauft ist? Also haben die Apostel Fehler gemacht. Haben Fehler gemacht? Ich frage dich was. Kein Apostel hat hier ein Baby getauft. Ich frage dich, das ist nicht biblisch. Lass dich, da hoffe ich dich kurz was fragen. Guck mal, pass auf. Pass auf. Wie viele gibt es, die als Babys getauft werden und nicht an den Herrn glauben? Ganz kurz. Ist jeder, der als Baby getauft wurde? Man muss das ja auf jeden Fall definieren. Ich habe dich gestern, wenn du als Baby getauft wirst, so bist du in einer christlichen Familie. So brauchst du auch die christliche Erziehung. Christliche Erziehung funktioniert nicht, indem du einfach taufen lässt. Deine Familie geht nicht in die Kirche, bleibt zu Hause. Eine christliche, gesunde Erziehung ist, wenn dein Kind mit Jesus aufwächst. Das ist einfach ein Fakt. Ja, aber pass auf, pass auf jetzt. Wie wächst dein Kind eher mit Jesus Christus auf? Indem du mit ihm einen Sonntag verbringst, mit dem die Bibel liest, mit dem Christlichen einen Sonntag verbringst? Oder indem du mit dem Kind in die Kirche gehst, eine Stunde in die Kirche gehst und dann wieder nach Hause gehst. Wo hat das Kind mehr davon? Wo hat das Kind mehr von Jesus Christus erfahren? In der Kirche oder mit dir zu Hause und du mit deinem Kind zu Hause die Bibel liest und über den Herrn sprichst? Äh... Weder noch, weder noch. Also du kannst in der Kirche so viel dann noch ganz kurz ausreden. Vielen Dank. Lass dich auch ausreden, so lass mich auch ausreden. Ich gehst doch deine Augen, oder? So. Ähm... Du musst das jetzt definieren. Du fragst mich wohl, lernt ein Kind mehr über Jesus? In der Kirche oder zu Hause? Diese Frage macht von vorne bis hinten rational keinen Sinn. Dann ob du in die Kirche gehst oder nicht. Zu Hause lernst du auch über Jesus. Kannst die Bibel aufschlagen und selber lesen. Mit deinen Eltern, was auch immer, lernst du über Jesus. Gehst du in die Kirche, hörst die Predigten. Kein Unterschied. Pass auf. Du hast gesagt, die christliche Erziehung und Apostelgeschichte 2, außerdem TC, Apostelgeschichte 2, Vers 38, Vers 39, wo habe ich dich ausreden lassen? Du hast da kompliziert dich ausreden zu lassen. Ich habe gerade gar nicht mit dir geredet. Ich musste doch gerade auf die Kommentare regieren. Aber du merkst dich doch mit mir. Warum guckst du auf die Kommentare? Warum guckst du auf die Kommentare? Das hat nicht mehr tippelig zu tun. Warum guckst du auf die Kommentare, wenn du dich mit mir unterhältst? Apostelgeschichte 2, Vers 38. Nein, Wiedergeborene sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Epheser 1, Vers 13 Und ein Baby wird nach der Wiedergeburt eben nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt, weil ein Baby nicht imstande ist, wiedergeboren zu werden. Epheser 1, Vers 13 sagt, dass wir nachdem wir geglaubt haben, versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Das sind die Wiedergeborenen. Aber ein Baby kann nicht glauben und nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt werden. Da kannst du gleich auch einen Stuhl unter Wasser tun und hochholen. Das hat denselben Effekte. Der Stuhl wird genauso wenig den Heiligen Geist haben. Wie ein Baby. Macht das Sinn, oder ist das unlogisch, was ich sage? Ich habe gerade nicht zugehört. Du hast gerade ein anderes Thema angesprochen. Ne, wir reden immer noch über Wiedergeburt, Babytaufe, dass es falsch ist. Was ist falsch? Wiedergeburt? Babytaufe? Ne, der Babytaufe. Aber Wiedergeburt bei einem Baby ist falsch, weil ein Baby kein Bewusstsein hat für Sünde, für den Herrn Jesus Christus, wie Buße. Wer soll bei der Erbsende geboren oder nicht? Natürlich. Ein Moslem wird auch mit der Erbsünde geboren. Aber du kannst du tauchen, wie du willst. Hat das Sinn, wenn du ein Moslem tauchst? Immer diese Menschen, die Muslime mit denen ich für hier reinbringen müssen. Ganz kurz. Ich frage dich doch jetzt was. Wenn du ein Moslem mit der Erbsünde geboren bist, ins Wasser tauchst, entweder antwortest du oder du schmeißt dich rausgleich. Ne, ne, ganz kurz. Ne, 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 du antwortest auf meine Frage. Die Muslime, die mit der Erbsünde geboren sind, wenn du die tauchst in deiner super katholischen Kirche. Und ich bin nicht katholisch. Wären die gerettet? Ja, wenn die auf einmal Katholik durch die Wassertaufe? Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist. Wofür ist die Taufe da? Wenn das doch unwichtig ist, dann lass doch die Taufe weg. Ich denke, man soll sich aussprechen lassen. Nein, du antwortest nicht auf meine Frage. Wofür ist dann die Wassertaufe bei einer Baby wichtig? Wenn das doch nicht wichtig ist, dann kannst du es doch weglassen, die Wassertaufe beim Beben. Ne, ich lasse die sieben Sakramente nicht weg. Ich bin kein Erhetiker. Deswegen sage ich, du bist nicht von neuem geboren. Du musst einfach Stühle unter Wasser tauchen, damit die gerettet werden. So, noch mal zu deinem Thema. Muslime, die sich taufen lassen. Ja. So. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und dass er auferweckt ist, aus deinem Herzen, nicht nur aus deinem Mund allein, und dich dann taufen lässt, dann bist du gerettet. Wo hast du schon mal ein Baby gesehen, das sagt, der Herr Jesus ist mein Herr und mein Heiland? Muss nicht unbedingt sein. Kannst du auch einfach dein Kind taufen lassen und dann christlich herziehen. Was ist das? Einmal sagst du, auch wenn du mit deinem Mund bekennst, auf einmal springst du schon wieder weg. Ich springe nicht weg. Du wechselst aber selber das Thema zu Themen. Nee, du hast gerade gesagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, und ich frage dich, was ein Baby mit deinem Mund bekennen kann. Nee, nee, du hast das Thema geweckt. Nein, der Budarese hat das nicht. Der Budarese hat zu dir gesagt, wenn du einen Moslem nimmst, Ich kann nicht über Snickers reden, dann hole ich einen Mars mit dazu. Sowas funktioniert nicht. Wenn du einen Moslem nimmst und ohne dass er sich bekehrt mit dem Mund einfach tauchst, ändert sich nichts, er bleibt Moslem. Das meint der Budarese. Nicht ein Moslem, Also wenn ich mit meiner Munde bekenne, dass Jesus der Herr ist und mich dann taufen darf, der bleibt immer noch Moslem. Wenn er es nicht bekennt und du ihn tauchst, ändert sich nichts. Wenn er es nicht bekennt und du tauchst einen Menschen, du nimmst eine Wasserspritzpistole und sprühst den Menschen ein und sagst, ich taufe dich. Davon ist er nicht getauft, davon hat er keinen Heiligen Geist empfangen, weil er sich einfach nicht bekehrt. Er muss erst mal bekehren, er muss erst mal zu Gott finden und er muss erst mal sein Pusel tun für das, was er getan hat. Und dann darf er sich erst taufen. Also laut euch werden wir alle in der Erbsünde geboren. Okay, bin ich bei euch. Aber du musst dir der Erbsünde bewusst sein. Baby kann sich der Erbe zu sagen. Baby kann sich der Erbsossee nicht bewusst sein. Komm runter, komm runter. Sei nicht so hebbelijk. Alles schön und gut. Alles, alles locker. Bleib locker. Wir sind hier auf neutralen Wege. Bleib locker. Sprich mir nicht jedes Mal rein. Aber Hannes am, bitte. Na na, 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 es aussprechen. Bin ich, bin ich, will ich aber. Du redest hier mit der 45, ist also bin ich. ist mir egal ob du bist ein du bist nicht mein maß wenn ich bin nämlich mehr wie du willst du schämen dass gerade ein jüngerer dich belehren du bist du denn jetzt sagt er mir noch ich soll mich benehmen oban sei mal bitte ruhig bruder ja an allah so in frage ist gerade du bist du kannst du arabisch ja das hat aber nichts mit allah zu tun aus dem koran jesus ist auch alle haben wir jetzt ein problem deine auch jesus hat mit allah nichts zu tun ja okay dann kannst du kein arabisch doch ich kenne habe ich habe ich möchte trotzdem nicht so kann das nur eine ganz keine habe ich anscheinend weiß ja ich habe einen buddha wie auch immer alles aber nicht unsere das wäre dann das wäre schon wiederum dann heretigen würde ich zu sagen jesus ist das ist dann nicht so richtig ist nicht heretik ist keine heretiker sprache oder nicht ist eine umgangssprache jetzt eine sprache für eine religion gemacht wollen wir uns jetzt eigentlich über die sprache diskutieren oder das kinder auch in der bibel getauft werden tatsächlich verstehst du schon in der normalen lehre ist uns etwas gar nichts ist doch noch über die sprache sprechen dann frage ich frage euch mal so dürfen frauen taufen wenn ein bruder nicht in der nähe ist können auf raum ist mir auch neun baby taufe unbiblisch ist unbiblisch ja aber du wirst mit der erbsünde geboren oder jeder mensch hat die erbsünde in sich ja auch die musik okay deswegen wenn du jetzt ein moslem nimmst in die kirche und einfach unter wasser tauchst dann bitte auf einmal ist einfach weil der wasser über den gekommen versuch mal diese experiment damit du bist du schlau wirst krass auf jeden fall macht das ist wirklich schlau wir gehen einfach unter die stufe dich mal und nur weil du in wasser getaucht ist es wäre ja wiederum zwang wenn er selber es nicht möchte dann ist was anderes einfach diese dusche einfach wasser so schwimmbad einfach runter und dann hoch und dann bin wir auf einmal so ein christ versuch mal das wird klappen bei jedem wasser versuch das mal da wirst du sehen dass deine lehre absolut die wahrheit krass krass auf jeden fall danach wird es auf jeden fall wie ich glaube wenn man kann es auch mit uns mit diskutieren okay aber ich selbst machen und dann vergibt mir der herr ja also einfach muss dem nehmen in eure kirche rein unter wasser tauchen und dann wenn er aber ich frage dich natürlich oder du da sagst ja wenn ich selbst noch mache vergibt mir der herr ja wenn du vorher wiedergeboren bist ja also aber danach selbst wiedergeboren bist bist du natürlich in einer werksgerechtigkeit du denkst du musst dich selber retten indem du keinen selbstmord machst und deswegen wirst du in die hölle kommen wenn ich wieder geboren bist du bist der werksgerechtigkeit unterlaufen ja dann liebe christen lass uns mal alles selbst machen würde ich sagen oder das sind direkt beim herr ja nicht ich habe ja nicht gesagt du sollst hündigen aber wenn du dir aber du sagst doch ist hinter der herr vergibt dir die selbstmord ist egal dass die sündigen natürlich auch meine lügen die ich noch tun werde aber ja das ist sowieso aber wir reden hier gerade nicht über lüge egal das ist einfach nur differenzierung und so weiter das schaffst du nicht nehmen es ist einfach nicht rational und absolut nicht theologisch absolut selbstmord eine sünde ja oder nein ja ist mord eine sünde ja und du hast gesagt wenn du gemordet hast kommst du in die hölle wenn ich gemordet habe als christ sagen wir als christ du bist mit voller bekenntnis jesus ist gott einfach ein christ selber was ein christ der ermordet dann wenn er aus lust und laune gemordet hat ist die eine sache wenn er es nicht ganz gut ich habe noch nicht zu ende geredet kannst du ja wenn er es musste und buße tut so wird auch gerettet wenn er aus lust und laune rausgeht und menschen tötet dann würde man sagen dieser mensch hat noch nicht mal die liebe gottes empfangen dieser mensch hat noch nicht mal ein neues herz bekommen wie es auch so jetzt dieser mensch der jetzt dieser christ der jetzt mordet sagen wir ja der tut jetzt diesen mord beginnt in dem moment er kommt ein bus oder ein auto oder ein lkw und fährt ihn um und der konnte nicht mehr wusste tun ist er verloren gegangen aufgrund des werkes des mordens oder welcher von den zwei denn jetzt der mörder der christliche mörder der christliche man konnte nicht mehr wusste tun das heißt der tut dieses messer jetzt sagen und der mensch hat gerade zwei im moment hör mir doch mal zu damit du bist gehen aber du verstehst ich konnte nicht mehr wusste tun das geht warum werde ich bestimmt habe doch keine angst liebe leute ich mache heute euch nichts schlimmes alles gut ich habe dir gerade zwei leute gegeben einer der es musste und der andere der aus lust und laune welcher von denen dieser der es musste der es musste wenn er nicht die buße getan hat aber auch uns wird überliefert von den heiligen so wie es auch in der bibel steht dort guckt ihr bis ins tiefste deines herzen und gott guckt eine absicht im herz wenn du schon im herzen bereut hast dann ist alles gut im herzen der hat aber nur nicht bereut er hat den mord begangen okay aber du sagst mir dann jetzt gerade du sagst mir jetzt gerade wenn er paar schritte weiter läuft auf einmal kommt ein auto schritte weiter während er den anderen ermordet hat in dieser sache wie während ja annehmen wie stellst du dir diese situation ist auch der mensch hör mir bitte zu jetzt der andere der ermordete läuft auf der straße aber und der christliche mörder das tut ihm ein messer in die seite auf einmal in seinen hals rein liegt doch sportlich damit du es begreifst und in dem moment erwischt ihnen ein auto von der seite und der christliche mörder stirbt ist er jetzt errettet oder in die hölle gegangen weil er eine sünde getan hat und ich wusste tun konnte das müsste ich dich fragen kommt er in die hölle oder kommt das müsste ich dich fragen das wäre richtig deine lehre geht jetzt schon zu ende siehst du richtig habe die gesagt stopp du mir nie wieder wörter in dem und resa okay nie wieder okay weil wenn einer zu mir sagt selbstmord wird vergeben zum an aber mir geht der herr jesus christlich recht da bist du noch noch ja 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 also ich sage ich bin jemanden der wenigstens betet zu bahn aber das bild noch näher was noch sagen da bist du ein richtiger richtiger kreis du bist ehrlich auf deinen kopf gefallen also also dieser bürger oder oder was passiert mit ihm resa keine booste tun konnte du hast gesagt ich mal fragen wie alt du bist ich bin in sehr jung sehr jung und sehr hübsch so zurück zu meiner frage resa wie ein derjenige der mörder der christliche mörder nicht gut zu tun konnte nach deiner eigenen lehrer du bist 35 jahre alt du weißt schon dass du mich so einem ganz kurz ob du 29 bist oder so juckt mich nicht du redest hier mit einem etwas jüngeren der baby ich habe sogar mehr wissen wie du habe ich vertreten du hast du hast mir gerade den beispiel gegeben mit einem christen der in einer notsituation jemanden umlegen musste ja ich sage dir wie weit er wenn du sagen wenn du mir sagst er tut ohne die buße kommt er in den himmel ohne die buße dann sage ich dir mal lukas 13 vers 3 diesmal bitte und dann sage ich dir schon alleine wenn dieser mörder aber aus dem herzen bereut schon aus er muss das nicht mal aus dem munde ausbrechen ich habe jemanden umgebracht vergebe mir habe wie dein herz reicht schon wenn dein herz bekennt dass du einen fehler gemacht hast dass du dich selber anklagen muss dann ist alles gut dann bist du in den man kann sünden tun ohne buße zu tun danach du kannst du nicht ohne gesagt das hast du gesagt das sagt mir was denn ich sage nein ich sage nein du sagst du sagst du bist zum beispiel du tust du kannst sage man braucht die buße du sagst man braucht die buße nicht habe ich habe noch gar nichts gesagt ich hatte meine lehre komplett zurück ich frage nur dich aus eine lehre oder ob lehre hin oder hier deine lehre ist nicht dann apostolisch wenn du sagst ohne die buße kommst du mit christoph die was fragen christoph die was fragen wo er kommt zum punkt bruder ja ist für deine sind gestorben war das die antwort war das war das die frage dann war es das ja dann frage ich dich jetzt noch mal leser also ein christ der mordet die einfachen typen umlegt ok das musste er stirbt danach ohne buße ohne nix kommt denn den himmel natürlich wenn er wieder geboren war vorher kommt den thema wenn ich leider keine kraft kann ich aus seinem leben mit einer satans wäre und dann weiß ich dich draußen dann bist du geblockt die ewigkeit also es ist eine satans lehre wenn dann lukas 13 vers 3 sogar steht der wächsgerechtigkeit ich habe nie gesagt dass du stühle tauchen damit die gerettet werden stühle und muslime unter wasser tauchen habe ich nicht gesagt wegen der erbssünde die müssen die erbssünde die erbssünde du trägst die erbssünde wie jesus christus du musst die nur unter wasser tauchen dann empfangen sie den wörter in dem mund mein jesus sagt wenn du dich nicht auch dann sind er rettet ganz kurz das ist jetzt thema abweichen stoppen nicht thema für thema gehen nicht punktverpoint nicht person für person nicht flüchtenreise alles gut oder sagt doch locker und darfst du dich frage dich du bist du nicht wiedergeboren bist du dann wiedergeboren ja das mag ich sehr gerne dass du mir mein heil absprichst kein problem muss es das tun damit du eben die möglichkeit hast gerettet zu werden weil du wie ich also in einer solchen sichere christen das heil absprechen damit natürlich musst du du musst eine menschliche in die er noch nicht wiedergeboren ist musst du sagen junge du bist nicht von neu geboren du musst du tun wahrhaftig umkehren damit du errettet wirst sonst sonst schickst du denjenigen in die hölle jesus habe ich sage dir wenn jemand nicht von neu geboren wird so kann er das in gottesreich nicht sehen ja da steht nicht da steht nicht nicht riechen da steht nicht nicht dies da steht sehen du wirst es nicht mal erblicken habe du wirst deine augen deine augen wenn es nicht mal erblicken können wie kannst du dann sagen du du lieber resa lieber habibi auf den auf den hochgelehrten den die christen seit über 20 millionen jahre warten kommt einer wie du und sagt nein du als christ muss sich nicht taufen lassen obwohl jesus sagt du wirst es nicht mal sehen das reichgottes wenn du es nicht tust was taufen lassen wo wovon die wassertaufe lassen ja guck mal resa jetzt nicht von der wassertaufe im see oder im fluss dieser wasserbad habe ich dir die parallelstelle genannt die titus 3 was ich schließe das mal vor ich schließe das mal wieder moderat und schließe ich eure eure heretik auf der hier alle wollen wir wollen hier keine satanischen müll lehren ja 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 wir müssen das sofort klarstellen damit diese ihre lehre nicht eigentlich zuhörer hier gelangt titus 3 so das für dich ja nicht der werke der gerechtigkeit willen das für dich die wir getan hätten sondern aufgrund seiner barmherzigkeit er rettet durch das bad der wiedergeburt es gibt das bad der wiedergeburt wiedergeburt ja natürlich nicht dieser wasserbad im see oder das redet ich nicht ach so was der wiedergeburt ach im feuer soll ich mich im feuer taufen lassen im wasserbad der wiedergeburt du weißt nicht was wiedergeburt ist und deswegen raffst du es nicht du hast nicht den heiligen geist du denkst eben weltlich ausgleichlich aus seinem eigenen geist und kannst diese sache und ich dir sage nicht checken soll ich mich jetzt aber du musst muß zu tun von neuem geboren werden fs1 vers 13 dann dann wirst du den heiligen geist wiedergeburt werden und dann wird es auch errettet aber wenn du so hochmütig bleibst mit einer kirche die weltlich ist da wirst du auch mit der kirche gerichtet werden also jesus leib christi ok danke hat jesus ist meine pflicht ist es eigentlich ja nicht aber hat jesus ein fehler begangen als er zu petrus gesagt dass auf die möchte ich meine gemeinde bauen die gemeinde wird aber nicht zu der gemeinde jesu ach so aber so schon zu der hohe babylon auf ich bin nicht dein vater weder noch deine mutter ist die kirche ja ja deine mutter wie meine mutter versteht ihr subhanallah die heißen selben geist wie die muslime mit deiner mutter muslim in christen gewandt was ich verstanden habe ist dass er mal christ war muslim war und wieder christ geworden ist irgendwie so was bin aber nicht sicher ich möchte jetzt nichts irgendwas so was habe ich mal mitgekriegt bin aber nicht sicher ich habe nur nicht verstanden ob er christ ich habe nur nicht verstanden ob er christ ist oder mafia boss das habe ich nicht verstanden von seinem geist der hat man keinen unterschied gemeldet aber wenn ich schon die ganze subhanallah sagt dann war schon klar der heilige geist sofort offenbart der der heilige geist denjenigen damit du weißt mit wem du es zu tun hast mit welchem geist du es zu tun hast das ist die gabe der geistesunterscheidung das hat man auch sofort gemerkt er hat er hat er hat eine eine 71 jährige schwester im glauben beleidigt eine 71 jährige und hat sich nicht mehr entschuldigt als die als als paar christen den hochgeholt haben mit dem gerät haben bruder shake oder auch diese um die hat mit dem gesprochen und dieser face und ich war auch schon oben aber ich finde danach hochgegangen hast weil ich gesagt habe das bringt nichts wenn orthodoxen und katholiken protestanten freiwillig kirchler wenn die alle zusammen evangelisieren und da möchte einer zum herrn kommen dann gibt es probleme aber dann fangen sie ganz zu streiten weil zu wem geht er dann weißt du das ist unmöglich man kann man kann sich schon unterhalten über die bibel mit anderen dominitionen die vergleichen oder sich einfach darüber sprechen vielleicht verstehen die das dann auch so wie wir oder irgendwas weißt du aber evangelisieren zusammen geht nicht das das gibt nur probleme und das deswegen bin ich da noch und da haben sie das gesprochen dass er viele beleidigt hat und bedroht hat und was weiß ich mit 17 bruder resa als als jesus am kreuz hing da war doch einer neben ihnen der gesagt hat jesus wenn du den himmel aufwärts bitte denk an mich da hat doch jesus gesagt ich will es heute mit mir im paradies sein ja genau richtig dass das hat man auch als den kleinen jungen da eben gerade sagen können so der typ der am kreuzchen der konnte ja auch erst mal die buße tun so ja gut eigentlich schon hätte dann hätte der jetzt wahrscheinlich gekontert doch in seinem herzen hatte wahrscheinlich schon muße getan und zum glauben gekommen an den herrn stimmt das ist ein erwachsener mensch der mit bei vollem bewusstsein sich für den herrn jesus entscheiden kann und zum glauben kommt aber nicht ein baby ein baby kann nicht glauben das hat überhaupt kein bewusstsein für christus von der resa wenn es so einfach wäre könnten wir in freibad gehen und in allen hallen bädern würden die segnen von irgendeinem priester segnen lassen sagen jeder der da reinspringt und da rauskommt ist dann ist ja einiges wasser ja das ist aufliegt dass alle muslime in freibad gehen das wasser gehen hochkommen und trotzdem nicht christ werden deswegen machen die sind schon schon auch diese leute weil dann für alle leute klar wird dass das alles nur humbug ist dass durch das wassertaufen niemand den heiligen geist empfängt und niemand zum glauben kommen an den herrn das ist du siehst doch dass in deutschland 80 millionen 80 millionen menschen rumlaufen die atheisten sind die als babys getauft worden sind also ich wurde als baby getauft und dann bin ich zum glauben kommen mit über 40 ja aber es gibt auch viele die atheisten sind die als babys getauft worden sind das ist gut irgendwann wird man baby steuer erklärungen aufzwingen wegen der erbschuld wegen der erbschuld wegen der finanzschuld so das baby ich stelle mir vor du tust auf wenn das baby ins gefängnis weil er nicht zahlt so die die schulden das machen die nicht weil die wissen dass das der hämmert ist aber weiter mit der rettung bei baby das machen die dann muslimi machen sowas nicht die sind ja auch irgendwo die denken ja auch irgendwo das kind muss erstmal zum glauben kommen und sowas das baby klar aber ein kind von 34 jahren wenn es bei vollem bewusstsein ist das bewusstsein kommt ja ungefähr mit 34 jahren bei einem kind dann geht es schon los da kann schon das kind zum glauben kommen und wiedergeboren werden das stimmt aber nicht ein baby neugeborener das muss bewusst das bewusstsein muss schon vorhanden sein für eine für eine umkehr und buße ja also viele wollen ja auch werksgerechtigkeit ausüben das ist mir auch ja das hat ja gesagt die sieben sakramente musst du tun das ist alles werksgerechtigkeit das ist überhaupt kein glaube an dem herr an den herrn jesus christus das was er für uns getan hat das ist deine eigene werke und zwar was für werke baby taufe um errettet würde ich dann als letzte auf diese baby taufe sache kommen da würde ich noch sagen meine eigene gerechtigkeit die ich jetzt tue aus glauben dass ich nicht sündige und so weiter aber baby taufe das muss man sich mal geben also dieser wer dieses werk ist hat ja überhaupt mit der errettung nichts zu tun menschen und werke aus glauben die dich eretten aber selbst das wäre noch eine ehe leere denn wir werden ohne die werke des gesetzes gerecht gesprochen allein aufgrund des glaubens an den herrn jesus christus amen aber die werke vervollständigen unseren glaubt die werke sind einfach mit dem glauben kommen die dazu es ist wie ein zwilling ja wie ein wie eine münze mit zwei seiten es gibt keine münze mit einer seite aber komplett also die leere ist ja komplett falsch von vorne bis hinten falsch das sind halt diese ganzen falschen du beleidigst ja du hast ja gerade meine mutter beleidigt du bist ein moslem du beleidigst der mütter und ein moslem bist und so und das geht nicht da kannst du nicht hier hoch kommen doch du bist ein moslem in christen gewandt und gibt deswegen sagst du deine mutter dies ich f deine mutter dass du hast ein da ist so ein falscher agent im falschen körper ein wolf im schafspelz aber dann wirst du entlarvt bist du schon wieder deine mutter ist muslim aber warum ist er so aggressiv das verstehe ich nicht weil er den muslimischen geist hat weil er denn nicht den heiligen geist hat sondern den islamischen geist deswegen sag ich bin auch unter anderer meinung aber haben sie aber ich musste nicht ein erwachsen man seine mutter beleidigen schämlich das ist echt peinlich wieso kennt ihr denn alle ist er bekannt oder was er kommt immer in unsere streams oder wir in seine so man kennt ihn aber ich kenne ihn nicht so ist er jetzt christ oder moslem was ist er denn ich kenne ihn aber dort wer ist orthodox ja wenn du doch sagst subhanallah er sagt er hat nicht beleidigt aber haben sie ja wirklich du hast seine mutter beleidigt was läuft bei dem orthodoxer ich bin orthodox wir sind nicht so ein moslem in christen gewandt aber als christ willst du doch niemals diese begriffe wie ich will die für die gar nicht aussprechen die er gesagt hat hat nichts mit christ zu tun allein zum erwachsenen mann sagst du das nicht als kind da fängst du mal an nein ich meine jetzt diese anderen begriffe so diese islamischen begriffe arabische christen sagen das auch das finde ich jetzt nicht so schlimm die das aber ehrlich in dem sein alter habe ich mir nicht mich nie erlaubt mit irgendjemand so zu sprechen will ich nicht also mit 17 hätte ich so gesprochen mein bruder hat nur sofort die debiten gelesen ja das meine ich also wenn ein 17 jähriger von mir so reden würde ich hätte ich naja egal ja da hat er nicht gewusst was ich meinte mit hoher babylon dann hatte sofort gedacht ich beleidige jetzt ihn oder seine mutter der raff der versteht ja die bibel nicht da kennt er die bibel nicht dass ich sagte hoher babylon auf einmal 17 18 hatte gedacht ich beleidige jetzt ihn und seine mutter so daneben liegt er und hat dann meine mutter beleidigt so kaputt sind diese menschen hier auf der erde speziell auf tik tok hat er denn unbedingt auf die babytaufe also gebraucht ja ok ok ob biblisch oder nicht ne also für mich persönlich macht das keinen sinn obwohl ich auch als baby getauft wurde und viel später zum glauben gekommen bin also ich finde nichts falsch an der orthodoxie equus denomina bitte aber ich sage nur für mich persönlich ich würde so so 10 12 13 14 so wenn wenn ich mein kind die bibel beigebracht habe ich habe selbst kinder die noch nicht getauft dass sie das kennenlernen wissen warum wieso weshalb und das verstehen dann ist ja schon fast zu spät jedes kind bekommt ja spät ist somit vier jahren schon das bewusstsein und fängt an zu sündigen bewusst da siehst du dass sie zum beispiel von den eltern bisschen geld klauen und das verstecken und lügen wenn man die frage hast du das genommen da sagen die nein und da ab dem zeitpunkt brauchen sie schon den herrn jesus christus zur rettung da müssen wir schon das sagt der jesus lasst die kinder zu mir kommen so früh wie möglich so früh wie möglich ihre es das himmelreich genau den ihrer ist das himmelreich die aber natürlich zum herrn jesus kommen richtig und genau einer der sorge ist orthodox sagte gleichzeitig dass er nicht errettet ist und dass er rettet sein muss noch später also kommt noch ja aber da sieht man eben der herr die geist offenbart uns eben den halt den geist eines menschen was denn was auf dem geist neben ist ja sofort hat man sofort gesehen dauert nicht lange die lehre die er da vertritt natürlich das ist ja eben diese diese falsche lehre mit den sakramenten alles sachen die absolut nicht zur errettung beitragen alles die errettung ist einzig allein jesus christus und glaube an ihm und das was er für uns getan hat und dass er gott ist also alles an glaube an ihm alles und nichts an uns natürlich müssen wir uns bekehren und bei der glaube und bekehrung geht dazu die buße aber sonst können wir nichts tun die werken die wir tun und sind auch vom vater von ewigkeit her für uns vorbereitet nicht mal diese werke sind von uns sondern sind vom vater uns gegeben durch den heiligen geist dass wir die tun richtig nichts liegt an uns nix 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 checker nix können sind bösartige sünder die sündigen und eigentlich jede sekunde in die hölle geschmissen werden müssten wenn es gerecht zu gehen würde aber gott ist nicht nur gerecht sondern auch barmherzig und vergibt uns aufgrund seiner barmherzigkeit und stellt uns unter gnade und gnade ist immer unverdient verdient hätten wir die hölle durch unsere sünde durch unsere bösen werke die wir tun lügen betrügen schlagen lästern beschimpfen im geist auch manchmal ermordend dafür hätten wir alle die strafe verdient der hölle aber gott ist nicht nur gerecht sondern barmherzig deswegen gnade unverdient der gnade halleluja aber es gilt nur für die wiedergeborenen ein orthodoxe wie der der kann nicht auf gnade des herrn brauchen er ist nicht wiedergeboren er steht immer noch unter unter gesetz darauf bestanden dass orthodoxie das richtige weg ist er will aufgrund seiner eigenen falschen werke errettet werden und deswegen wird er verloren gehen ich denke mal der würde sich auch gerne rühmen ja genau das ist selbst rühmen ja natürlich aber dann offenbart sich immer wieder der geist des menschen wenn er in konfrontation mit dem heiligen geist gerät dann offenbar sich in der unreine geist in jemandem oder sein geist eben der noch unter der herrschaft des bösen steht aber eben weil heiliger geist offenbart sich gegenüber einem bruder im herrn und sofort erkennen die sich gegenseitig ist durch die lehre im heiligen geist erkennen sich und das geht eben nicht mit demjenigen der nicht den heiligen geist hat und wenn er aus seinem eigenen geist aus einem fleischlichen geist heraus aus seinem eigenen menschlichen geist spricht dann knallt das gegen gegen die die aussagen die vom heiligen geist kommt von einem bruder sofort stößt stößt es an und der heilige geist offenbart an den geist des anderen hat er nicht lange gedauert ich habe bevor er meine mutter beleidigt hat habe ich ja gesagt er ist moslem im christengewand und was ist passiert er hat das bezeugt also er hat das bewiesen ich also öff deine mutter unglaublich dasselbe geist ich habe sie gesagt er sagt subhanallah ich habe gesagt hey du bist muss der du hast nun im islamischen geist empfangen deswegen sagst du subhanallah und fünf minuten später sagte ich äfft deine mutter dasselbe geist ist nicht der heilige geist ein weltlicher geist edescher fleischlicher geist von der welt es ist gut zwei wir haben nicht einen geist der welt empfangen jetzt mal vor kreise grüte 2 vers 12 wir haben wir aber haben nicht den geist der welt empfangen sondern den geist der aus gott ist ein heilige geist so dass wir so dass sie wissen können wissen können was uns von gott geschenkt ist also man kann auch einen falschen geist entfangen ein geist der welt zum beispiel dieser kollege von von vorhin das macht mir immer richtig angst wenn ich dann so aggressiv und wütend werden und jenes und alles ich war ja gestern bei euch im livestream ich glaube es war bei pavlos da kamen welche leute rein die sachen gesagt haben da hatte ich bis heute abend noch mal angst was haben wir gesagt ja das war so welche tolls da habt ihr barello aufgeklärt wir und haben ihre stimme auf einmal außerdem nicht so umgestellt hat man richtig bemerkt die waren da richtig besessen ja da schickte satan eben seine schergen damit die eben das aufhalten dass einer seiner schergen im aufgedeckt wird wie zb barello das schickte satan sofort seine leute die dann dann dagegen kämpfen ich mache ein stream auf hintergrund denn jesus ist gott und erwartet mal zehn minuten kummer wie oft man beleidigt wird so augen wie weiße augen hatte so als profil ich habe gehört gegen sie ist sehr reinkommuniert wer ist der christ der vorhin hier drin war der nicht wiedergeborene geist der muslime hat ja ja er war hier drin warum sagst du dass der geist der muslim hat wenn er christ ist ja weil er sagt subhanallah und ich äff deine mutter es ging um seine beleidigung es ging um seine beleidigung was er gesagt hat ging gar nicht welche gemeinschaft kennst du die sagst subhanallah und sagst äff deine mutter welche gemeinschaft du hast die möglichkeit nicht hinterhält sich zu sein und mir die antwort zu geben welche religionsgemeinschaft sagt subhanallah und das ist eine mutter aber war schon immer christ oder war auch schon mal moslem tc hat so verkackt jetzt schon wenn er beleidigt hat richtig ekelhaft wenn es bleibt aber trotzdem gibt dass ich das nicht das recht werden werden so jetzt können wir uns unterhalten mit dem wenn er raus ist so kommt die suche ja genau nehmen immer nach der einsatz wer hier eine auf hinterhält sich behämmert macht wird sofort rausgeschmissen und gottes segen eine frage du nehmen uns wäre selber freie kirche aber du sagst dass die ganzen orthodoxen ja die kann der büste tun in die röde kommen richtig wir müssen wiedergeboren werden ja genau okay wir müssen haben wir als christen einen anderen stellen wird mein gott als die muslimer stellen wird mein gott als die muslime ja natürlich wir sind die braucht christi wir sind seine braut wir sind sein naja ist okay okay ich finde es nur verloren gehen ja aber ich finde es nur krass ich sage ganz ehrlich ob es jetzt bei den freikirchenland ist ob es bei der orthodoxen ist bei den katholiken ist dieses den heil das heil abzusprechen du kannst du kannst einen einen bruder ein daumensbruder für mich dass meine brüder so kann man mit denen in ruhe sprechen wenn man also anhand meinem herzen liegt pass auf oder sowieso so lass es über debattieren sowas im respekt aber nicht mit einem mit einem stolz der erhobenheit da herunter damit befragt man keine menschen das meine meinung ja das vielleicht kommt das so rüber aber es ist kein stolz sondern eben aus dem heiligen geist vehement dass das weltliche geist hier rausgehalten wird und bekämpft wird mit mit aller mit aller loswendigkeit das kommt so rüber also ob das aus dem hochmund ist ist aber nicht ist es aus liebe zum herrn und seine schafe dass man hier nicht erlaubt ehrlehrern verbreitet werden damit die schaft des herrn eben nicht zu schaden kommt das ist auf die welt aber wenn ich aus dem herrg und die seere müssen trinken das tut ihr nicht gut gibt verpasst ihr eine auslebe oder ob es aus liebe so hat richtig verschiebt was du meinst aber es ist nicht der richtige weg ist es nicht genau so ist er vernünftig geredet nein du hast ja erst du hast einen vergleich gezogen mit einem bruder aber das ist ja kein bruder der krassesten bruder aber nicht für mich dann ist das ok heißt das also für dich ist das der ganze dialog und das ganze alles ist einfach noch schmerzen wir müssen menschen damit aufwecken wenn es wenn er echt zum teufel geht wie wir den menschen aufwecken so nein es ist ein unterschied wenn ein mensch sucht oder ein mensch verhärtet sich im herzen möchte schabernack reichen aber ja wir können aber sind wir können aber die fersen so dreh ein dinget gesehen und sagen pass auf der passt mir hat seine nasen passt mir nicht der ist da ist das herz verdreht das wird mit den böden sagen pass auf dass da eine harte boden oder wir müssen immer noch immer wieder in uns selber gehen und nun können wie wir mit den menschen reden und es kotzt mich einfach ich bin ein mensch bruder resa ich bin ein mensch ich bin sehr fleischlich ich bin sehr fleischiger mensch so und selbst ich muss mich zurückhalten wenn mich dann so sehe wie man manche bruder miteinander umgehen das geht nicht ja aber das heißt es geht nicht ist doch die judas brief kapitel 1 steht das haben sich viele etliche hinein geschlichen die aber schon längst zum gericht aufbewahrt werden ja aber das dinge zu lesen wie viel nach der aussage nach der aussage oder ich bin jetzt auch nicht ich stehe auch nicht auf die ganzen dogmaten der kirche ob es auch die die evangelische staatskirche stehe ich nicht drauf sagen dass offen weil ich darf nicht jesus im schmür oder merken ja wir wollen einen ganz so ok aber ich weiß aber auch wiederum dass das jesus barmherzig war jesus auch die menschen mit 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 liebe entgegengetreten ist auch ja aber auch ihr heuchler ihr schlangen und ihr ort da gibt es war entkommen ihr habt den teufel zum vater sowohl als auch aber denkst du dass das dass das dass wir explizit sagen können dass jeder aus der orthodox ist oder jeder der durch diese rolle geht natürlich jeder ja natürlich warum weil die nicht von neuem geboren sind kein wiedergeborener würde sagen ich bin orthodox warum sage ich denn zum beispiel nicht ich bin orthodox warum sage ich das nicht senkt doch mal deine stimme es war das gute wollen wir umschreiben das ding ist bruder was man mit den leuten vor der geschichte die orthodoxen und sowas was mit der genie gehörte wo gehen die hin das gilt sind die verloren diesen von war klar also hat gott die bewussten die irre geleitet richtig nein die wollten nicht du siehst doch ich rede sehr oft mit den orthodoxen katholiken aber die wollen nicht okay bruder wir hatten so viele leute die ihn gar nicht die bibel lesen durften weil es nur ein heiligstum war war es nur mit den leuten die bibel nicht lesen konnten die gingen trotzdem die hölle nein aber die die leute die eben das gehört haben die predigten die müssten zum glauben kommen wahrhaftig sich bekehren und dann von der kirche sich verabschieden das heißt also sie sind alle verloren wir haben trotzdem katholik mäßig gesehen haben wir menschen die nicht gebildet waren die nicht lesen konnten wir auch noch nicht mal die die ehe entwickelt hatten um die bibel zu lesen so dann sagt das heißt dass das die nicht alle in die hölle gehen das geht gar nicht doch also natürlich das heißt also habe ich habe ich glück gehabt dass ich in diesem leben geboren bin in diesem jahr geboren und nicht auch zu der damaligen zeit als die kirche herrschte auch da gab es die möglichkeit errettet zu werden und es sind bestimmt brüder und schwester zum glauben gekommen warte lass mich aussprechen wir sind auch zum glauben gekommen und haben sich dann schlicht einfach ganz normal verabschiedet von der katholischen kirche und sind weggekommen oder sind verbrannt worden von der kirche als ketzer sie jeden täufer bewegung zum beispiel die wieder täufer ja aber ich sag's noch mal es gab menschen gottesfürchtige menschen die nur dem entsprechend agiert haben was ja die informationen hatten in dieser zeit und da kannst du unser sagst du zu mir explizit pass auf wir gehen in die hölle wenn ich dazu auch was sagen darf diese menschen zu dieser zeit die haben ganz anders geglaubt wie wir wenn die zu dieser zeit gehört haben dass der jesus christus ist wenn sie das evangelium gehört haben die haben auch wirklich geglaubt da hast du nicht die haben wirklich geglaubt ist nicht so wie jetzt die haben wirklich an den herrn geglaubt dann wieso sollte er nicht gerettet sein dadurch geglaubt nur der glaube ich frage bruder aber ich frage ihn ja ich frage aber das meint doch bruder leser doch oder dieser meint ist aber er hat gesagt ich frage ich versuche das ja zu verstehen nein natürlich wie nicht zu mir gerettet wenn er nicht von neuem geboren ist und katholiken sagen nicht dass sie von neuem geboren die kennen das nicht weil sie nicht von neuem geboren sind das heißt sie gehen an alle in die hölle ich ja natürlich der jesus meinte das was er meint meinte ja ernst in johannes 3 fest 3 das ist ja nicht einfach so dahin geredet und das hat überhaupt keine bedeutung es nennt selber die katholische kirche auf morgen 17 und 18 die hure babylon die seine seine schafe getötet hat das heißt aber also bruder bis die leute die informationen hatten und an die informationen dran kamen davor die 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 informationen nicht hatten ja gehen trotzdem in die hölle richtig ja dann habe ich dann habe ich schwein gehabt weil du eben heutzutage genauso wenn du jetzt damals das evangelium gehörte ist und so etwas wärst du dann rausgegangen aus der katholischen kirche und wer ist verfolgt worden bruder komme ich jetzt immer nur ein vergleich aus meiner eigenen familie ich bin kurde ja ich bin kurde meine eltern die kamen 1973 aus türkei rüber ja meine mutter konnte kein wort lesen mehr so jetzt gehen wir aber noch mal bruder geben noch mal 1000 jahre zurück denkst du da waren alle gebildeten haben hier betrieben waren intellektuell oder was du musst nicht intellektuell sein um errettet zu werden in romänien darf nicht jeder die bibel lesen oder nicht zitieren und solche sachen es geht doch darum die informationsfluss war damals nicht so gegeben und das ist damals nicht so gewesen nein der herr hätte dafür gesorgt du musst dem gott vertrauen was er imstande ist zu tun der hätte deine mutter wenn er jetzt gelebt hätte 1000 jahre vorher sagen wir in den tiefsten bergen wo nur zwei menschen im jahr vorbeikommen der herr hätte deine mutter rausgenommen aus da ein weg gefunden bis sie irgendwo hinkommt wo das evangelium verkündet wird und dann hätte deine mutter das angenommen und errettet das macht der herr wenn er das nicht tut weiß er das ganz egal ganz gleich wie oft deine mutter jetzt da raus genommen wäre und in eine kirche gesetzt wäre oder tausende bibel geschenkt bekommen hätte die hätte sich nie bekehrt deswegen bleibt die auch da in den gebirgen und wird verloren gehen römer kapitel 1 und 2 lesen so wie ohne gesetz gesündigt haben die menschen verloren gehen ohne gesetz und die die unter gesetz gesündigt haben die werden verloren gehen und also verurteilt werden durch das gesetz es gibt keine ausrede das heißt also bruder katholischen kirche damals wurde nie einer gerettet richtig ja also das heißt dann rein prozentual wie wenn wir das so wirtschaftlich gucken würden heißt dass in dieser zeit mehr leute gerettet worden sind als damals muss nicht sein heutzutage gibt es ganz ganz wenige wiedergeborene kann man an einer hand ablesen darf ich auch dazu kurz bitte was sagen damals ich glaube damals gab es damals gab es die bibel auch und jeder die möglichkeit hatte die bibel zu lesen warte bitte warte bitte warte bitte lasst mich bitte ausreden nicht gleich nicht gleich wein bleiben hatte ganz kurz jeder der die möglichkeit hat in die bibel zu lesen hat sie gelesen ja und und ist und der dass der auf diesen fast gestoßen ist und die bibel verstanden hat da hat versucht mit den leuten zu reden und das auch zu sagen ich glaube ich glaube ja machst du doch auch was machen wir brennen wir dafür nicht tun wir so tun sie nicht das sagt uns die wir sollen das machen wieso sollten die damals anders denken wie heute jetzt pass auf und es kann doch sein dass sie dass sie früher früher das auch gelehrt haben nur mit der zeit ist halt wirklich dieser böser geist so groß geworden dass das einfach nicht mehr gelehrt wurde es gab verschiedene zeiten wir können nicht sagen wir waren nicht da ich weiß nicht ob die wieder geboren oder nicht aber sagt dass das damals ein katholik sich nicht vielleicht diesen bibelabschnitt gelesen hat und selber wieder geboren ist und hat seine familie dazu gebracht oder jemand anders 1950 hatten nicht jeder fernseher gehabt okay so wenn wir noch weiter zurück geht oder in europa haben sie herumgeschissen tik tok sportlich weil ich eine kanalisation hatten und der hochhackige schulgetragen der katholik umtreten und hier wollten mir erzählen also es gibt mein kopf zu sein 1950 das heißt also die gegebenheit war nicht so wie heute oder auch obwohl ich auch nicht dran glaube dass also intellektuell ist noch ein stag aber damals war das so und da kann man nicht dahergehen sagen wir haben die total die bibel ist alter der buchdruck kam der buchdruck kam in der zeit von luther was ein buch gekostet weiß das überhaupt pass auf pass auf pass auf nochmal erstens 1950 war nie ein hotel waren die bibel drin jeder konnte die bibel lesen wenn er wollte so weit im hotel war konnte die bibel lesen zweitens jetzt warte bitte ganz kurz ich möchte nur zwei sachen sagen zwei sachen ich habe gesagt zu dir jemand der die möglichkeit hatte die bibel zu lesen und diesen vers verstanden hat hat es auch weitergegeben so wie wir das heute auch tun und jetzt stelle ich dir eine andere frage bist du der meinung dass jemand gerettet ist wenn er nicht wiedergeboren ist heutzutage wenn er nicht wiedergeboren ist buße tut und zum herrn kommt wie die bibel das sagt ich glaube einfach wenn jemand sich nicht bewusst für jesus entscheidet genau das ist ja die wiedergeburt ist man entscheidet sich für den herrn bewusst ich glaube schon dass einer auch als kind getauft worden ist oder als baby getauft worden ist aber nicht bewusst bewusst ja für den herrn entschieden hat und bewusst aus denen aus der bibel liest und bewusst die liebe praktiziert praktiziert und den namen jesu wandelt dann ist das vollkommen in ordnung ich stelle dir die frage noch mal wenn jemand heutzutage nicht zum herrn kommt an den herrn jesus christus glaubt und wiedergeboren wird wenn jemand nicht diesen akt der wiedergeburt macht indem er buße tut und sagt herr ich folge danach jemand der das nicht tut heutzutage ist er gerettet ja oder nein nein und wieso sollte das damals anders sein weil da aber jemand der damals aber jemand jemand der damals wahrlich an den herrn geglaubt hat wieso soll er nicht gerettet sein wer wahrlich damals sind die anders zum herrn gekommen nicht so wie heute heute glaubt doch kein mensch mehr an gott die heute ziehen die doch draußen sind doch man doch alles ekelhafte menschen aber früher waren das gottesfürchtige wenn man damals gesagt hat ich glaube an den herrn jesus christian hat wirklich geglaubt die waren gottesfürchtig ja aber es ist auch das ding der der industrie dass sie alles hatten dass ich brauche und nicht für mein leben mir geht es so gut genug daher kommt das ja und nicht weil ich glaube auch dass menschen die auf einmal neben problematien wo gott zieht dann doch zum herrn kommt ja bloß ich finde es anmaßen weil ich selber ich bin der größte sündiger wie jeder von uns ich würde es anmaßen finden jedem bruder sein heil abzusprechen aber pass auf pass auf ich tue ich tue sowas nicht ich kann das nicht ich habe ich menschlich nicht und ich bin vielleicht noch nicht so weit dafür aber ich kann dein sagen berichten kann nur der herr und wenn jemand das macht würde ich das nicht würde ich das nicht sehen als richten sondern eher als weckruf und sagen so hey irgendwas stimmt gerade nichts was ich mache wenn jemand so weit geht mir das zu sagen ist vielleicht irgendwas mit mir nicht in ordnung ich müsste das überdenken was ich tue vielleicht nicht gleich als was negatives sehen wenn jemand das macht vielleicht wenn wir nicht wenn ich dich auf das hinweise und ich sage dir zum beispiel wenn du nicht zum herrn kommst ich glaube nicht dass du gerettet bist dann 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 möchte ich doch nichts böses aber oder wie man bald rein ruft so schalt es raus aber genau und genau und genau und diese junge kam vorhin rein wie ein mafiaboss da kann man nicht rein wie ein christ da kann man rein wie aber wo weißt du wie auch weißt du da kann man die mafiaboss da hat gesagt ich habe die größten glocken ich jetzt macht mir erst mal platz ich bin jetzt hier drin jetzt rede ich unter unter wachsenen männern bruder ist jeder mensch ist gleich bruder nein das nicht aber genauso und genauso hat das da hat er dann sein paket abgekriegt genauso wie er in den wald reingeschrien hat aber bruder ich dachte aber normalerweise wissen wir haben gesagt wir hätten normal wir müssten alle alle müssten wir in der hölle gehen sofort aber ich bin mein herrn ich bin mein herrn und unser werk aber ich denke einfach bruder kann man es richtig ich dachte ich bin ein sehr fleischlicher mensch das heißt ja schon aus und ich merke aber gott in der arbeit das merke ich schon aber ich bin und es gibt halt menschen die wir nicht alle gleich der eine ist halt ein bisschen stärker und der andere ist ein bisschen schwächer im glauben aber dann wenn wir stärker sind dann müssen wir den schwächeren hochreifen nicht drauf treten so denke ich das bruder verstehst du natürlich natürlich aber er kam er rein er kam er rein mit ganz komischer haltung ganz komischen fragen und wollte eigentlich mehr konfrontation und kein und kein gespräch haben dann entsteht so was dann entsteht leider so was man dann ist es kein gespräch können uns jetzt auch noch mal unterhalten oder wir haben dass wir gerade gechillt sind dass wir uns zurückhalten oder auch du merkst doch ab und zu reden dass ja eine versuche lauter zu werden oder das ist bewusst ist wo ich zum beispiel gesagt aber geht noch so leise aber es war ich noch nicht mal bewusst und natürlich das übel da bin ich auch nicht übel und das wenn man sie ist wenn man so ein bisschen feingefühl hat und sagt also auch es kann aufgeregt mit den menschen dann ist das vollkommen in ordnung aber wir müssen nicht direkt mit dem gleichen scheiß dann gegen argumentieren tik tok sportlich aber wenn du gerade gesagt hat wie du gerade gesagt dass wir können alle fleischig werden alle und das ist normal dass auch das auch was auch wir noch fleischig dann wenn man das ist doch normal dass mir keines davon kann es davon befreit keiner von uns aber wir sollten uns gegenseitig gegenseitig auf gut nett gemeint hinten rein treten gegenseitig verstehe es aber im netten ton und vielleicht mit lieber entgegentreten das natürlich gar keine frage aber wenn jemand echt pass auf wenn jemand schon kennst dass er schon in verschiedenen in verschiedenen streams negativ aufgefallen ist weil er beleidigt bedroht und was weiß ich was alles macht und dann hier reinkommt mit einer haltung wie wenn er dann don giovanni wer weißt du wenn er der gut vater persönlich wäre dann ist die haltung von uns wirklich schon fleischig aber das muss man wirklich verstehen weil das sind da der 71 jährige schwester beleidigt und hat sich nicht mehr entschuldigt bei jesus gesagt wenn es immer noch nicht nützt tritt euch die schuhe ab macht ihn auf weiter zieht weiter deswegen hat das sind dann noch rausgeschmissen nein es geht wenn ich zum beispiel lauter werde ist das ja nicht wegen weil er als mensch mir nicht gefällt das ist mir vollkommen egal er kann der netteste mensch sein ich werde genauso hart mit dem reden wie wenn der nervöseste mensch ist dieser zorn entlädt sich bei mir also mein zorn ist eine zorn des heiligen geistes die über mich kommt über ihr lehren und eben wölfe im schafspelz die sich hineingeschlichen haben und das müssen wir alles berücksichtigen weil deswegen darf ich nicht es zulassen dass leute eben als christlich haben aber dem dem gegner zu dienen ja das ist aber nicht du da gehe ich rieber groß dazwischen oder was bin ich denn da bin ich ein hase im hasenfeld von dir habe ich jetzt bis jetzt nichts falsches gehört du musst jetzt nur mir sagen was woran du glaubst was in welcher lehre du steckst und dann kann ich dir einen ein urteil sagen darauf solange ein zeugen jehova sein mund nicht aufmacht dann kann ich nicht davon ausgehen dass er rettet ist oder nicht sobald er aber anfängt zu bezeugen dann war okay falsche lehre nicht wieder geboren ich bin seit sieben monaten bekehrt seit drei monaten getauft und seit 20 jahren mit dem herren im kontakt sieben monaten bis jetzt im herrn ganz bricht noch mal also ein baby im glauben sage ich mal ja wie ich bruder der kristen gewesen der war einer der christen der nicht durch das wort zum wort gebracht worden es gibt menschen die können kommen zum glauben weil sie irgendwie gefühle haben überwältigt sind oder das wort in ihnen der frucht trägt und bei mir war es immer so ich wollte immer ich habe gleich ich werde christ ich werde christ aber hat mich nie getraut den schritt zu machen bis gott dann kam um den heiligen asche gegeben hat die durchsportlich das mache ich damit ja ja jeder so der herr weiß wie wir geschaffen sind und der eine braucht das bisschen härter der andere wissen weiß aber gott macht das alles aus liebe richtig aber das ist halt unser fleisch wenn der eine ist oder andere so ein bisschen härter der andere ist weicher im nehmen und deswegen geht der herr nicht bei allem gleich vor soll ich mal eine lustige geschichte erzählen bruder ich bin in eine stadt gefahren ich nenne jetzt auch die stadt nicht ist egal und ich wollte zu sagen gemeinde weniger an gedacht wegen toten er ist gestorben der elige und ich sollte einfach nur wollten da hin gab es was zu essen und so was die bergung war schon leichen schnauze leicht geschlossen auf jeden fall ich habe mich verfahren obwohl ich habe ich verfahren und sehe dann einen typen mit jemanden und decken wir so lass mal den k.a.p.p. über das zimmer streifen habe ich gebremst und den rüber guck guck einem kichchen vorher bisher war ich der schul hat kunderspann habe ich mich mit unterhalten aber ich glaube anfang wenn man so muss immer was aber hier coole bin und das war daran gewesen ist lustig ich habe mir vor allem ist aber sachen angehört davor und habe ich den getroffen und ich habe mich verfahren obwohl ich habe ja das hat der herr so eingefädelt ein mächtiges zeichen gegeben zeichne zeichen aber es gab schon viel zeichnen schon sieht man es nicht das geht ja ja und was du für muslim oder ich war ich glaube fest dass sie alle wieder aus dem schamannischen glauben entstanden sind und treibt durch diese zwangsläume ist normalisierung dazu gezwungen worden sind denke ich oder ein vorwand des des siehens mal du siehst bei vielen ostdeckischen tatschikischen und sowas wo die tschukvölker herkommen diesen kult schamanismus und so machen dass er sich so dermaßen aber deswegen habe ich auch glück gehabt dass ich beim zum glauben getreu gekommen bin dass ich da keine probleme hatte bis jetzt die anderen die zu glauben kommen die haben dann bei sich die mussten dann so gesehen werden erfolgen so ein kreuz auf sich nehmen die anderen auch so ein heftiges kreuz zu tragen und dann sage ich habe glück gehabt dafür kann ich sehr dankbar sein dem herrn deswegen meine ganze familie war bei meiner taufe dabei gewesen und freunde waren da waren 40 50 mal auf meiner taufe das ist schön deswegen jungs ich wünsche euch dann trotzdem gottes segen ja gleichfalls bitte danke dir ebenso gottes reiches segen ich hoffe dass wir mal mit unseren anderen brüdern irgendwann mal alle aufeinander kommen das kann ich das ganze nicht du bist so richtig du bist so richtig pessimistisch ich stelle jetzt mal eine frage ich stelle jetzt mal eine frage jetzt jetzt nehmen wir an wir treffen uns alle wir sind zu fünft und wir gehen evangelisieren auf der straße ein katholik ein orthodoxe ein protestant ein lassen sich anzeigen jahre und ein wiedergeborener in jesus christus wir gehen auf die straße ich sage ich sage nein kann so wie wir ein neugeborener jetzt gehen wir evangelisieren auf der straße und es kommt einer der interesse hat die leute schlagen sich in den da wird es da wird krieg geben weil zu wen geht er dann wenn er sagt sie wird katholik sagt keine nennen in dem moment ist die falsche leute musste meine leute bekommen man sagt das ist leider nie passieren das ist einfach leider so das können wir leider ist der mensch realismus das hat was mit realismus zu tun mit realität aber leider schlechten empfangen ja natürlich ist noch neu im glauben der ist was auch in der lehre noch nicht so richtig bewandert wie ich damals als ich auch neu im herrn war ich hatte auch ich habe auch erst mal nur gutes gedacht von der sogenannten christenheit völlig naiv bin ich da reingegangen habe gedacht das sind alles so brüder und schwester bis ich ernüchternd ernüchternd feststellen musste was sich da rumtummelt in der sogenannten christen ich bin nicht vergessen weil es eine feder geplatzt ich bin nicht vergessen also 100.000 100.000 likes es geht hier nicht wenn wir nicht zum beispiel jetzt härter werde oder lauter es geht nicht darum denjenigen zu diskriminieren oder nein ich bin sauer aufgrund der falschen lehre und weil ich spüre eben dass der feind seine leute reinschickt um eben falsche lehre und gift zu versprühen und das kann ich nicht erlauben weil hier sind eben hunderte leute drin die zuhören und eventuell können die dann halt schaden erleiden auf eine falsche fährte gelockt werden und 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 dann bin ich für verantwortlich weil ich das zugelassen habe also nochmals auch für die leute die irgendwelche geschenke mit denken kein cent wird für mich verwendet sondern ich werde es einmal sammeln und jemandem geben der das wirklich nötig hat also der wirklich arm ist und der das wirklich braucht und dann werdet ihr auch alle anteil haben und lohn empfangen das dazu danke euch allen ja nein man muss die die wahre gesunde lehre die uns mitgeteilt worden ist durch den heiligen geist durch die durch das studieren der bibel eben verteidigen und festhalten und das nicht außer acht lassen 1. timotheus kapitel 4 sagt der apostel paulus habe acht auf dich selbst und auf die lehre einzahl auf die eine lehre nicht lehren katholisch evangelisch orthodox was weiß ich was ja was ist da draußen für lehren gibt der habe acht auf dich selbst und auf die lehre einzahl bleibe beständig dabei denn wenn du dies tust wirst du sowohl dich selbst retten als auch die welche auf dich hören die lehre die lehre ist nur eine nicht heilsamen lehren retten den lehren nein einzahl 1. timotheus kapitel 4 vers 16 es gibt nur eine lehre die zum zur rettung führt und alle anderen lehren führen ins verderben das sagt das wort gottes der besuch ist da besuch ist da wo ist da wir müssen am montag warten am montag wird ein tt gemacht mit einem kopf und dann werden wenn es alles gut ist überlegen sie ihn aufzuwecken weiter beten den herrn eresa darf ich was fragen jesus christus ist ja im wesen einzelne also gott ja also dieses also vollkommener gott von ewigkeit her und vollkommener mensch jesus christus auch im geist der vater nein er ist als gott ist der gottes sohn neuer 95 darf man nicht falsch verstehen er ist der vater der ewigkeit ja aber ist nicht gott der vater ok das ist ein unterschied der vater der ewigkeit der glauben bis in aller ewigkeit dass er unser herr heiland retter gott ist ist er der vater der ewigkeit in dieser ewigkeit die wir mit ihm verbringen werden er hat das alles gestaltet natürlich ist auch der dreieinige gott beteiligt ne aber er ist der vollander anfänger und vollender des glaubens in der ewigkeit wir sind im wesen eins ein gott nein natürlich als gotts sohn ist er dem gott dem vater ein also gleich nicht eins im wesen als gott ist er eins ja aber er ist nicht gott der vater ein geist ja also heiliger geist ist gott der sohn ist gott und der vater ist gott alle drei sind gott hast du noch fragen nein bruder oder ist irgendwas nicht ganz klar nein 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 ich verstehe es also die trinität ist immer so eine komplette sache sowieso ja also aber ich jesus christus der wahrhaftige gott und er hat die sünden der welt befreit das ist das wichtigste was man daran glauben sollte ja genau weil nur so kannst du retten werden allein jesus christus kreuzigung das sind angenommen hast und es gibt auch keine monarchie wie manche denken dass die den vater oben als monarchen und dann alles anders und das ist nicht das sind alle drei gleich nicht du weißt das ist eine falsche die in der orthodoxen kirche gelehrt wird reis das der aber du warst immer ich werde mich nur blocken und so kommt raus mit den ehelehrern die in die stecken kein problem nein ich mache spaß muss aber er hat mut zu blockierung ewig habe aber resa bruder du hast ja immer ehelehrern kennen leute ihr müsst das auslassen ich muss das wissen was ich mache spaß ich mache spaß gerade ich rede gerade menschlich also war also du wichtig kennengelernt habe habe ich dich bei amit kennengelernt du warst immer feste meinung dazu ist was du mir gesagt dass noch mal feste meinung was warst immer dieser meinung jetzt durch deine meinung nicht geändert nein immer dasselbe immer dasselbe ok ein wiedergeboren auch ändert seine meinung nicht bezüglich gott sonst wäre er nicht wiedergeboren ja das ist ja abgefallen das was er war nicht wiedergeboren dann war nur teilhaftig heiligen geistes also einmal gerät in ewigkeit gerät mann jetzt ja genau okay versiegelt mit dem heiligen geist wie ist das denn mit dir wie lange bist du denn schon im glauben an den herr drei jahre ich bin von orthodox jesus christus gekommen ach guck mal sie ist da haben ein positives beispiel dafür da habe ich habe ein sehr großes problem gehabt ja jetzt haben wir ein bisschen bekannt vor ja ich glaube ich wir haben uns schon unterhalten kann sein ja ich habe ein sehr großes problem gehabt ich habe ich habe ich habe wie soll ich sagen ich habe das andere geschlecht vorgezogen so was weiß mit an das andere geschlecht vorgezogen ich habe das andere geschlecht vorgezogen also weiß homosexualität ja guck mal heftig aber das ja das ist ich habe mein zeugen ist nur einmal erzählt ist es mir nicht unangenehm ich bin froh drüber daher jetzt soll ich habe ihn angenommen die gedanken aber die sünder in mir die wohnt ja noch ein paulus sagt ja ich eben damit ich tue das was ich hasse aber das heißt nicht dass ich auf heute auf morgen geheilt bin nein ich werde noch mehr kämpfen mit dem angenommen habe weil ich ja den herrn jesus christus angenommen habe werde ich noch mehr kämpfen mit mir genau du bist heftig durch solche leute wie dich brauchen wir mehr die ihr zeugnis geben das wird auch noch andere homosexuelle auch bestärken und auch eben dass die leute sehen dass auch ein homosexueller auch errettet wird das ist grandios wir brauchen solche zeugen zu mehr du musst mehr mutiger sein du musst nach vorne gehen mehr ich habe einmal beim zeugen ist abgegeben ich habe es gefilmt bei der violetta da waren 180 ich habe sie gesagt habe sie ich habe ich sage es nur einmal und dann nicht jetzt habe ich nur so grob gesagt aber es ist wirklich es war wirklich groß dieser dieser wie ich zu den fangen kommen weil ich war wirklich im chaos weil ich nicht gewusst habe was ich mit mir machen soll ja wenn ich wollte das nicht aber mein und mein kopf 100 prozent war darauf fixiert dass ich es unbedingt glücklich bin von dem weißt du das war wirklich depressiv panik komplett wirklich es war aber schließlich endlich habe ich jedes christus wahrhaftig angenommen ich habe eine frau und kein kind bin das haben wir unglaublich alles ist ja war du musst dein zeugnis überall und ich bin 20 jahre alt ja noch mal gottes segen wahnsinn danke unglaublich so großartig ja es ist angefangen mit 78 jahren habe ich mir gedacht okay ich habe mich irgendwie schon angezogen gefühlt bei anderen ich sage ich will jetzt nicht dieses fort sagen was du gesagt habe ich habe ich zu sagen mal zu schöneren jungs angezogen gefühlt komplett wir haben schon mit sieben acht jahren gemerkt und dann weiter habe ich mir gedacht okay schauen wir mal dann weiter es acht neun jahre zehn jahre ich habe mich noch mehr angezogen gefühlt komplett danach weil aber ich habe irgendwie schon daran gott geglaubt aber nicht an jesus ist es ich habe nur gesagt es gibt einen schöpfer es gibt gott und das habe ich hindert diese tat aufzuüben also mein geist mit meiner menschheit so gekämpft und schließlich als ich 13 14 jahre da kommt die pubertät und du willst unbedingt etwas machen und da habe ich ich bin dann in depression gefallen weil ich es nicht machen wollte ich war unglücklich extrem weil ich es nicht ausüben konnte ich wollte jetzt nicht weil ich hatte ich konnte es einfach nicht ausüben und natürlich dann wenn man unglücklich ist bekommt man depression panik und ich und ich war unglücklich denke mir was ist mit mir los war bin ich bin ich bin ich verflucht ich dachte ich habe frauenhormone bei mir gehabt ich bin zum arzt keine frauenhormone klingt blöd aber ist die wahrheit und ich habe mich jemand vielleicht verflucht ich bin karten lesen gegangen hat mich keiner verflucht also sicher so die sachen habe ich alle geprüft und und hat nichts darauf eingedeutet dass es jetzt von gott ist so weißt du aber obwohl ich weiß gott hat man und frau schaffen schon mit 13 14 jahren habe ich das schon gewusst nicht weil meine familie dass mich so aufgezwungen hat und ich so aufgewachsen bin hat noch keiner gewusst dass sie mit 13 14 jahren solche gedanken schon hatte über andere über diese andere über über das gleiche geschlecht und dann 15 16 schlimmer geworden schlimmer und über unglücklich ich weiß nicht was ich mir leben vorhatte ich habe mich lieber krebs gewünscht an solche gedanken zu haben ich habe mir immer gewünscht mit einem mit einer frau ein zu eisdele zu gehen und eis zu essen wirklich ich wollte es aber mein körper wollte es nicht es hat wirklich gegen mich in meinem kopf komplett gekämpft und natürlich heutzutage auch noch ja ja ist leicht ich muss wirklich konstant bleiben aber dank dem herrn jesus christus vor drei jahren habe ich durch durch mein onkel habe mich öfters im park eingeladen und er hat dann über den herrn jesus christus geredet ich habe gedacht was brauche ich gott ich brauche nicht noch mehr schuld gefühle weil ich war komplett in schuld ja weil ich das weil ich solche gedanken habe zu den anderen dieselben und denken ok ok weiter weiter und denken was ist mich das sechs sieben monate später und eines tages theme was mache ich jetzt das soll ich jetzt machen und boom aus dem nicht sollte besucht mit meinem onkel weist wird und ich habe mit ihm so geredet ok da habe ich mit ihm so diskutiert und bisschen über die bibel gestritten und so warum das warum jenes warum so dem und gomorra warum das warum jenes derselbe gott aber warum ändert er seine tat verstehst du wenn ich sehe was gott mit den anderen in sommer gemacht hat dann denke ich mir es ist gnade dass ich an ihn glauben kann verstehst du weil das christus komplett übergegeben habe ich habe mein leben gegeben über ihn also er ist alles ja und dann habe ich im ende habe ich ihn dann angenommen und bin wieder geboren geworden und lebt tagtäglich trotzdem mit solchen gedanken aber ich sage ja die sünde geht nicht weg die sünde ist in deinem fleisch ist in einem fleisch und die wird natürlich durch den heiligen geist überwinden und das hast du auch gemacht der heilige geist hatte die kraft gegeben zu überwinden das ist ja großartig und wie ist das dann hast du denn überhaupt zu frauen auch irgendwie sich angezogen gefühlt oder 100 prozent nur männer nichts nichts und hier nicht so verheiratet und hast ein kind ich bin jetzt verlobt und habe ein kind ja ok ja das ist deine frau deine vergangenheit hat die hat den herrn jesus freiwillig angenommen ja ja super schön ich habe die bibel gegeben sie hat gelesen selber geprüft und das beginnt erst zu hause wenn man und frau zuerst glauben das ist das wichtigste im ganzen evangelium dass frau und man glauben ja natürlich absolut für mich ist es das wichtigste dass man und frau wenn du bist gläubig die andere ist ungläubig dann solltest du nicht verlassen aber es ist dann kompliziert so ja ja wie ist das denn wo du jetzt ganz normal frau hast musst du dich immer überwinden mit ihr körperlich zu werden oder oder ist das einfacher jetzt wo du mit dem herrn bist einfacher ich es ist einfach aber nicht ganz so wie es so ist noch in deinem fleisch gehen würde normalerweise nicht wie ganz ist aber das kann ich nicht privat schreiben dann alles klar natürlich ja es interessiert auch die ganzen zuhörer und die ganzen geschwistern dass ich jetzt eine krankheit hatte aber die erbsünde die in mir geboren worden ist auf dieser welt hatte als seine pläge gemacht und die sache wenn du also so er gedanken hast du musst zuerst akzeptieren dass du das nicht akzeptiert ja dann über gott reden und alles aber wenn du das nicht akzeptiert dann ist aber schon bewusst ist schon bewusst dass dieses fleischliche verlangen was überwinden ist und überwunden hast das ist ein ganz ganz großes ist das ist nicht nur so eine leichte sagen aber das sind ja das sind ja instinkte die man noch hat man 40 hingezogen das wenn man ein stück kuchen sieht nicht nur wie leck ist dieses stück das ist etwas was ganz groß ist das ist nichts deswegen sagt wurde das müssen viele erfahren dass der teufel versucht öfters ich gehe kurz raus und dem auf diese junge zu fäsch und so weiter es kommen solche gedanken aber ich konfrontiere mit dem in dem ich sage hör auf jesus kommt bald er nimmt dich weg und dann bist du liebe und ohne solche sachen leben und da braucht mich auch dass ich ohne den herrn verloren werde ja so wirklich ich hätte hätte ich den herrn jesus christlich angenommen ich weiß nicht ich weiß nicht wie ich heute werde ehrlich gesagt ja natürlich wird es keine kraft wahrscheinlich er hat mir auch zu bedenken aber wirst du gefallen denn nämlich an die erde doch dazu wohlgefallen und dann auch sich diese paraden und wie sie das anfeuern und so das macht ihr noch mehr lust ist anzunehmen weil sie dafür kämpfen und dass diese dass diese psyche was dich komplett überfordert was dich wirklich umdrehen will aber du musst wirklich stand bleiben und gegen dem sein weil sonst wirst du verfallen und du wirst lust auf das haben und dann bist du gott nie finden ich kann auch ein homosexueller der jetzt schon in sünde gefallen ist tausendmal der auch er kann immer noch booste tun also man darf jetzt nicht lernen dass wenn du jetzt schon einmal diese sünde nachgegeben hast dass du nicht mehr umkehren kannst nein also klar wird dann schwieriger weil du gekostet hast wahrscheinlich nehme ich mal du hast gekostet von der sünde und jetzt willst du es immer wieder haben ja aber auch das rettet dich nicht deine werke oder so ne sondern allein wenn du wahrhaftig aus dem herzen heraus wieder geboren wirst und heiligen geist empfängst zum herrn jesus kommst und auch dann wirst du errettet werden auch wenn du hunderttausend mal schon gefallen bist als homosexueller das soll ja ein aufrecht sein jetzt das tun einmal aber ich sage nur wenn wenn man wirklich an die großartige das ist großartig sehr schön wahnsinn sowas durch sehr sehr gerne also das ist ja eine rarität das sollte man ja alle paar jahre vielleicht einmal wenn überhaupt das ist unglaublich nicht jeden tag komplett mit meinen gedanken mit mir selber das ist so ein krieg du kennst mit dir selber damit du das nicht ausübt weil du das nicht willst vor gott und vor dir weil du selber nicht akzeptieren willst gegen deine gegen deine menschen gegen deinen geist einfach ich als heterosexueller damals als ich zum herrn kam ich musste das auch total unterdrücken und ich bin ein typ ich kann sie das sagen krankhaft nymformat mit frauen krankhaft nymformat also ich wollte mit allen frauen der welt von 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 16 bis 96 alle frauen gleichzeitig so krankhaft sexuell so und ich musste das dann auch irgendwann meine sexualität unter drücken also ich hatte einen enormen zug zu frauen sehr sehr schlimm und dann bin ich zum herrn jesus gekommen und dann musste ich lernen das ganze auch zu unterdrücken weil ich auch immer wieder bemerkt habe wenn ich eine frau einfach nur für das eine ins bett kriegen wollte ich muss sie ja ein bisschen belügen bearbeiten die wissen verführen betrügen damit sie das macht und dann nachher wo ich dann das bekommen habe was ich wollte habe ich die frauen natürlich wieder fallen gelassen weil die keinen wert mehr hatten die meine augen und dann saßen die und haben geweint und dann wusste ich natürlich dass das ich darf das nicht mehr tun ich darf ja kein menschen mehr wehtun mit dem heiligen geist mal sofort dein regel davor gezogen aber ich sag aus allein nehmen leidigen zeugnis der herr jesus christus ist der allmächtige und wahrhafte wahrhaftige gott der überhaupt der einzige ist der wirklich mit hier ist und mit ihr bis zum ende bleibt und du an ihn glaubst das ist pure liebe und pure pure gnade das ist einfach wow dass er mit mir ist und ich habe wirklich ich habe wirklich antwort gesucht wirklich komplett und gott sei dank hat habe ich den herrn angenommen ich danke ihm dass er mich gefunden hat ich danke ihm vom ganzen herzen ohne ihn ich werde durchgedreht ich werde ich werde wir alle nicht nur du wenn alle wir werden alle kaputt geworden in dieser welt alle ja wundervoll sehr schön amen soll ich dazu und wo bist du gehst du in einer gemeinde oder was machst du ich also bei mir gemeinde ich bin bei mir ist so wenn sich zwei oder drei namen jesus christus treffen dann ist er und da also gemeint gemeint bin ich nicht so aber ich habe viele meine ganze familie ist bekehrt ok so meine frau ist bekehrt und also habe ich genug ich hätte mit meiner familie jeden tag bei jesus wirklich jede stunde und ich brauche keine gemeinde also ich gemeinde ja ich kann ihnen sagen heutzutage die gemeinden ein bisschen komisch musst du wirklich aufpassen baptisten calvinisten darf jenes wirklich auch passen wir haben das alles erkannt das ist alles erkannt ohne dass ihnen einer was sagt deswegen allein familie allein jedes christus und das das ist das einzigste wir haben es schon mehr wo ist oder und das heißt wir muss du das bruder was muss du das bruder nicht echter bruder das ist echt das ist nicht echter bruder nein nicht echter bruder ach ich dachte immer wird fleischliche geschwister nein 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 bruder haben so ich mich da habe ich eine enge komplett enge befreundet beziehungen befreundet mit ihm gewesen erkenntnis und ich kenne sein und ich kenne ich arbeite mit seiner tochter sie arbeit bei mir und er mit ihm jeden tag ob acht sechs sieben stunden mit dem bruder wir sind komplett wirklich komplett eng befreundet und verbunden durch den heiligen geist das spürt man voll dass du mehr familie hast mit dem wiedergeborenen als mit deiner familie selbst du spürst das und ja deswegen fehlt er mir und ich liebe ihn und ich bitte für ihn dass der herr jesus christus in gesund und heil zurückbringt er muss noch seine familie evangelisieren so eine kinder seine erst noch die tür erst noch die tür er ist noch die tür für seine familie aber der wille gottes geschieht trotzdem wir der herr sagt will es du soll es passieren aber er ist wieder geboren und ich werde in der ewigkeit sehen das berühmt also ich bin wirklich komplett mit dem letzten monaten komplett wirklich eng als er wirklich mein fleischiger bruder wirklich das ist ich war bei ihm ich habe mit ihm wie lachen und das ist deswegen eine vor zwei drei tagen hatte ich war bei einem gast und ich gehe also auf tik tok drin kurz ich denke da ist ja immer drinnen da ist immer drinnen wo ist er und da habe ich angefangen zu weinen ich bin wir sind ja noch fleischig hier also ist nicht schlimm aber in gewissheit weiß ich er ist wiedergeboren und somit bin ich zufrieden so also mir hilft dass ich weiß er hatte nie das angenommen das ist für mich bombe ja ja paulus sagt der tod paulus hat der tod ist mein gewinn aber trotzdem hat er noch eine aufgabe hier für seine familie dazu sein er hat drei kinder ja je nachdem was der herr vorgenommen hat nur was in seinem ewigen beschlüsse da beschlossen hat aber gebeten haben ja viele geschwister für ihn ja also jetzt alles supergut er ist noch trotzdem er ist noch im grundkönig schlaf am montag wird es ein ct gemacht über sein gehirn und wenn der ct super ist und gut ist dann überlegen sie ihn sogar aufzuwecken und dann ist das ist das ist super ich danke die symbolik wieder aufzuwecken christus angenommen gestorben und wieder aufwecken erwecken und das ist schon wieder die symbolik darin ja verrückt deswegen heißt das ja auch die entschlafenden in christus so wie du gerade aus dem schlaf zu erwecken wir werden ja nicht aus dem tod wieder erweckt sondern wir werden ja aus dem schlaf wieder rausgeholt wenn wir schlafen entschlafen der tod wird auch als entschlafen bezeichnet in der bibel und da ist diese symbolik darin gerade merke ich ja hoffentlich ist das auch so dass er erweckt wird und dann noch mal mit seiner familie aber auf jeden fall groß grandios zeugnis das sieht man auch wieder dass diese mörder sekte dieser baptisten sekte die da lehrt dass um das gott die homosexuellen dahin gegeben hat und sie können gar nicht umkehren ja diese kalvinistische satan sekte hat sich da hat sich ja depressiv geworden war bin aber war konnte ich nicht schlafen und meine mutter so geht ich in der kirche gehen die orthodoxe kirche und auf dich was mache ich ich gehe mich auf ein bisschen bei wasser bei ich hinter dem ohren bis den knöchel 70 euro bitteschön hier 70 euro bezahlt ich habe 70 euro bezahlt für meine taufe in serbien nein du machst was kommt nein du machst was und dann bruder ich habe noch 30 euro trinkgeld gegeben nein bitte ich bin jetzt total geschockt ich kann nicht mehr das ist scherz ich habe 30 70 euro gezahlt plus 30 euro trinkgeld weil es ja kirchenvater ja es war die kirche bruder ich habe da nicht noch diesen wissen gehabt was der herr mir gegeben hat aber danach habe ich nach sechs fünf monaten habe ich gehört bruder dass da der mich getauft hat ein kleines mädchen angeblich vergewaltigt hat der selbe die dich getauft hat der selbe ich kann auch den den zeitungsbericht geben der selbe was mich getauft hat die orthodoxe kirche in serbien ich kann nicht wenn es ist einfach nur das so ist so viel für mich kann das nicht mehr tragen man merkt solchen taten und bei mir ich bin ich auf auf wie soll ich sagen auf wunder und so hingewiesen aber der herr ist trotzdem gnädig und er zeigt mir seine wunder aber ich bin trotzdem nicht auf das hingewiesen ich allein gnade ja aber er zeigt mir die wunder zum beispiel dass ich auf der richtigen spur bin zum beispiel ich bin es im krankhaus und auf einmal ganz hinten steht eine bibel wie kommt die bibel dahin verstehst du ja das mit der herr indirekt dass sie die zeichen gibt ja ich bin der bruder von dota ich war ich habe das weg leute oder nicht der leibliche aber die können sich sehr gut aber der dort hat doch und ich dachte ich dachte dort hätte noch mal wurde weil du dort noch mal ein bruder der geht online und ich weiß dass der wirklich sein leiblicher bruder ist und ich dachte aber auch sein leiblicher bruder aber die kennen sich gut betet viel ja also das ist echt heftig mit trinkgeld bei der taufe und so bezahlen dass die taufe da was das ist so unglaublich ja ich habe 70 euro bezahlt er hat geld verlangt und dann habe ich ihm 30 euro trinke gegeben weil es wenn für mich war das das war die kirche weiß ich denke mir ja unheilig und so wie wie du hast gesagt für die taufe ich habe die taufe 70 euro bezahlt bei wie bei mir ich habe mir rabatt gemacht ihr geld verlangen für taufe wo sind wir jetzt gelandet sind wir die kirche oder was sind wir katholiken orthodoxen oder wie also wenn man von mir taufen lassen nur 200 euro und bei bruder resa drei hund ich versuche ich gehe in jeder kirche was ich vorbeigehe evangelisch katholisch orthodox ich gehe ein und verlangt eine bibel die verlangen 25 20 euro für eine bibel mann ja wenn man denkt man hat schon alles gehört mehr an wahnsinn und ein wahnsinn kommt immer was neues dazu ich denke mir vor der johannes der käufer hätte so alle abkassiert die er getauft hat extra samtags gibt es 20 prozent rabatt bei amazon wie kann man sowas verlangen in der bibel steht sogar was ich glaube da war aponze geschichte stand sogar was dazu wenn mein geld verlangt dafür ne wahnsinn vorbei das ist eine richtige sünde ich habe die bibel das leider vergessen die gabe durch geld der wollte das ja durch der wollte bezahlen um die gabe des heiligen geistes zu haben ja um die fähigkeit zu haben dein geld fahre samt in die grube ja die orthodoxen wenn man sieht dass wir die die katholiken die orthodoxen die evangelisten also evangelische kirche meine ich immer das gleiche die wollen immer geld verlangen bei sowas immer dass man merkt dass an die früchte ob das ob das falsche 50er sind oder nicht man merkt dass man sieht das ja deswegen sage ich auch jeden und empfehle ihn liest die bibel wer die bibel liest aber setz fang nur mit johannes evangelium an stück für stück der erkennt das nur in der apostelgeschichte findet der ein fehler nach dem anderen bei der kirche nur in der apostelgeschichte römerbrief da sind alle sünder da ist maria auf einmal doch keine da ist maria doch nicht sündenfrei weil die behaupten ja maria sei sündenfrei die ist ja ohne sünde und sowas ja das ist wahnsinn da ist es wahnsinn ja aber das jetzt wirklich dass wir taufe das taufen was kostet das ist schon verrückt das heißt das heftig das habe ich noch nie gehört das ist so verrückt und dann als du dich also du bist jetzt gestummt hörst du mich noch ja Bruder Reza Bruder Reza als ich als ich als ich als ich bin ja auch katholisch geheiratet habe katholisch geheiratet mit meiner Frau damals weißt du ich wollte eigentlich nicht aber meine Taten haben gesagt boah deine Mutter tritt dich in den Grab um du musst katholisch geheiraten und so ist okay da war ich dort dann habe ich Beichte abhalten müssen und so ja und er sagte mir am Ende so und das macht jetzt eine Spende von da habe ich gesagt Moment eine Spende von ist eine Rechnung habe ich zu ihm gesagt jetzt kannst du was spenden aber eine Spende von ist eine Rechnung habe ich zu ihm gesagt das ist ja das ist eine Spende für die Kirche du musst Trinket geben du hast das Trinket vergessen das in der Hand das wollen wir auch noch haben das war so witzig das war so witzig das habe ich gesagt das ist doch das ist aber eine Rechnung und keine Spende wenn du mir sagst von ja guck mal es ist so bei den Katholiken auch Orthodoxen die sind beide gleich da kommt ein Priester der segnet so dein Haus erstens wenn er Bock drauf hat nur wenn er Bock drauf hat dann segnet er dein Haus mit diesem Weihwasser und dann will er ein nettes Geld haben auf der Hand da sollen schon grüne Scheine rollen da muss er schon geben wir nicht dann macht er die Sieg weg dann putzt er das so weg so in der Weihwasser da kommt doch mit Weihrauch und so nach Hause dann ja ja ab die Grünscheine bei Weihrauch was war das denn was wollte ich fragen nochmal da kommen die grünen Scheine jetzt habe ich den Faden verloren ja jetzt habe ich den Faden verloren und ich frage mich aber gleich wenn ich noch drauf komme wenn ich den Faden wieder finde du hast eben was geredet mit Geld wegen der Taufe hast du halt nur nie gesehen Wahnsinn sowas da waren deine letzte Worte achso ja genau mit der Taufe da hat sich dann natürlich nichts getan bei dir geistig du warst genau wie davor du hast es dieselben ich habe dann Tabletten genommen für schlafen ja das heißt also diese Taufe bringt nichts damit die Leute das auch hören dass sie denken ja jetzt hast du dich dann taufen lassen und auf einmal war alles gut weil du so uns kaufen hast lassen na ich habe 100 Euro dazu bin ich Geld gegeben das war ein Problem ich habe dann Tabletten genommen für schlafen weil du 100 Euro verloren hast musst du so Tabletten nehmen dadurch natürlich klar ich konnte nicht schlafen was ist das denn hier Alexa Alexa aber ich sage unser nächster ist das ja die will dir auch besser machen die Tipp ich bin nimmt dich vergessen tippen mein zwei Leute mein zwei jetzt jetzt alle Spenden alle spenden oh ja auf der Mensch die Tabletten haben dann ja die haben besser geholfen als die Taufe in der Kirche. Das verkommt jetzt hier alles zu einem Fasching-Zusammentreffen wie vom Karneval. Halt, Stopp! Ja genau, dieser Typ da. Wie hieß der nochmal? Andrea, wie ist der? Andreas, Andreas, oder wie ist der? Halt, Stopp! Jetzt rede ich! Halt, Stopp! Jetzt rede ich! Könnt ihr euch das vorstellen, dieser Andreas? Der kommt zum Herrn. Könnt ihr euch das vorstellen? Das wäre schön. Aber ich glaube, der ist in einer Schiene drin. Ich bin da nicht so sicher, aber ich glaube, der ist schon in einer Schiene drin. Ich weiß nicht, Bruder, weißt du was von? Ja, ich weiß es nicht. Nein, aber die Art von dem halt. Die Art, so generell. Ein solches Mädchen kann sich bekehren, ja. Bruder, ich glaube, dass diese Leute kriegen echt wenig Geld für das, dass sie den Fernseher mal ins Haus lassen. Ja, die bekommen 200 Euro und für diese Sendung haben die 80.000 verdient, weil die es ausgestrahlt haben. Unmögliche Verträge, das ist... Die haben mal eins gelegt von diesen Verträgen. Was ich noch fragen wollte, Bruder, Mo, wissen das denn von deiner Umgebung, jetzt sagen wir, Geschwister im Herrn? Und wie reagieren die da drauf? Die sehen das nicht an, so sie sehen den wiedergeborenen Christen. Also die machen dich da nicht jetzt irgendwie von der Seite an oder sagen, nein, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, weil du das immer noch bist oder so. Nein, nein, nein. Als ich 16 war, 15, habe ich meine ganze Freunde im Kreis, habe ich alle blockiert, weil ich nicht mit Jungs befreundet sein konnte. Weil ich, ja, weil es einfach nicht ging, ne? Ja. Naja, es wird ja geschrieben, ne? Flieht vor der Sünde, ne? Wenn man selber weiß, das kann man nicht erst mal, dann sollte man solche Maßnahmen schon ziehen und sich selbst zu schützen diesbezüglich. Na, und dann hilft halt schon, ja. Es steht ja geschrieben, flieht vor der Sünde. Na, und dann tut man das ja. Für den Herrn. Gerade so eine Hundsucht, ne? Also, das ist ja nicht nur eine Hundsucht, eine normale, was so unter Mann und Frau geschieht, das ist doch schon schlimm genug. Aber dann noch so eine Art von Hundsucht, das ist extrem schlimm. Das ist extrem schlimm. Und die Geschwister, die helfen mir jeden Tag, also durch Versen und... Aber ich lese jedes Mal Römer 7 bis 9, wo Paulus beschreibt. Ich tue das, was ich hasse, aber die Sünde, die in mir wohnt. Römer Kapitel 7, ja. Versteht? Es ist kompliziert bei mir, ein bisschen. Also guck mal, es ist so, ne? Wenn man wiedergeboren ist, kannst du beispielsweise, du sündigst, du bist trotzdem wiedergeboren. Klar. Die Heiligen Geist wird dir die Wunsch in deinem Herzen. So ist das ja nicht. Das merkt man ja auch und sieht man ja auch. Man will diese Sachen gar nicht tun. Das ist dein Fleisch. Na, und man fällt. Man kann auch fallen, ja. Der Herr wird dann auch züchtigen dementsprechend, weil er seine Kinder liebt. Es kann sogar so eine Züchtung irgendwann werden, wenn man nicht mehr darauf hört, dass es dann zu einem Todesfall sogar kommen kann. Aber du bist trotzdem gerettet. Aber du wurdest hart gezüchtigt. Also, das darf man nicht unterschätzen. Eine Züchtigung ist nicht so ein kleines Streichel. Also, das ist schon was ganz, ganz Hartes. Und soll man auch dankend annehmen. Aber man kann auch sterben deswegen. Aber man ist gerettet. Und das ist das Allerwichtigste, weil der Herr, wenn er was verspricht, dann verspricht er es richtig. Und er unterhält sich auch dran. Ja, einmal gerettet, immer gerettet. In Ewigkeit, einmal in Ewigkeit. Wenn jetzt aber einer mit den Gedanken kommt, jetzt habe ich den Freifahrtschein, Sündigen, Sünden zu tun, was ich will. Ja, dann ist er kein Wiederholer. Weil er nicht diese Einstellung hat. Er hat die Einstellung, ich kann machen und tun, was ich will. Das ist das Problem dann. Dann fängt das schon an, die Katastrophe. So ist das falsch. Übersteht ihr, Gott züchtigt nicht. Gott liebt keine Wunder, dass ihr Depressionen habt. Mein lieber Jörg, Jörg, ich empfehle dir wirklich ins Gebet zu gehen und fragen, Gott existierst du wirklich? Und du willst erkennen, dass es einen Gott gibt. Anhand der Schöpfung erkennst du einen Schöpfer, Jörg? Oder glaubst du, eine Evolutionstheorie, die eine Theorie ist? Oder glaubst du, dass aus dem Nichts, was entsteht, das ist doch Zauberei, Jörg? Glaubst du an Zauberei? Weil aus dem Nichts, was entsteht, das geht doch gar nicht. Da musst du immer was gegeben haben. Wenn vor den Urkern so ein kleines Ding existiert hat, ja, wer hat das erschaffen? Was war davor? So müsst ihr euch die Frage stellen. Ihr könnt nicht in der Philosophie verhangen und fragen stellen, was war davor, was war davor und was war davor. Ihr merkt, es hat kein Ende. Also gibt es einen Anfang. Das ist Gott. Gott war immer da. Immer. Mit der Konfirmation bestätige ich meinen Glauben. Die evangelische Kirche. Konfirmation machen evangelische Kirchen. Das ist auf jeden Fall nicht richtig, die evangelische. Da empfehle ich dir wirklich, geh ins Gebet. Geh ins Gebet. Jörg, frag Gott, wer bist du wirklich? Existierst du? Offenbare dich mir. Und der Herr wird es dir offenbaren, wenn dein Gebet natürlich ernst gemeint ist. Gott war immer da, genau. Ja, Jörg, der war immer da. Oder glaubst du an Zauberei, Jörg? Weil, was war vor dem Urknall? Nichts. Wir können aus dem Nichts, was entstehen. Das geht doch gar nicht. Und wenn da was war, was war davor? Und was war davor? Wie geht das hier? Das ist doch Zauberei. Also glaubst du doch einer. Ich lese mal Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ja, also das, was du sagst, ist nicht biblisch. Du musst umkehren, Buße tun und wiedergeboren werden. Danke, Bruder. Konfirmation rettet dich nicht. Du musst umkehren, Buße tun, den Heiligen Geist empfangen, es als wiedergeboren werden, von neuem geboren werden. Dann bist du errettet. Dann wirst du auch solche ungeistigen Sachen nicht mehr von dir geben. Jetzt, jetzt, alles bei Reza, Universum, Universum, Reza. Was meinst du mit Universum? Es gibt da so ein Geschenk, das nennt sich Universum. Ja. Ja. Danke, Jesus, Lothio. Dir und deine Familie auch. Das erklärt Gott, gab es vor Jesus. Der Jesus ist Gott. Als Sohn Gottes ist er ewig beim Vater. Erste Mose lesen. Direkt Erste Mose, die ersten zwei, drei Verse. Oder Erste Johannes, Vers 1. Am Anfang war das Wort bei Gott und das Wort war Gott. Ich weiß nicht, was man da nicht versteht hat. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit vom Vater gegeben mit voller Gnade und Barmherzigkeit und Liebe. Und da sehen wir es. Das Wort ist Gott und das Wort ist Gott. Gott ist nicht Jesus. Jesus, was ist das denn jetzt? Ich denke, du bist Christ. Nein, der ist Atheist und hat die evangelische Kirche gelernt. Und die evangelische Kirche ist ein Christ. Nein, 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 wie soll was du schreibst? Ich bin Lutherisch. Da habt ihr die Lutheraner. Die super Lutheraner. Ja, das wollte ich auch sagen. Evangelische Kirche ist Lutheraner. Gott ist nicht Jesus. Da habt ihr ja die verschiedenen Superchristen. Denominationen. Da seht ihr es. Ich möchte mal tot. Also da seht ihr es. Lutheraner. Also das sind evangelische Kirchen. Das sind Lutheraner. Die haben ja eine Babytaufe. Konfirmation. Das war's. Das ist evangelische Kirche. Lutheraner sind nochmal so eine abgespaltene Sekte von der evangelischen Kirche. Die nennt sich extra Lutheraner. Ja, das sind ja echte Leute. Die sagen ja, Luther hat die gegründet, sagen die. Ja. Das sind diese Leute, die sich dann Protestanten sogar in Wirklichkeit sogar noch nennen. Das sind die. die echte. Ich hab gedacht, das ist ein Atheist. Nee. Aber das kommt ja auch. Ja, also Ton so konfirmiert und so weiter. Aber trotzdem Atheist. Ein Atheist, der konfirmiert wurde. Aber jetzt hat er auch gerade irgendwas erzählt von, dass er gläubig ist und Gottliebe ist und sowas. Natürlich ist Gottliebe. Nicht. Ja, ist komisch. Wie soll ich sagen? Es ist so, viele, die sich konfirmieren, das sind sowieso eigentlich meistens Atheisten, die glauben an ihn nichts. Die machen das einfach wegen Geld, weil die von der Familie die Geld bekommen. Das ist Tradition von dem. Er ist ein Moslem. Okay. Ja, was denn jetzt? Lutheraner Moslem? Was ist der? Moskate? Ist der jetzt kein Shindo oder wie? Also gleich kommt Hare Krishna auch noch. Wie wurde es halt über Menschen? Gar nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Das schreit doch klar, was du. Da ist alles, damit er nicht, und damit er auf der sicheren Seite ist. Alles. Sagen wir mal vor, jemand ist alles, damit er auf der sicheren Seite ist. Das gibt es echt. Das ist New Age, so alles, alles rein. Hauptsache Gott. Hey, weil es ist alles. Also wiedergeborener Christ, Buddhist, Moslem, Toi, all das, was es gibt auf der Erde, hat er gesammelt, damit er wirklich, falls er dann stirbt und irgendetwas von denen alle richtig ist, dass er dann so auf der sicheren Seite ist. Da ist er richtig intelligent da. Das ist eine Frage. Bist du mit dieser Alexa verwandt oder irgendwer befreundet? Wer? Du? Ja, Alexa, also die Frau, die dahinter steckt, ist meine Frau. Ach so, Alexa ist deine Frau? Ja, ich bin nicht gefeiert. Ich dachte, Alexa wäre immer ein Mann. Weil Alexa hatte gestern eine Männerstimme, deswegen. Alexa hat eine Männerstimme. Ich habe mir gedacht, du gehst bei ihr live und, 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 ja, du bist öfters bei ihr drin, denke ich mir. das nennt man Mathematik, eins plus eins ist zwei. Und das zwei wird eins. Also, ich bin jetzt nicht mit dieser Kugel zusammen, also nicht dieser Kugel, die alles weiß, das ist ja diese komische Alexa-Kugel da, das ist nicht meine Frau. Wo die Frau, die hinter Alexa steckt, ja. Das ist meine Frau, ja. Aber übrigens, dieser Kugel, der alles weiß, woher kommt das, dieses, kennen wir das aus, aus irgendeiner anderen Begebenheit, eine Kugel, die man befragt. Weiß auch eine Kugel. Eine Glaskugel. Natürlich, ja, natürlich. Diese Kugel, das ist Glaskugel, was diese, diese ganze Stammlataner benutzt, um beizusagen. Oder Schmerzen zu nehmen. So wie der eine, so wie der eine, deine, Bruder Reza, so wie der eine, dir diese Blähungen genommen hat, mit der Kugel. Was hast du die genommen? Diese Blähungen, was du geschrieben hast. Das war so lustig. Genau, genau, genau. Das war so lustig. Das war so lustig. Das war so lustig. Das war so lustig. Aber seine Moderatorin hat mich dann irgendwann mal geblockt. Die hat das gerafft, dass ich das verarsche. Aber der Typ hat das so ernst genommen. Ich kenne keine Nächstenlebe. Jede Glaubensrichtung ist aus dem Christentum entstanden. Was hast du jetzt tun? Aber es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Lehre, mein Freund. Johannes 14, Vers 6. Es gibt nur eine Lehre. Das genügt. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ganz einfach. Ich muss jetzt einfach kurz rauskommen. Ich komme vielleicht wieder rein. Ich muss kurz mit der Familie was machen. Dann sage ich dann, gesegnet den Swim. Vielleicht bin ich noch da, wenn ihr noch da seid. Ja, danke Gottes Segen. Danke. Du musst diese ganzen Krempel, wenn du dir von dir gibst, die wirklich keinen Sinn, sinnfrei sind. Die sind komplett sinnfrei. Du musst das alles wegtun. Die ganzen Krempel, wahrhaftig zum Herrn Jesus kommen, deine Sünden vor ihm bekennen, ihn annehmen und mit ihm wandeln. Damit du auch errettet bist. Zum Vater durch Jesus. Ja, natürlich. Wir kommen nur zum Gott, dem Vater, nur durch den Gott, den Sohn. Genau. Und du warst vorher Ex-Muslim. Ja. Ich habe den Islam schon fast mit 14 oder so verlassen. Und den Amir ist dein Bruder. Ja, genau. Das ist mein Leiblicher und Bruder im Herrn, beides. Also bist du zweimal mit ihm verwandt, ne? Ja, genau. Das ist schon was Feindes, ne? Bruder im Herrn und Bruder im Fleisch. Was willst du mehr im Leben? Ja. Es reicht, wenn die gläubig ist. Das ist schon alles. Oh, Jörg. Oh, Jörg, das hättest Epheser 4, 4 lesen. Es gibt nur eine Lehre. Wir kommen zum Vater durch Jesus. Ja, genau. Vater, vergib ihm, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vor allen Dingen, ihr Lieben, ihr beobachtet das, was er von sich gibt zum Beispiel. Man kommt nur zum Vater als nur durch Jesus Christus. Da würden jetzt die Christen sagen, Amen, ja, ein Bruder im Herrn. Ja, guck mal, der sagt, wir kommen nur zum Vater als nur durch den Herrn Jesus Christus. Und das ist diese Unvorsichtigkeit. Nur weil er irgendwas von der Bibel wiedergibt, würden die da drauf reinfallen, jetzt die, also viele Christen, weil sie das nicht prüfen. Das ist das Problem. Ein Zeug in Jehova würde auch zum Beispiel Johannes 14, 6 einmal so von sich geben. Da würden die sagen, ach, mein Bruder im Herrn oder eine Schwester im Herrn. Dabei ist er nicht wiedergeboren. Der ist nicht errettet, auch wenn er sowas sagt. Versteht ihr, ihr Lieben? Nicht, weil jemand eine Bibelfers auswendig kennt und das sagt, er ist im Herrn. Das ist der beste Beweis. Hier, Jörg, leugnet die Gottheit des Herrn Jesus und sagt, man kommt durch Herrn Jesus zum Vater. Ja, aber er kommt nicht zum Vater. Er kann den ganzen Tag sagen, ich komme mit dem Herrn. Durch Jesus Christus zum Vater. Er ist nicht errettet. Jetzt muss man ihm das Evangelium verkünden, auch wenn er sagt, er ist Christ. Versteht ihr das? Der Heilige Geist hat uns jetzt ein Paradebeispiel vor die Augen gestellt. Was glaubt ihr, warum der Heilige Geist in ihrer Hand sagt? Ich finde euch, guck mal was er schreibt, ich finde euch lustig, eure Vorurteile und Beleidigungen bin ich in einer Talkshow. Nein. Das beleidigt sich keiner und wir haben keine Vorurteile. Das ist alles nur die Schrift. Wenn ich damit befassen würde, das, was die Schrift sagt, dann würdest du das auch verstehen. Wenn du Buße machen würdest und den Heiligen Geist empfangen würdest, dann würdest du auch verstehen, über was wir reden. Ehe und Nachteile haben wir durch dich jetzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt deine Lehren, deine Irrlehren mir anschaue und mir werde ich schlecht davon. Das ist alles Nachteil für mich. Keine Vorteile. Aber weil wir dich lieben, weil ich dich liebe und möchte, dass du immer errettet wirst und nicht verloren gehst, muss ich dir das Evangelium verkünden, damit du errettet wirst. So in diesem Zustand, wenn du stirbst, bist du in der ewigen Verdammnis. Und weil ich dich liebe, sage ich, du bist nicht errettet, du musst errettet werden, damit du errettet wirst. Weil wenn ich dich jetzt in deiner falschen Sicherheit lassen würde, würde ich mich schuldig machen. Wenn du den Gottlosen nicht warnst, dann werde ich seine Schuld, sein Blut von deiner Hand fordern. Richtig. Das kommt mehrmals. Das wiederholt sich im Buch Ezekiel. Ezekiel Kapitel 3. Ezekiel Kapitel 3, Vers 19 beispielsweise. Ich kann es vorlesen. Wenn du aber den Gottlosen, da fehlt das Wort veranzt. Da fehlt eben das Wort. Wenn ich zu dem Gottlosen, Vers 18, wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht. Also wenn Gott sagt, derjenige ist nicht errettet und du gehst nicht hin und warnst ihn nicht. Du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten. So wird der Gottlose um seiner Mistetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen und er kehrt doch nicht um von seiner Gottlosigkeit und von seinem gottlosen Weg, so wird er um seiner Mistetat willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Versteht ihr? Das ist zum Beispiel so ein Fall. Der Heilige Geist bringt den Jörg hier hin und zeigt uns seine wahre Gesinnung. Dass er eben Zeugnis ablegt und man sieht, okay, der Mann ist nicht errettet. Der leugnet die Gottlosen, der ist ja in Jesus und, und, und. Er darfst du ihn nicht da drin lassen. Ja, Halleluja, Hauptsache man kommt zum Vater durch Jesus. Das würden viele Christen machen. Die würden sagen, ja, gerichte nicht. Du siehst doch, dass er Bibelferse postet. Die werden verloren gehen. Dieser Vers hier wird für viele dieser Laodizeer Christen zum Verhängnis werden. Gott wird das Blut von so einer Person fordern von der Laodizeer. Aber, Jörg, ich muss dir sagen, du musst von deinem gottlosen Weg wegkommen, zum Herrn Jesus kommen, glauben, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist, der Mensch wurde und für deine Sünden bezahlt hat und das musst du im Gebet annehmen, im Geist, da bist du wiedergeboren und empfängst den Heiligen Geist und wirst errettet. So kommst du mit 99,9% der jetzigen Laodizeer in den Feuersee. Das ist mein Beitrag für dich. Und so habe ich Hesekiel 3, Vers 18 und 19 genau richtig gemacht. So geht das. Das ist damit gemein. Wer ist denn überhaupt noch drin, Bruderizer? Ich habe ihn gerade noch gesehen. Jetzt kann es sein, dass du rausgehend bist. Wenn man die Ehrlehrer auch nur grüßt, macht man sich entschuldig, soweit ich weiß. Ja, das ist aber speziell für die Ehrlehrer, die reingekommen sind und die Gottheit des Herrn Jesus leugnen und also auch richtig evangelisieren. Genau. So einer will der Gott dem also. Aber der ist ja gar nichts. Es gibt also, ich rede von richtigen, die wirklich so evangelisieren und richtig biblisch wohnen. Aber der ist ja gar nichts. Der Jörg ist ja gar nichts. Der ist ja komplett noch draußen, auch wenn du sagst zum Vater und sowas. Der ist ja gar keine... Wobei, du hast recht, für mich ist der jetzt nicht so ein Wolf im Schafspelz. Aber du hast recht, der könnte natürlich da anrichten bei anderen Christen. Deswegen darf man den nicht reinlassen, weil er sich als Christ schon so bezeichnet. Du hast recht. Der hat vorhin gesagt, Jesus ist nicht Gott, deswegen habe ich das eigentlich gesagt, weil er das geschrieben hat. Der hat vorhin das irgendwo umgeschrieben und da hat er noch gesagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hat er auch noch geschrieben. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Ja, das ist hier. Ja, dann darf man so einen Menschen auch gar nicht aufnehmen. Dann muss man ihn blocken. Stimmt, weil er sich ja Christen schimpft. Für mich ist er ja gar nicht. Es gibt schon größere Wölfe im Schafspelz, die richtig, richtig biblisch argumentieren. Ich denke mal, das sollte es erst mal gewesen sein für heute. Wie lange sind wir schon? Sechs Stunden unterwegs. Ja, live. Ja, ich bin es lang. Sechs Stunden schon live. Guck, Gott ist nicht Jesus. Ja, ich bin Lutheranisch. Bist du immer noch drin? Nee, nee, das hat er vorhin geschrieben. Ich habe jetzt noch mal geguckt, war mir nicht mehr sicher. Ja. Ja gut, dann wünsche ich euch gottesreiches Segen. Ja, danke euch auch allen. Guten Appetit. Mo, echt starkes Deugnis, Junge, Junge, hey. Ja, Wahnsinn. Ja, das hat mich richtig gefreut. Endlich mal. Sowas brauchen wir auf jeden Fall. Weil eben auch diese Ehelehrensekte da, diese Mördersekte, um diese Leute da, um diese Baptisten-Ehelehrer- Gemeinde da eben öffentlich lehren, dass jemand, wenn er schon homosexuell ist, also wenn er diese Sünde in sich hat, da hat er Gott sie schon dahin gegeben und die können gar nicht mehr umkehren. Daran sieht man, dass diese falsche Sekte eine falsche Sekte ist, im wahrsten Sinne des Wortes und vom Heiligen Geist eines Besseren belehrt wird. So einfach setzt sich die Sache aus. Ja, Leipzig 1611 oder wie der sich nennt hier auf TikTok sein Unwesen treibt. Es ist so eine Sekte, es ist nicht aus Pforzheim oder sowas, wenn Verfassungsschuss beobachtet. Aber jetzt haben die noch mehr Likes als vorher, nachdem man sie jetzt entlarvt hat als Ehrlehrer, Mördersekten, die halt für die Ermordung und für das Töten von irgendwelchen Menschen beten, zum Beispiel von Lothar Gassmann, dass Gott Lothar Gassmann töten sollte. Jetzt haben die noch mehr Zulauf von den Christen. Das muss man sich mal vorstellen. Anstatt, dass da keiner mehr hingeht und die komplett sich von den allen absondert von diesen Leuten. Nein, noch mehr Zulauf. so krank ist die Situation in der heutigen Laudice. So, ihr Lieben. Noch mal Gottes reiches Segen. Gottes Segen, ihr Lieben. Kommt zum Heiligen, dass ihr noch nicht da seid. Bereut eure Sünden vor ihm. Kehrt um, werdet wiedergeboren und errettet. Dann seid ihr auch bei der Entrückung dabei, bald, die geschehen wird. Jede Sekunde kann sie geschehen. Gott segne euch alle. Gott segne. Danke, diese Sopfte. Ich danke dir für dein Zeugnis. Danke. Danke dir für deine Zeit, Bro. Immer gerne. Immer gerne. Dem Handy ist das andere vor. Amen. Folgt mir nur zurück.